Regierungen ist natürlich auch das Parlament gefragt. Die epidemische Lage wird auch dort heute diskutiert. Und deswegen gehen wir jetzt ohne große Schnörkeln nach Berlin in den Bundestag. Und dort ist unser Hauptstadt-Korrespondent Erhard Schäffer für uns. So habe ich es gern. Vielen Dank, Stefan Kulle. Ja, wir könnten über eine Menge Themen reden heute hier, die im Parlament besprochen werden. Beispielsweise über den nationalen Bildungsbericht, der diskutiert wird. Wir könnten über aktuelle Stunden zum Thema Lobbyismus reden, über Myanmar, wozu es auch eine aktuelle Stunde geben wird. Wir könnten über Änderungen am Abgeordnetengesetz sprechen, wo es um Ordnungsgelder geht. Aber die Lage ist klar. Wir müssen weiter reden über Corona und die Folgen und die Maßnahmen dagegen. Und da war das Stichwort schon genannt von Stefan Kulle. Es geht um die Fortgeltung der epidemischen Lage nationaler Tragweite, was wiederum ein Gesetzentwurf ist, der hier eingebracht wird, der wiederum sich auswirkt auf eine ganze Reihe anderer Gesetze, beispielsweise das Infektionsschutzgesetz. Aber wir müssen natürlich auch reden über die Beschlüsse, die gestern getroffen worden sind in der Bund-Länder-Runde, die sich rund um die Bundeskanzlerin zusammengeschaltet hatte. Und wir wollen gucken, wie das eingeschätzt wird. Auf der einen Seite von den Koalitionsfraktionen, aber auch aus der Opposition. Und ich freue mich, dass heute Morgen bei uns sind Carsten Schneider, der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Und Leif-Erik Holm ist bei uns, der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Einen guten Morgen Ihnen beiden. Herr Schneider, Ihr Fraktionsvorsitzender hat am Dienstag von berechtigten Wünschen der Bevölkerung und auch aus der Wirtschaft gesprochen und behutsame Öffnungen gefordert. Auf Nachfrage hat er dann auch gesagt, der Gesundheitsschutz spiele weiter auch eine große Rolle. Wo entsprechen die Ergebnisse von gestern Abend diesen Wünschen? Die sind weitestgehend darin abgebildet, weil wir jetzt das erste Mal eine andere Perspektive in der Pandemie annehmen können. Nämlich nicht nur den Versuch der Isolierung von Menschen, indem man keine Kontakte hat, bis auf den engsten Familienkreis, hin zu einer Öffnung von Schulen, Kitas und dem gesellschaftlichen Leben. Das ist Schritt für Schritt, je nachdem, wie die Infektionszahlen sich entwickeln. Im Zweifel, wenn sie durch die Decke gehen sollten, wie wir es in Tschechien in Teilen ja sehen, dann auch wieder zurückzugehen. Aber ich glaube, dass wir mit der Möglichkeit erstens viel stärker noch zu impfen in den nächsten Wochen. Wir werden ja endlich genügend Impfstoff haben, wo der Hauptpunkt sein wird, kriegen wir die möglichst schnell auch verimpft. Und zum Zweiten auch mit einer durchdachten Teststrategie auch zu gucken, wo sind Infektionsherde. Und da kommen die Arbeitgeber auch in die Pflicht. Die werden das Ganze nämlich auch machen müssen und auch dafür die Kosten tragen. Herr Holm, die AfD war generell gegen den Lockdown, aber hat speziell ab Januar nochmal gefordert, jetzt müsste er endgültig aufgehoben werden, obwohl man ja auch auf der anderen Seite sagen muss, so ein richtiger Lockdown, so ein richtiger, wie man es beispielsweise in Frankreich hatte, ist das ja trotz allem nicht gewesen. Jetzt sind Öffnungsschritte skizziert, da müssen Sie doch einigen zustimmen können. Nein, damit sind wir ganz und gar nicht zufrieden. Wir sehen ja, dass dieser Lockdown weitergeführt wird. Wir sind jetzt bereits im fünften Monat dieses Lockdowns und das nochmal bis Ende März weiterzuführen. Das bricht vielen Unternehmen in unserem Land das Gnick. Es ist ja immer eine Abwägungsfrage. Nun ist es ja mittlerweile zum Glück so, dass in den Alten- und Pflegeheimen weitestgehend geimpft wurde. Das heißt, auch dieser Grund fällt weg, denn die meisten Menschen sind ja in den Alten- und Pflegeheimen gestorben. Übrigens, auch das geht auf das Konto der Bundesregierung, die es nicht vermocht hat, wenigstens zur zweiten Welle dafür zu sorgen, dass in den Alten- und Pflegeheimen eine Teststrategie da ist, dass da wirklich immer geschaut wird, dass da keine Kontakte auftauchen mit infizierten Personen. Das hätte man frühzeitig machen müssen. So und dieser Grund ist jetzt aber weggefallen. Zum Glück der. Und deswegen ist es jetzt geboten, auch endlich die Wirtschaft wieder machen zu lassen. Wir sehen heute die Zahlen der Lufthansa. 6,7 Milliarden Verlust. Wir haben gerade 9 Milliarden investiert. Davon ist also zwei Drittel schon wieder weg. Und die Briten, die haben jetzt ansteigende Buchungszahlen. Die können wieder los, weil fast die Hälfte der Bürger dort, die sich impfen lassen wollte, auch geimpft wurde. Ich fasse mal zusammen oder ich versuche zu übersetzen. Sie sagen Lockdown Ende jetzt sofort und auf der Stelle. Und das in einer Situation, wo wir heute wieder 11.000 neue Infektionszahlen haben. Die Zahlen sind stabil, aber wir sehen doch, die Inzidenzzahlen sind doch auch nicht sehr aussagekräftig. Man muss auf sie schauen. Das ist aber ein schlechter Indikator. Denn je mehr wir testen und wir wollen ja nun in eine Teststrategie hineinkommen irgendwann. Wir sehen ja heute, dass die Schnelltests noch nicht mal bestellt wurden von Jens Spahn. Also auch da Versagen der Bundesregierung. Aber wenn wir mehr testen, finden wir auch mehr Fälle. Das heißt, die Inzidenzzahlen bleiben per se hoch. Dann haben wir die falsch positiven Fälle. Also es wird immer eine höhere Inzidenz geben. Wir können uns auf diese Basis nicht versteifen. Deswegen machen wir jetzt auch eine Gesetzesänderung, um darauf einzugehen. Im Bundestag, wo wir die Fragen jetzt gleich in der zweiten Lesung zum Infektionsschutzgesetz, wo wir weitere Aspekte einbeziehen können. Die Inzidenzzahl ist nicht der einzige Wert, der eine Berücksichtigung findet bei der Frage, was wird geöffnet, was nicht. Sondern es ist auch die Frage, wie viele Leute sind in den Krankenhäusern, wie hoch ist die Intensivbettenbelastung, wie viele der über 80-Jährigen sind geimpft, auch der zwischen 60- und 80-Jährigen. Und da kommen wir jetzt einfach in ein viel besseres System. Denn, Herr Reumhardt, recht, ein Großteil dieser Gruppe ist jetzt geimpft. Und dementsprechend wird die Todesfallrate sehen. Nichtsdestotrotz bedeutet diese Krankheit auch für einige Junge, sieht das in Großbritannien, eine große Gefahr. Und deswegen kann man das auch nicht kleinreden, sondern muss behutsam vorgehen. Jetzt sagen Sie, die Inzidenzwerte spielen nicht die entscheidende Rolle. Aber nun haben wir gestern diese schöne Grafik gesehen, die auf einen DIN-A4-Zettel passt. Die Öffnungsschritte, die fünf, die jetzt folgen sollen. Und obendrüber waren ausschließlich immer die Inzidenzwerte als Orientierung für die nächsten Schritte, die kommen sollen. Also ganz so ist es ja nicht, dass es keine Rolle mehr spielt. Das ist nicht die entscheidende und alleinige Rolle, sondern es gibt eben weitere, auch den R-Wert. Wir machen jetzt das Gesetz, das Gesetz im Bundestag. Und das ist maßgeblich, ich bin mir auch sicher, dass regional immer sehr genau geschaut werden kann und auch muss, welche Maßnahmen entschieden werden. Ich nehme mir ein Beispiel. Bei mir in Weimar waren die Inzidenzzahlen immer sehr gut, um die 70 rum. Dann hat mir ein Ausbruch in einem privaten Träger eines Pflegeheims mit 30 Todesfällen. Und auf einmal ist es durch die Decke gegangen bei den infizierten Zahlen. Das war aber lokal begrenzbar. Und deswegen, das sind die wichtigsten Orientierungspunkte, aber sie sind nicht die einzigen, das wollte ich damit sagen. Und wir werden noch einige Zeit aufeinander aufpassen müssen, auch Abstand halten müssen. Ich schätze bis zum Juni in dem Dreh herum. Und das Entscheidende ist jetzt impfen, impfen, impfen. Herr Holm, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wo denn die Partei oder wo Ihre Fraktion inzwischen angekommen ist, was die Erkenntnis angeht, ob wir hier eine Pandemie haben oder nicht. Weil man hört immer wieder einzelne Stimmen, auch aus Ihrer Fraktion, die sagen, ja, Covid-19 ist da. Aber eine Pandemie ist es nicht und dramatisch ist es schon gerade gar nicht. Weil hat es vergleichsweise mit den Grippewellen auch immer gegeben. Wie ist der Stand der Dinge bei Ihnen? Also es kann ja niemand von der Hand weisen, dass es sich um eine Pandemie handelt. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und da macht die Bundesregierung aus unserer Sicht viele, viele Fehler oder kommt überhaupt nicht voran. Sie haben das Thema Impfen angesprochen. Jens Spahn hatte ja immerhin versucht, möglichst schnell an Impfstoffe zu kommen. Da ist ihm die Kanzlerin in die Parade gefahren, sodass wir jetzt immer noch warten auf die Impfdosen, die wir eigentlich bräuchten, damit diejenigen, die sich impfen lassen wollen, auch schnell geimpft werden können. Wir hängen doch völlig hinterher. Die Briten, wie gesagt, haben jetzt über ein Drittel schon geimpft. In Israel sind es über 50, ich glaube fast 60 Prozent mittlerweile. Wir stehen bei fünf. Selbst Marokko hat uns abgehängt mit 10 Prozent Impfquote. Die doppelte Impfquote in Marokko. Das kann es doch wohl nicht sein. Und wenn wir mehr Leute geimpft hätten, dann könnten wir natürlich auch etwas mehr lockern, als das, was jetzt geplant ist. Die Tests sollen jetzt quasi der Türöffner sein für weitere Öffnungsschritte. Es soll schnell getestet werden. Es soll auch kostenlos getestet werden. Dann kommen die Selbsttests in absehbarer Zeit angeblich noch dazu. Was macht Sie so sicher, dass das Ganze funktioniert? Weil da sind ja doch Täuschungen und Schummeleien durchaus Tür und Tor geöffnet, insbesondere bei den Selbsttests. Andersrum gefragt, wie wollen Sie sicherstellen, dass das tatsächlich alles mit rechten Dingen zugeht? Oder wie wollen Sie es überprüfen und kontrollieren? Ja, wir sind ein freiheitliches Land mit einer Verantwortung des Einzelnen auch. Und ich setze auch die Verantwortung jedes Einzelnen in Deutschland. Sonst hätten wir mit 84 Millionen Menschen auf so engem Raum, wie wir leben, auch diesen Lockdown gar nicht überlebt im Sinne von politisch und auch gesellschaftlich. Und diese Selbsttests, da werden Sie sehen, wenn Sie den Nutzen, den wird es im Handel geben, ob Sie infiziert sind oder nicht. Und da gehe ich mal, so wie ich die Bevölkerung in Deutschland kenne, bei 9 von 10 davon aus, sie sind krank, sie sind infektiös, dass sie sich dann auch einen PCR-Test, das ist der weitergehende Test machen und auch krankschreiben lassen oder isolieren. Vielleicht gibt es ein oder zwei, die das nicht tun. Aber die müssen Sie im Zweifel im Kauf nehmen, weil wir können nicht die totale Kontrolle über alles haben. Und wir werden damit schon viel, viel mehr Infektionen oder infizierte Menschen entdecken können, die sich selbst auch und damit auch diese Ketten durchbrechen. Ich bin jedenfalls dagegen, dass wir hier ein Regime aufziehen, wo man sich quasi nur noch, also nicht auf Eigenverantwortung setzt. Der zweite Punkt ist, es wird diese Selbsttests nochmal geben, die auch von den Unternehmen dann gemacht werden, wo man auch ein Zertifikat letztendlich kriegt von einem Testzentrum. Die werden mehr Sicherheit geben und die werden auch eine Garantie sein können, dass man sich im öffentlichen Raum vielleicht den Geschäften anders noch besser bewegen kann. Sie haben das in Teilen schon angesprochen. Wie würde denn Ihre Strategie aussehen für die nächsten Wochen und Monate? Wir müssen jetzt endlich dafür sorgen, dass die Unternehmen wieder arbeiten können. Aber das tun Sie überwiegend, ja. Das tun Sie überwiegend. Da sprechen Sie jetzt etwas sehr gelassen aus, was andere nicht so gelassen nehmen können. Schauen Sie, die ganze Industrie arbeitet. Es arbeitet die Industrie, aber es gibt doch viele Mittelständler, die nicht arbeiten können. 750.000 Unternehmen sind von der Insolvenz bedroht. 750.000 Unternehmen. Das muss man sich vorstellen. Das Thema Tourismus ist zum Beispiel hier in dem Papier überhaupt nicht adressiert. Bei mir in Mecklenburg-Vorpommern haben wir Inzidenzen in meinem Wahlkreis von unter 30. Die dürfen nicht aufmachen, die Hoteliers, die Gastronomen. Keine Chance. Nach Mallorca kann man fliegen, bei uns darf man keinen Urlaub machen. Das ist doch völlig irre, so was. Das haben Sie den Zustand beschrieben. Die Frage war, was würden Sie machen? Wir wollen öffnen, das ist ganz klar. Wir müssen den Unternehmen jetzt Gelegenheit geben, wieder arbeiten zu gehen. Natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, das ist völlig klar. Und wir brauchen die massive Teststrategie. Wo bleiben denn die Tests, die noch nicht mal bestellt sind? Das ist tatsächlich ja ein richtiger Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Infektionsketten durchbrechen. Das geht natürlich über Tests. Dann müssen wir aber auch die Inzidenzzahlen nicht als absolut setzen. Und die tauchen hier fast 20 Mal drin auf. Wir müssen dann die Inzidenzzahlen auch in Beziehung setzen zur Anzahl der Tests. Nur dann bekommen wir ein reales Ergebnis, auf das wir bauen können. Okay, da haben wir, glaube ich, so viel Dissens in der Summe dann überhaupt gar nicht. Reden wir über den Gesetzentwurf zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen. Ich habe es schon gesagt, Infektionsschutzgesetz ist betroffen, Sozialgesetzbuch 5 und 11, das Pflegezeitgesetz, Bevölkerungsschutzgesetze zudem und einige andere mehr. Warum ist das nötig, was Sie da heute machen wollen? Weil wir die Feststellung der epidemischen Lage, das macht ja der Bundestag, die muss jetzt wieder neu festgestellt werden, weil sie ist bis Ende März befristet oder nur bis daheim entschieden worden. Wir brauchen aber aufgrund der Situation eine Verlängerung. Wir haben dieses Gesetz nochmal an vielen Punkten angeschärft, auch bei der Frage, nach welchen Kriterien können dann oder welche Werte neben den Inzidenzen sind hinzuzuziehen, um Grundrechtseinschränkungen in Kauf zu nehmen oder auch anzuweisen oder auch hinzustellen. Das macht es rechtssicherer und es ist der Ordnungsrahmen für die Seuchen- und Pandemiebekämpfung. Von daher, dieses Gesetz ist notwendig. Wahrscheinlich eines der wichtigsten, was wir in diesem Jahr noch in dieser Bundestag noch beschließen wird. Und wir haben eine Evaluierung auch noch mit drin für den nächsten Bundestag. Wo manche sagen, die kommt eigentlich zu spät. Ja, ich meine, das muss man mit Augenmaß und auch mit genügend Sachkenntnis dann auch machen, wenn man darüber den Weg ist, um für die Zukunft zu lernen. Ich glaube, wir sind mitten noch in einem Lernprozess. Da sind einige Fehler gemacht, wo wir uns überhaupt nicht bestreiten. Und die werden wir auch für dieses Gesetz und eine Evaluierung für den nächsten Bundestag quasi mit einbringen. Weil wir bei der solchen Bekämpfung, glaube ich, mit dieser Staken, die wir hier hatten, einiges noch lernen müssen. Fortgeltung der epidemischen Lage, richtig oder falsch, Herr Holm? Wir haben eine epidemische Lage. Das ist durchaus der Fall. Aber das, was wir beschließen sollen, das führt natürlich zu weit. Ich habe es angesprochen. Wir müssen jetzt in die Öffnung hineingehen. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die betroffen sind von dieser Pandemie, geschützt werden. Das ist in den Alten- und Pflegeheimen, dort, wo die meisten Menschen gestorben sind, geregelt. Also das brauchen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt eine Öffnung hinbekommen. Deswegen lehnen wir das auch entsprechend ab. Würden Sie es anders formulieren? Würden Sie andere Vorgaben machen zu dieser Fortgeltung, zu diesem Gesetzentwurf, der heute beschlossen werden soll? Oder würden Sie generell sagen, irgendwie brauchen wir gar nicht? Nein, die brauchen wir nicht so festgestellt. Weil wir glauben, dass es jetzt Zeit ist, die Grundrechte wiederherzustellen. Wir erleben ja jetzt ein völliges Überschießen auch des Staates in vielerlei Hinsicht. Wenn wir uns die Dinge anschauen, die draußen passieren, da sind Jogger unterwegs auf freier Strecke, die werden angehalten, weil sie keinen Mundschutz tragen und so weiter und so fort. Wir haben so viele Dinge, die falsch laufen. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt einfach nicht mehr. Wir brauchen eine Öffnung, damit unsere Unternehmen wieder arbeiten können, die nämlich genau das finanzieren. Auch das Gesundheitswesen, das wir im Moment so stark brauchen. Abschließend glauben Sie, denken Sie beide, dass die Beschlüsse von gestern eher ein Signal sind an die Bevölkerung, dass sie sich wieder entspannter und lockerer verhalten können, auf Abstände nicht mehr so achten müssen, weil die Politik ja Lockerungsschritte gehen will? Oder denken Sie, dass die Leute so vernünftig sind, dass sie sagen, okay, verstehe, ich muss mich zusammenreißen, irgendwie dann erreiche ich das und das? Ich hoffe das sehr, denn wir haben im Freien kaum Infektionen. Deswegen ist der Punkt, wenn ich den Jogger angeließe, das Beispiel würde ich bestätigen, das ist Quark. Das sind aber Übersprungshandlungen, die dann auch von den Gerichten im Zweifel zurückgezogen werden oder von den politischen Verantwortlichen. Und wir brauchen aber insbesondere, um die Schulen offen halten zu können, die ja im Innenraum stattfinden, und für die Bildung der Kinder ist das Entscheidende, dass sie es können, brauchen wir gerade im Privaten keine Partys, keine Feiern, Abstand halten, dann schaffen wir es in drei Monaten auch. Ich bin gestern Abend auch wieder eine Runde gelaufen, ich bin nicht ein einziges Mal angehalten worden, übrigens seit über einem Jahr, habe aber gestern wieder große Gruppen zusammensitzen sehen und zusammenstehen, sehr eng, sehr nah, sehr dicht, und habe mich dann schon gefragt, ob die Botschaft, die da gestern später im Laufe des Abends angekommen ist, vielleicht dann doch die richtige ist. Was ist aus Ihrer Sicht die Botschaft von gestern? Das ist eine gute Frage, dazu müsste man erstmal durchsteigen, was da an Beschlüssen gefasst worden ist. Da muss man ja schon sehr, sehr lange studieren. Und Otto Normalbürger kann das gar nicht nachverfolgen, das geht gar nicht. Dafür hat Otto Normalbürger uns unter anderem, aber gut. Ja, aber Sie sehen es doch, also diese Seiten, die wir hier lesen, wir sehen diese Riesentabelle, die niemand versteht, der Bürger kommt doch gar nicht mehr mit, mit diesen ganzen Regelungen, er kann das gar nicht nachverfolgen, der muss günstigstenfalls den ganzen Tag überarbeiten. Also gar keine Regeln mehr? Was heißt Regeln? Wir brauchen natürlich Regeln, aber wir können diese Strategie nicht weiter fortsetzen, das ist klar. Wir brauchen jetzt wieder Freiheit für die Bürger, Freiheit für die Unternehmen, Abstands- und Hygieneregeln sind natürlich einzuhalten, das ist auch wichtig. Jetzt ist unsere Zeit zu Ende. Ich hätte gerne noch über den ständigen Epidemierat mit Ihnen gesprochen, aber das haben wir nicht geschafft, holen wir vielleicht irgendwann mal nach. Also das klingt so ein bisschen nach Pandemierat, den auch die Grünen wollen und ähnlich. Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier waren. Sie müssen reinflitzen. Auch Ihnen vielen Dank, Herr Holm. Und meine Damen und Herren, Sie haben vielleicht im Hintergrund den Gong gehört und Sie sehen auf jeden Fall auch den Bundestagspräsidenten. Und deswegen gebe ich jetzt mal ganz fix rein. Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliere ich nachträglich dem Kollegen Klaus-Peter Wils zu seinem 60. Geburtstag. Im Namen des ganzen Hauses wünsche ich alles Gute für das neue Lebensjahr. Für den ausgeschiedenen Kollegen Michael Läutert ist der Kollege Dr. Axel Trost als Mitglied des Bundestags nachgehört. Ich begrüße Sie im Namen des ganzen Hauses, wünsche gute Zusammenarbeit, werde Ihnen leicht fallen, Sie sind nicht ganz neu in solchen Bundestagen. Auch Verlangen der Fraktionen der CDU, CSU und SPD findet heute nach den Ohne-Debatte-Punkten eine aktuelle Stunde mit dem Titel Weitere Eskalation der Gewalt in Myanmar stoppen und demokratische Rechte wiederherstellen statt. Die von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen verlangte aktuelle Stunde zum Thema Vertrauensverlust von demokratischen Institutionen entgegentreten, Transparenz von politischen Entscheidungen stärken, wird morgen im Anschluss an Tagesordnungspunkt 32 aufgerufen. Tagesordnungspunkt 8 d wird abgesetzt. Jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 8a bis 8c sowie Zusatzpunkt 3, Beratung mehrerer Vorlagen zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen. Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD liegen ein Änderungsantrag der Fraktion der FDP, einen Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke und einen Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Über den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Diese Aussprache eröffne ich hiermit und erteile das Wort dem Kollegen Rudolf Henke, CDU-Cesum. Das ist ein komplexes Gesetzgebungsverfahren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und Politik ist nichts anderes als Medizin im Großen. Kein Satz von mir, kein Satz, den nur ich zitieren könnte. Das ist der Satz von Rudolf Virchow, der hier in Berlin Direktor der Pathologie an der Charité war, der gleichzeitig Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, des Preußischen Landtags und des Reichstags über Jahrzehnte gewesen ist und der ein Verständnis des Verhältnisses von Wissenschaft in der Medizin und Politik geprägt hat, wie wir es heute anwenden können und müssen, in einem Maß, wie es viele von uns sich nie hätten träumen lassen. Ich glaube, dass unsere Aufgaben, die wir fördern und voranbringen müssen, darin bestehen, die weitere Reduktion von Neuinfektionen in unserem Land voranzubringen, die Unterbrechung der diffusen Zirkulation von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung zu betreiben, eine Vermeidung eines Wiederanstiegs der Fallzahlen anzustreben, indem die grundlegenden Verhaltensregeln A und L sowie eine Selbstisolierung bei Krankheitssymptomen von der Bevölkerung weiter praktiziert werden, indem wir mit effektiver Testung und Kontaktpersonennachverfolgung die Zahl der Neuinfektionen niedrig halten, damit der öffentliche Gesundheitsdienst neu auftretende Fälle nachverfolgen kann, damit Quarantäne und Isolation überall, wo erforderlich, praktiziert werden kann und damit Ausbruchsuntersuchungen durchgeführt werden können. Wir brauchen einen umfassenden Einsatz der Impfprävention. Wir können erkennen, dass Impfprävention hilft. Ich erinnere an den 23.12.2020, als wir in den nordrhein-westfälischen Pflegeheimen vor dem Start der Impfkampagne eine Anzahl von über 5.200 infizierten Menschen hatten, die dadurch in größte Gefahr gekommen sind. Wir haben in dieser Woche erlebt, dass, nachdem praktisch alle Bewohner von Altenheimen durchgeimpft sind, in Nordrhein-Westfalen die Zahl der noch von der Krankheit Befallenen in den Heimen auf 560 gesunken ist. Das zeigt, wie sehr Impfprävention wirkt. Impfung ist eine starke Waffe in der Auseinandersetzung mit der Pandemie. Das zeigt auch, dass wir mit der Intensivierung der Impfkampagne den Schutz besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen ernst nehmen und dass wir damit wirksam sind. Das RKI hat gestern seinen neuen Bericht zu besorgniserregenden SARS-CoV-2-Virus-Varianten vorgestellt. Die britische Variante macht in Deutschland mittlerweile rund 46 Prozent aus. Zugleich haben wir rund 2.800 COVID-19-Patientinnen und Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Das entspricht dem Höchststand der Welle im Frühjahr 2020, der ersten Welle. Allein das zeigt, dass wir uns ohne jeden Zweifel weiter in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite befinden. Deshalb ist es gut und richtig, wenn wir heute so fraktionsübergreifend wie möglich auch das rechtliche Fortbestehen nach dem Infektionsschutz über den 31.03.2021, wenn die derzeitige Feststellung ausläuft, festhalten und für die Zeit ab April festlegen. Wir haben oft über die Rolle des Deutschen Bundestages in der Pandemiebekämpfung debattiert. Und gerade nachdem gestern die Ministerpräsidenten der Bundesländer bei der Bundeskanzlerin getagt haben, freue ich mich, dass unser Haus fraktionsübergreifend so voll besetzt ist, wie es ist. Und ich fände es nicht schlecht, wenn wir nicht nur immer hier die Bundeskanzlerin, den Bundesminister für Gesundheit, den Bundesminister für Wirtschaft zur Rede stellen und zur Verantwortung ziehen würden. Ich rege an, dass sich vielleicht der eine oder andere Ministerpräsident auch mal überlegt, ob er sich diesem Haus mal stellt, wenn er so etwas veranstaltet, wie wir es gestern erlebt haben. Wir haben Konsequenzen aus den Debatten gezogen. Und diese Konsequenzen sind im Wesentlichen, dass wir eine Rechtsgrundlage für die Impfverordnung des BMG neu fassen und in das Infektionsschutzgesetz einfügen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir über die Inzidenz hinaus weitere Kriterien im Gesetz festhalten, sowohl die Frage der Reproduktionsziffer als auch die Anzahl der Geimpften, als auch die Belastungssituation im Gesundheitswesen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir eine Evaluation mit unabhängigen Wissenschaftlern betreiben, die ihr Ergebnis bis Ende 2021 vorlegen, und dass wir von der nächsten Bundesregierung erwarten, sich dann dazu zu verhalten, sodass wir dann eine Debatte darüber kriegen, welche Konsequenzen für die Gestaltung des Infektionsschutzgesetzes daraus zu ziehen sind. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir bei den Kompetenzen, die wir dem Bundesminister für Gesundheit übertragen, durch die Streichung des Wortes insbesondere an vier Stellen eine Konkretisierung des Auftrags vornehmen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, dass der Bundestag seine Rolle mit der Verabschiedung dieses Gesetzes stärkt. Und deswegen bitte ich Sie alle sehr herzlich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rudolf Henker aus der Unionsfraktion hat die Debatte eröffnet über einen Gesetzentwurf, in dem die Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen fortgeschrieben werden sollen. Wir haben zwischendrin die Abkürzung BMG gehört. Nur zur Sicherheit, das ist das Bundesministerium für Gesundheit. Und er hat einen Blick immer wieder zur linken Seite geworfen von ihm aus. Das ist die Bank der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, also der Länder. Und da vermisst er doch den einen und anderen. Aber die Bank ist tatsächlich komplett leer. Robby Schlund aus der AfD-Fraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, nur noch ein Drittel der Bevölkerung halten eine Beibehaltung der Corona-Maßnahmen für sinnvoll. Immer mehr Mittelständler stellen sich die Existenzfrage. Und die psychischen Krankheiten durch den Dauer-Lockdown steigen exorbitant. Der Mittelstand in Deutschland steht vor der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Arbeitslosigkeit, Betriebsschließung und Insolvenzen beherrschen in Deutschland die Tagesordnung. Die Corona-Pandemie ist längst nicht mehr nur ein gesundheitspolitisches, sondern mittlerweile auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Umso unverständlicher ist es, dass statt kurz-, mittel- und langfristiger Lösungen ein chaotisches Krisenmanagement angeboten wird. Mit fehlenden Öffnungs- und Unterstützungsperspektiven. Wir brauchen kein Gesetz für den Fortbestand einer epidemischen Lage. Was wir aber brauchen, meine Damen und Herren, was wir in der Tat brauchen, ist ein Rastermanagement, welches die AfD bereits seit Februar 2020 fordert. Dies gilt es umzusetzen und Aufmerksamkeit zu schenken. Aber was, meine Damen und Herren, ist denn nun der große Unterschied zu dem, was hier gerade in Deutschland stattfindet? Bei unserem Rastermanagement werden die Risikogruppen und Erkrankten bei gleichzeitigen Aufrechterhalten systemrelevanter gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse geschützt. Eine indirekte Bestätigung erfuhr ich dazu bei einem Gespräch mit dem Chef des russischen Gesundheitsausschusses im Oktober letzten Jahres, Herrn Dr. Morossov. Denn in Russland setzt man ein ähnliches Konzept mit Expertenkommissionen ein, wie wir die AfD es fordern. Ergänzt wird das Ganze durch einen staatlich organisierten Freiwilligendienst, um die Risikogruppen und Erkrankten effektiv zu unterstützen. Einen neuerlichen Lockdown gab und gibt es in Russland nicht. Und schauen wir uns die aktuellen Daten der Hopkins-Universität an, wird schnell deutlich, dass es keinen Zusammenhang, ich betone, keinen Zusammenhang zwischen den Sieben-Tages-Inzidenzen und den Todesraten bei Lockdown-Maßnahmen und eben keinen Lockdown-Maßnahmen gibt. So liegt zum Beispiel die Sieben-Tages-Inzidenz wie auch die Corona-Todeszahlen bezogen auf die Gesamtbevölkerung, um circa die Hälfte niedriger als in Deutschland oder in Österreich. In Anbetracht des weniger effizienten Gesundheitssystems in Russland zeigt sich deutlich, dass es auf jeden Fall an dem Management liegt und nicht primär an der Gesundheitsversorgung ist. Trotz massiver Kritik aus dem Gesundheitsausschuss besteht aus unserer Sicht eben kein Widerspruch zwischen einem effizienten Expertenrat und der Forderung der Aufhebung der Feststellung der epidemiologischen Lage. Denn die epidemiologische Lage wird sozusagen benutzt, um Grundrechtseinschränkungen zu legitimieren. Deshalb plädieren wir für die sofortige Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Zweitens für die Beseitigung der Grundrechtseingriffe und Ermächtigung durch dieses Gesetz. Und drittens für die Entwicklung eines Rastermanagement-Konzeptes mit Expertenrat. Unter Berücksichtigung der drei Säulen des Pandemie-Managements. Schutz der Risikogruppen, medikamentöse Beeinflussung der Virusausbreitung und last but not least Prophylaxe sowie Impfstrategie auf freiwilliger Basis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bobby Schlund aus der AfD-Fraktion. Die AfD fordert in einem Antrag, der hier mitdiskutiert wird, unter anderem eine ständige Epidemie-Kommission einzurichten, die eine unabhängige, ausgewogene und umfassende Expertise für den Seuchenschutz in Deutschland sicherstellen soll. Dieses Gremium soll aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen zusammengesetzt werden. Und hier geht es weiter mit Sabine Dittmar aus der SPD-Fraktion. Das ist die gesundheitspolitische Sprecherin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fast genau vor einem Jahr musste das Parlament erstmals eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen. Wir haben damals gemeinsam mit dem ersten Bevölkerungsschutzgesetz wichtige gesetzliche Regelungen getroffen, um flexibel und schnell auf die Entwicklungen der SARS-CoV-2-Epidemie reagieren zu können. Wir haben die pandemiebedingten Regelungen im Infektionsschutzgesetz damals für ein Jahr befristet. Dies geschah in der Annahme, dass Corona heute schon längst der Vergangenheit angehören würde. Leider ist das nicht der Fall. SARS-CoV-2 hält weiterhin die Welt in Atem mit fast 150 Millionen Erkrankten und 2,5 Millionen Todesfällen. Und auch in Deutschland gibt es keine Entwarnung. Nach einem erfreulichen Rückgang der Neuinfektionen befinden wir uns seit Mitte Februar in einer Seitwärtsbewegung auf einem sehr hohen Niveau mit steigender Tendenz. Das Virus und mittlerweile maßgeblich die wesentlich infektiöseren Virusmutanten, die in Kürze auch das Infektionsgeschehen bestimmen werden, erfordern deshalb weiterhin ein konsequentes Handeln von uns allen. Und deshalb werden wir heute feststellen, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite weiter besteht. Wir werden weiter regeln, dass, wenn nach drei Monaten keine erneute Feststellung erfolgt, diese automatisch als aufgehoben gilt und damit auch alle verbundenen Rechtsverordnungen und Anordnungen ihre Gültigkeit verlieren. Und ich möchte an dieser Stelle mal ganz deutlich machen, weil ich in vielen Gesprächen den Eindruck gewinne, dass es immer wieder vermischt wird, wenn der Bundestag heute das Fortbestehen in der epidemischen Lage feststellt, heißt das nicht, dass die zur Bekämpfung von Corona getroffenen Maßnahmen auch auf Dauer fortbestehen. Schritt für Schritt wird zwischen Bund und Ländern über Lockerungsmöglichkeiten und über notwendige und angemessene Einschränkungen beraten werden. Und die Länder müssen bei der Umsetzung begründen, ob die Maßnahmen geeignet, erforderlich und angemessen sind. Und hierzu genügt es eben nicht, sich ausschließlich an den Inzidenzwerten zu orientieren. Wir müssen beispielsweise auch der R-Wert, die Belastung des Gesundheitssystems, die Impfquote oder neue Testmöglichkeiten mit berücksichtigt werden. Und das haben wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf auch noch mal ganz deutlich festgestellt. Meine Damen und Herren, ich kann den Wunsch nach Lockerungen gut verstehen. Es geht uns ja allen so. Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Touristiker, Kulturschaffende, wir alle brauchen eine klare Perspektive. Und genau das ist auch die Herausforderung. Denn das Abwägen zwischen Infektionsgeschehen und weiteren Lockerungen, das Für und Wider zwischen Öffnen und Aufrufen zum Durchhalten, es ist und bleibt eine Gratwanderung. Und allerdings kann dieser schmale Grat mittlerweile mit etwas mehr Zuversicht beschritten werden. Denn mit den Impfungen, mit den Tests und dank der digitalen Kontaktdatenerfassung haben wir neue und bessere Möglichkeiten zur Verfügung. Und deshalb bin ich froh, dass die Bund-Länder-Konferenz gestern nicht nur über Öffnungsstrategien, sondern vor allem auch über Impf- und Teststrategien gesprochen hat. Bei den Teststrategien bleiben für mich als Medizinerin allerdings noch einige Fragen offen. Ein Test pro Woche in Schule und Kita kann nur ein Anfang sein. Ich begrüße, dass wir nun endlich bei der Impfstrategie weiterkommen. Die großen Mengen an Impfstoffdosen auf Halde, die sind für mich völlig unakzeptabel. Und ein Ausdehnen des Intervalls zwischen erster und zweiter Impfung, ein Abschmelzen der Reserve für die Zweitimpfung und die hoffentlich zügige Anpassung der Stikoempfehlung bezüglich des Einsatzes von AstraZeneca, sind gute Signale. Und ich sage mit allen Nachdruck, neben einer deutlichen Kapazitätssteigerung in den Impfzentren müssen jetzt sehr zeitnah die Haus- und Facharztpraxen und auch die Betriebsärzte mit in die Impfstrategie integriert werden. Meine Damen und Herren, zum Ende meiner Rede möchte ich noch auf ein paar wichtige Veränderungen hinweisen, die wir im parlamentarischen Verfahren erreicht haben. Auf die rechtlichen Feinheiten wird mein Kollege Felchner eingehen. Aber für uns als Gesundheitspolitiker war es wichtig, den Pflegeschutzschirm unverändert fortzuführen. Da hatten die angedachten Regelungen zu großer Unsicherheit bei den Einrichtungsträgern geführt. Ich hoffe, diese Sorgen haben wir nehmen können. Wir passen auch die Entschädigungsregelungen im Infektionsschutzgesetz für Eltern, die pandemiebedingt Kinderbetreuung leisten, an die bereits erweiterten Regelungen zum Kinderkrankengeld im Sozialgesetzbuch an. Und wir haben die Prämienzahlung für besonders belastete Pflegekräfte und andere Krankenhausbeschäftigte erheblich ausgeweitet. Hierzu werden 450 Millionen Euro bereitgestellt. Und ich denke, die Beschäftigten haben diese Prämie mehr als verdient. Meine Damen und Herren, insgesamt legen wir Ihnen ein gelungenes Gesetz vor, das im parlamentarischen Verfahren wirklich entscheidende Veränderungen erfahren hat. Und ich denke, mit ein bisschen mehr Tempo beim Impfen einer gut durchdachten Teststrategie und wenn wir alle weiterhin achtsam und sorgfältig miteinander umgehen, werden wir peu à peu ein Stück Normalität zurückgewinnen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, bitte um Zustimmung zum Gesetz und bleiben Sie gesund. Wünscht die Ärztin Sabine Dittmar, auch Sprecherin für Gesundheitspolitik in der SPD-Fraktion und stößt damit auf Skepsis, wie wir sehen, bei der stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Fraktion Beatrix von Storch. Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist wieder eine Sprecherin für Gesundheitspolitik, diesmal allerdings aus der FDP-Fraktion Christine Aschenberg-Lugnus. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir als FDP-Bundestagsfraktion erkennen an, dass Sie einige unserer Forderungen in diesem Gesetzentwurf umgesetzt haben. So begrüßen wir, dass der Bundestag nunmehr mindestens alle drei Monate der Feststellung der epidemischen Lage zustimmen muss. Das haben wir schon sehr lange gefordert. Ebenso positiv ist, dass Impfziele für die Priorisierung jetzt im Gesetz aufgeführt werden und auch, dass bestimmte Schutzschirme verlängert werden. Das ist für die Akteure sehr wichtig. Leider haben Sie es aber nicht geschafft, die verfassungsrechtlichen Verstöße, die immer noch vorliegen, aufzuheben, meine Damen und Herren. Von Ihnen als Regierung wurde trotz öffentlicher Anhörung, trotz einhelliger Auffassung der Verfassungsrechtler, trotz Einschätzung der Leopoldina und des Ethikrates ganz einfach die Mute-Taste, also die Stummschaltung gedrückt und einfach auf Durchzug geschaltet. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Ich frage mich ernsthaft, wo ist die verfassungsrechtliche Expertise der Koalition geblieben? Ich sehe da nichts. Die Feststellung der epidemischen Lage alle drei Monate eröffnet dem Ministerium doch nach wie vor die Option, innerhalb dieser drei Monate Verordnungen ohne Zustimmung des Bundestages festzustellen. Und das geht nicht, meine Damen und Herren. Eine solche Dauergenehmigung ist verfassungswidrig. Sie umgehen hier den Parlamentsvorbehalt. Und das ist eine Missachtung des Parlaments. Sie wollen einfach nicht akzeptieren, dass Ihre Verordnungsermächtigung ohne Beteiligung des Bundestages einhellig als Verstoß gegen Artikel 80 Grundgesetz von allen Verfassungsrechtlern bewertet wird, meine Damen und Herren. Außerdem ist die Nennung von Impfzielen für die Priorisierung allein nicht ausreichend. Auch das haben Verfassungsrechtler bestätigt. Eine Impfpriorisierung, die ja im Moment leider noch aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit sein muss, diese muss gesetzlich normiert sein. Alles andere ist verfassungswidrig. Und leider, leider stellen Sie unseren Regelungsvorschlag immer wieder falsch dar, wenn Sie behaupten, er wäre zu statisch und zu unflexibel. Ich empfehle einfach mal einen Blick in unseren Änderungsantrag. Auch wir wollen eine Verordnungsermächtigung, um schnell auf neue Impfstoffe oder auf eine Anpassung der Priorisierung reagieren zu können. Auch wir wollen Flexibilität. Auch wir wollen Impfungen in Arztpraxen und von Betriebsärzten. Aber, und das weigern Sie sich leider zu akzeptieren, das kann nur mit Zustimmung des Deutschen Bundestages geschehen, meine Damen und Herren. Und genau das steht in unserem Änderungsantrag. Denn die Frage, wann wer geimpft wird, hat nun mal Auswirkungen auf Leben und körperliche Unversehrtheit der Menschen. Wir benötigen Rechtssicherheit und als Fraktion, die die Rechtsstaatlichkeit sehr hoch hält, ist uns das besonders wichtig. Meine Damen und Herren, leider müssen wir aufgrund des Missmanagements bei der Impfstoffbeschaffung auch weiterhin priorisieren. Und deshalb kommt es beim Wettlauf gegen das Virus aufs Tempo beim Impfen an. Da hakt es noch gewaltig. Deswegen gehen wir erneut in Vorleistung und bringen morgen einen Antrag für ein nationales Impfportal in den Deutschen Bundestag ein. Dass Impfdosen auf Halde liegen und nicht verimpft werden, das ist ein Zustand, den wir nicht akzeptieren können und der beendet werden muss. Meine Damen und Herren, das Impfmanagement der Bundesregierung hat der Politik und dem Ansehen Deutschlands einen schweren Schaden zugefügt. Platz 22 in Europa, Platz 40 in der Welt, das ist doch einfach nicht hinnehmbar. Das ist doch eine Schande und das muss geändert werden. Des Weiteren kritisieren wir an dem Gesetzentwurf, dass die Schutzschirme nicht ausreichend aufgespannt werden. Es fehlen wichtige Akteure, wie zum Beispiel die Hebammen, Heilmittelerbringer und Zahnärzte, die jetzt in dem Schutzschirm nicht berücksichtigt werden. Im Ergebnis werden wir ihr Gesetz ablehnen. Vielen Dank. Christine Aschenberg-Dugnus war das, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Sie sieht verfassungsrechtliche Defizite im Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen und eine Missachtung des Parlaments. Und deswegen hat die FDP-Fraktion hier auch Änderungsanträge vorgelegt zu diesem Gesetzentwurf. Susanne Ferschl ist die nächste Rednerin, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, die pandemische Lage besteht weiterhin. Das belegen die aktuellen Zahlen. Deswegen sind auch weiter Maßnahmen notwendig. Das ist unstrittig. Aber das, was wir hier seit einem Jahr erleben, ist nichts anderes als Chaos und Planlosigkeit. Es fehlt nach wie vor an Transparenz, an demokratischer Beteiligung des Parlaments und an einer klaren Strategie. Gestern tagte wieder die Ministerpräsidentenkonferenz samt Kanzlerin. Und mir kommt es langsam so vor wie täglich grüßtes Murmeltier. Stundenlanges Spektakel im Kanzleramt drinnen und stundenlanges Warten draußen auf die Ergebnisse. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber die Debatten gehören raus aus dem Kanzleramt und rein hier ins Parlament. Frau Bundeskanzlerin, Sie halten es seit einem Jahr nicht für notwendig, zumindest vor dieser Runde hier eine öffentliche Regierungserklärung abzugeben. Nicht mal im Nachgang. Das ist doch an Ignoranz kaum zu überbieten. Öffentlichkeit würde für Transparenz sorgen und zu manchen wilden Theorien vorbeugen. Umso entsetzter bin ich, dass Union und SPD gestern im Gesundheitsausschuss mit den Stimmen der AfD einen Unterausschuss beschlossen haben, der nicht öffentlich hinter verschlossenen Türen beraten soll. Das schlägt doch dem Fass den Boden aus. Liebe Union und liebe SPD, ich weiß nicht, wie Sie Ihre Rolle verstehen, aber unsere Aufgabe als Parlamentarier ist es doch, für Transparenz zu sorgen und wesentliche Entscheidungen selbst zu treffen und nicht der Bundesregierung zu überlassen. Die Fragen, ob man seinem Beruf nachgehen kann, ob es Ausgangssperren gibt, ob Schulen und Kitas geschlossen sind, das sind doch wohl wesentliche Entscheidungen. Und im Übrigen auch die Frage andersherum, wann wird denn wieder geöffnet? Das einzig Wesentliche, was der Bundestag in diesen Fragen beschlossen hat, war vor circa einem Jahr eine umfassende Verordnungsermächtigung der Bundesregierung und auch der Landesregierungen. Und was fällt Ihnen nach einem Jahr an Verbesserungen ein? Der Bundestag soll nun die epidemische Lage im Dreimonatsrhythmus beschließen. Tut er es nicht, gelten auch alle Verordnungen, die seit Anfang 2020 in Kraft getreten, nicht mehr, also auch Krankenhausfinanzierung, Arbeitsschutz und so weiter. Das ist doch lediglich eine Scheinbeteiligung des Parlaments. Regieren per Verordnung bleibt weiter möglich. Das ist mit uns nicht zu machen, und deswegen nehmen wir es ab. Und was bezüglich der Akzeptanz der Bevölkerung genauso ein großes Problem ist wie die fehlende Transparenz, das ist die fehlende Strategie. Im Vorfeld und auch im Nachgang dieser Ministerpräsidentenkonferenz wird, so würde man es zumindest in Bayern sagen, regelmäßig eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Jeder und jede hat andere Ideen und andere Vorschläge. Der eine erzählt, dass der Osterurlaub nicht möglich ist. Der Nächste erzählt, dass von bedeutenden Schritten der Öffnung, die es demnächst geben wird, die Inzidenzwerte, die gestern diskutiert werden, die für die Öffnungen maßgeblich sind, schwankten im Stundentakt zwischen 35, 50 und 100. Es ist nicht mehr nachvollziehbar. Und die bisherigen Öffnungsschritte muten zumindest seltsam an. Also während aktuell noch ganze Schulklassen im Homeschooling sind, haben Friseure seit 1. März wieder geöffnet. Also ich habe da nicht grundsätzlich was dagegen, aber warum ausgerechnet Friseure? Und warum ausgerechnet zum 1. März? Und warum sind eigentlich bayerische Baumärkte weniger infektiös als andere? Ich sage Ihnen, das ist alles nicht logisch. Das ist Willkür und keine Strategie. Wir sind uns einig, alle Freiheitseinschränkungen müssen so schnell wie möglich aufgehoben werden. Aber für Öffnungsszenarien ist Kontaktnachverfolgung ein breiter Zugang zu Impfstoffen und Schnelltests nötig. Und bei allen diesen Punkten hat die Bundesregierung bislang versagt. Die Corona-Warn-App hat gefloppt und die Gesundheitsämter sind über einen viel zu langen Zeitpunkt runtergespart worden, sodass die Kontaktverfolgung erschwert wurde. Ausreichender Impfstoff steht nach wie vor nicht zur Verfügung, auch weil sich die Bundesregierung standhaft weigert, die Lizenzen freizugeben. Und auf die angekündigten Schnelltests und Selbsttests warten wir noch, während unsere österreichischen Nachbarn damit schon lange arbeiten. Ja, natürlich ist die Lage dynamisch. Aber ein Jahr nach der Pandemie können die Menschen doch in diesem Land erwarten, dass sie Ordnung in dieses Chaos bringen. Und dazu gehört einem Parlament, und ich betone, im Parlament beschlossener Stufenplan, der regelt, welche Einschränkungen und welche Bedingungen gelten, und eine hier beschlossene Impf- und Teststrategie. Das alles fehlt in Ihrem Gesetzentwurf. Und nach zwölf Monaten hätte ich mir wirklich mehr erwartet. Und ich erwarte auch von dieser Bundesregierung, dass sie die Weichen für die Zukunft anders stellt. Wir brauchen Investitionen ins Bildungssystem. Das, was in dieser Pandemie mit Kindern und Jugendlichen passiert ist, das darf nie wieder passieren. Und der Gesundheits- und Pflegebereich muss endlich der Marktlogik entzogen werden. Es ist doch völlig irre, dass im letzten Jahr 20 Krankenhäuser geschlossen worden sind. Und abschließend bitte ich Sie, unserem Entschließungsantrag für eine Lohnersatzleistung für die pflegenden Angehörigen zuzustimmen. Denn es sind Menschen, die sehr häufig vergessen werden. Und die brauchen unbedingt ein soziales Sicherungsprogramm. Vielen Dank. Maria Klein-Schmeink ist die nächste Rednerin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen hier im Parlament. Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, wir diskutieren heute zwei wichtige Punkte unter diesem Tagesordnungspunkt in einer Situation, die ausgesprochen gefährlich und besonders ist. Wir sind in einer Situation, wo die Menschen es satt haben, nicht mehr nach draußen zu können, mit all den Lieben, die sie treffen wollen, wo sie große Sehnsucht haben, nach Kontakt, nach Kulturveranstaltungen, nach Erleben, nach Gemeinsamkeit. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Virusvarianten auf dem Vormarsch sind. Fast 50 Prozent aller Infektionen gehen mittlerweile auf diesen Virus zurück. Und wir wissen, dass das eine gefährliche Entwicklung ist, die viele unserer Bemühungen der letzten Monate hinfällig machen kann. Und deshalb ist es so wichtig, besonnen und achtsam und nachvollziehbar vorzugehen. Und genau das passiert heute nicht. Ja, wir werden heute der Feststellung der Fortsetzung der epidemischen Lage natürlich zustimmen müssen. Wir sind in dieser gefährlichen Situation. Das ist das eine. Aber wir sagen Nein zu diesem Gesetzesentwurf, der weiterhin nicht vorsieht, dass man im Infektionsschutzgesetz nachvollziehbar findet, was die Politik tun wird, was die Regierung tun wird, in welcher Lage, bei welcher Infektionsrate, mit welchen Maßnahmen und aus welchen Gründen. Wir haben immer gefordert, dass es einen Stufenplan geben muss, der Verlässlichkeit schafft, der Berechenbarkeit schafft, der Nachvollziehbarkeit schafft. Und genau das haben Sie mit diesem Gesetz nicht vorgelegt. Und um zu zeigen, wie das ist, gestern Abend sind Inzidenzwerte beschlossen worden. Die finden sich in diesem Gesetz überhaupt nicht wieder. Sie werden sofort schon eine Änderung des Gesetzes machen müssen, um diese Beschlüsse der MPK mit der Kanzlerin überhaupt umsetzen zu können. So ist die Sachlage. Und das zeigt, Sie haben es verschlafen. Sie haben es nicht hingekriegt, innerhalb von zwölf Monaten ein Infektionsschutzgesetz vorzulegen. Was nachvollziehbar ist, klar ist, rechtssicher ist und damit den Menschen Orientierung und Klarheit und Perspektiven gibt. Zusätzlich. Es fehlt eine stringente Teststrategie. Die Selbsttests kommen nicht vor. Es fehlt eine wirkliche Strategie für die Impfung. Auch da, die Risikogruppen bleiben weiterhin außen vor, werden sehr, sehr schleppend nur mit Terminen versorgt. Und es fehlt eine konsequente und gute digital gestützte Kontaktnachverfolgung. Auch das haben Sie verschlafen und nicht auf den Weg gebracht. Ich muss sagen, an dieser Stelle, Sie haben an vielen, vielen Stellen versäumt, wirklich voranzukommen, die Menschen mitzunehmen und ihnen Orientierung und Verlässlichkeit für die nächsten Wochen zu geben. Maria Klein-Schmeink aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wo sie nicht nur stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist, sondern auch Sprecherin für Gesundheitspolitik. Und sie hält den Stufenplan nicht für präzise genug, sieht auch die Beschlüsse von gestern Abend, beziehungsweise gestern Nacht nicht gedeckt durch den hier diskutierten Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion. Da haben wir im Hintergrund ein massives Nein, Nein gehört. Mal gucken, ob das hier noch jemand ausführt. Und jetzt der zuständige Minister für diese ganze Angelegenheit, Jens Spahn, zuletzt häufig kritisiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle sehen sich das Ende dieser Pandemie herbei. Die Zwölfjährige, die endlich wieder normal in die Schule gehen will und am Nachmittag ihre Freunde vermisst. Die 90-Jährige im Pflegeheim, die gerne wieder unbedarft Besuch von Kindern, Enkeln und Urenkeln hätte. Der freiberufliche Musiker, dessen Existenz von Konzerten abhängt, die aktuell nicht stattfinden können. Drei von unzähligen Beispielen. Ich kenne niemanden, der dieser Pandemie nicht leid ist. Niemand möchte Einschränkungen einen Tag länger als nötig. Aber wir sind noch in einer besonderen Lage. Die Pandemie ist noch nicht am Ende. Das zeigen die Zahlen in den Intensivstationen, die Zahl der Covid-19-Patienten, die immer noch zu behandeln sind. Das zeigen die Infektionszahlen. Das zeigt im Übrigen auch der Blick in unsere europäischen Nachbarländer. Deshalb ist es richtig, wenn wir als Bundestag heute feststellen, dass die epidemische Lage weiterhin andauert. Denn das entspricht der Lage. Auch wegen der Mutation ist die Lage dynamisch. Das Virus verändert sich. Die flexible Anpassung bleibt daher notwendige Strategie. Gerade in dieser schwierigen Phase, Frau Klein-Schmeink hat darauf hingewiesen, es ist schwierig, die richtige Balance zu finden. In dem Bedürfnis nach Normalität. Wir spüren ja alle nach zwölf Monaten der Pandemie diese Sehnsucht nach Normalität, wie auch viele Nerven wund gescheuert sind, und gleichzeitig der Notwendigkeit, eben diese Pandemie unter Kontrolle zu halten. Und wir ringen Abgeordnete, Fraktionen, Ministerpräsidenten. Wir suchen den Ausgleich der Interessen, so wie gestern, zehn Stunden, Bund und Länder. Es geht ja um was. Deswegen ist es auch richtig, dass gerungen wird. Es geht nicht um absolute Wahrheiten. Es geht um Abwägen und das Finden der richtigen Balance. Nicht der Einzelne gewinnt bei solchen Abwägungen, sondern wir gemeinsam, weil es um Schadensbegrenzung geht, um Balance zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlichen Folgen und sozialen Härten. Dreh- und Angelpunkt ist die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag. Das Parlament überführt die Rechtsgrundlage für diese Feststellung nun in eine dauerhafte Regelung. Erstmalig haben wir damit eine Pandemiegesetzgebung in Deutschland fest verankert. Das ist eine neue Qualität, ein großer Schritt. Ja, ein Schritt, wo wir aus den Lehren aus dieser noch anwährenden Pandemie weiter Schlüsse ziehen wollen. Das hat der Bundestag sozusagen mit dem Gesetz sich selbst aufgegeben, nach Ende der Pandemie diese Rechtsgrundlage weiterzuentwickeln, gemeinsam mit der Bundesregierung. Aber die Grundlage ist gelegt. Und von den vielen wichtigen Regelungen will ich auf zwei eingehen. Ich bin dankbar, dass Bund und Länder gestern unseren Vorschlägen, auch meinen Vorschlägen beim Testen und beim Impfen gefolgt sind. Es stehen mehr Tests zur Verfügung. Bei den Schnelltests übersteigt das Angebot mittlerweile deutlich die Nachfrage. Die Selbsttests werden in den nächsten Tagen nach den ersten Zulassungen an vielen Stellen im Land nach und nach. Es wächst auf, aber verfügbar sein. Ab dem 8. März, tatsächlich eine Woche später, ab nächsten Montag, wird der Bund die Kosten für einen Bürgertest übernehmen. Alle können sich regelmäßig kostenlos in einem der Testzentren vor Ort testen lassen. Die Länder haben deutlich gemacht, dass das Angebot nicht gleich überall gleichmäßig da sein wird. Aber viele, sehr viele Länder haben auch gesagt, dass sie staatlar sind. Wir setzen auf Vielfalt vor Ort. Es wird pragmatisch umgesetzt, flexibel, kreativ, in Böblingen, in Tübingen, Schmalkalden, in vielen anderen Landkreisen bereits. Der Bund setzt den Rahmen, rechtlich und finanziell. Der Bund übernimmt die Kosten, umgesetzt wird vor Ort. Dafür muss der Bund auch gar nicht, wie ich heute lese, die Tests irgendwie zentral beschaffen. Das ist zentrale Planung und wird meistens den Gegebenheiten vor Ort gar nicht gerecht. Die Tests sind verfügbar. Wir setzen den Rahmen. Wir haben eine gemeinsame Strategie, in welchen Kontexten wer wie häufig getestet wird. Und dann wird das vor Ort gelebt. Das ist bis jetzt ein sehr gutes Erfolgsrezept in dieser Pandemie. Und das setzen wir auf Grundlage dieses Gesetzes fort. Und zum Impfen, Impfen wirkt, das sehen wir jetzt schon. Der Kollege Henke hat darauf hingewiesen. Über 5,5 Prozent der Deutschen sind geimpft. Zuerst die besonders verwundbaren. Und wir sehen die täglichen Meldungen, wie der Schutz dabei wächst. Ab April werden die Arztpraxen routinemäßig mitimpfen. Jeden Tag, Zigtausende, Hunderttausende später, Millionen. Wir müssen schneller werden. Weil der Impfstoff am Anfang knapp, kommt er jetzt in steigender Menge. Impfdosen, die da sind, müssen schnellstmöglich verimpft werden. In den Impfzentren der Länder, in den Arztpraxen, später auch bei den Betriebsärzten. Das ist die berechtigte Erwartung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist auch meine Erwartung und mein Ziel als Bundesminister für Gesundheit. Und auch der Rahmen für das Impfen, die Organisation, die Finanzierung, die noch notwendige Priorisierung, all das fußt in diesem Gesetz und auf der Feststellung der epidemischen Lage. Und daher, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Umsicht beim Öffnen hin zu mehr Normalität. Mehr Testen, um diesen Weg zu mehr Normalität abzusichern. Schneller Impfen, um den beschwerlichen Weg raus aus der Pandemie und umkehrbar zu machen. Das wird nun das zweite Frühjahr in der Pandemie. Wir sind noch mittendrin. Das Virus hat noch nicht aufgegeben. Aber alles spricht dafür, dass das das letzte Frühjahr in dieser Pandemie wird. Mit Umsicht, Testen, Impfen machen das möglich. Dafür legt dieses Gesetz die Grundlage. Und daher bitte ich um Ihre Zustimmung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einer über weite Strecken eher allgemein gehaltenen Rede. Zuletzt war er ja viel kritisiert worden wegen Ankündigungen, die er nicht habe einhalten können. Und möglicherweise auch deshalb hat er noch mal darauf erwiesen, dass sein Ministerium bzw. die Bundesregierung nicht ausschließlich und schon gar nicht allein verantwortlich sei für die Beschaffung von Tests. Auch das war ihm ja zuletzt heftig vorgehalten worden, vor allem gestern im Hinblick auf die Bund-Länder-Runde. Jetzt Stefan Brandner für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der zweiten Hälfte dieser Debatte stellt sich eine grundsätzliche Frage, nämlich die nach dem Warum. Warum wird diese Debatte hier und heute eigentlich geführt? Und weil ich am Rednerpult stehe, meine Damen und Herren, beantworte ich die Frage gleich selber, weil Merkel und Co. es nicht können. Seit über einem Jahr gelingt es dieser Regierung nicht, die Corona-Herausforderungen auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen. Seit über einem Jahr wird hilflos und planlos herum dilettiert, erst gar nicht und wenn, dann falsch agiert und versucht, eine Krise im 21. Jahrhundert mit den Mitteln des 16. Jahrhunderts in den Griff zu bekommen. Im Mittelpunkt dieses erbärmlichen Treibens steht ein vollkommen überforderter Jens Spahn, Bankkaufmann, 14 Jahre Student und Ex-Pharma-Lobbyist. Er steckt einen erheblichen Teil seiner Energie in dubiose Immobiliengeschäfte. Mitten in der Krise wurde er Eigentümer einer millionenteuren Luxusvilla. Eine Immobilie erwarb er, ob zum Marktpreis, Herr Spahn, weiß ich nicht, von einem Mann, der danach mit üppigem Gehalt Geschäftsführer einer vom Bund beherrschten GmbH wurde. Und, wie praktisch, in einer seiner Wohnungen lebt FDP-Chef Christian Lindner. Sehr viel Zeit verwendet Jens Spahn auch darauf, Medienberichterstattungen über sein fragwürdiges Treiben zu unterbinden. Und Journalisten auszuspionieren, die ihm und seinen Machenschaften auf die Schliche kommen wollen. Und wenn er nicht gerade beim Notar ist oder mit seinen Anwälten spricht, dann predigt er Verzicht. Treibt sich aber gerne auf Partys herum, an denen man gegen eine Spende von läppischen 9.999 Euro teilnehmen darf. 9.999 Euro, damit es nicht dem Bundestagspräsidenten gemeldet werden muss. Wasser predigen und Shampoos aus Kübeln trinken, das ist das Motto des Jens Spahn, meine Damen und Herren. Wenn Herr Spahn ein guter Minister wäre, könnte man ihm das nachsehen und verzeihen, aber er ist das Gegenteil. Komplettversagen überall. Erst nutzen Masken nichts, dann plötzlich sind sie Pflicht. Erst reicht ein Tuch oder ein Schal oder irgendwas, dann muss eine medizinische Maske sein. Impfstoff ist erst keiner da, und wenn er da ist, will ihn kaum einer haben. Das ist in der dritten Welt besser organisiert, Herr Spahn. Selbsttest, ja oder nein, wenn ja, und wie viele, und wer bezahlt, nur herumgeeiere. Corona-App, ein Flop. R-Wert, Inzidenzen, alles willkürlich festgelegt, meine Damen und Herren. Kurz und knapp beim Versagen in der Coronakrise steht einer ganz vorne, und das ist Jens Spahn. Knapp dahinter übrigens die Merkel-Trompete, Altmaier und das gesamte Kabinett. Aber auch die Ministerpräsidenten lassen sich da nicht lumpen, denn sie regieren ja alle irgendwo mit. Meine Damen und Herren, dann wäre da noch ein riesiger Korruptionssumpf, der sich auftut, zurzeit beschränkt auf die Union, aber andere werden folgen. Ich sage nur, Nüßlein, ehemaliger, oder ist das noch, Fraktionsvize der Bundestagsfraktion, ist schon aufgeflogen, Verdacht auf Bestechlichkeit, Steuerhinterziehung, 600 000 Euro soll er als Maskenlobbyist eingesteckt haben. Spuren führen, wohin? Ins Gesundheitsministerium, meine Damen und Herren. Spuren führen auch in den Amigosumpf in Bayern, die Namen Strauß tauchen auf, der Name Tantler, ehemaliger Finanzminister, taucht auf, meine Damen und Herren. Söder taucht auf, Laschet in Nordrhein-Westfalen über seinen Sohn in millionenteure Geschäfte verwickelt. Alles dubios, das stinkt aus unserer Sicht zum Himmel. Es zeigt sich also zusammenfassend alles in allem ein Jahr des Totalversagens dieser Regierung, flankiert vom und basierend auf der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die heute verlängert werden soll. Meine Damen und Herren, diese Notstandsgesetzgebung trägt, wie ausgeführt, wirre und irre Blüten und öffnet Vetternwirtschaft und Korruption Tür und Tor. Lassen Sie uns das hier und heute beenden und lehnen Sie alle, die Sie für Grundrechte und Verantwortlichkeit stehen und verantwortlichen Umgleich mit den Steuergeldern, lehnen Sie mit uns gemeinsam diese Anträge alle ab und beenden Sie die epidemische Lage mit nationaler Tragweite hier und heute. Vielen Dank. Ein Beitrag von Stefan Brandner aus der AfD-Fraktion, wie man ihn von Stefan Brandner kennt. Wir schauen auf die nächste Rednerin in dieser Debatte, in der es um einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geht, ist Hilde Matthais aus der SPD-Fraktion, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit ist sie. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gestern wurde in der Presse veröffentlicht, der Verfassungsschutz stuft die gesamte AfD als Verdachtsfall ein. Ich glaube, mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Uns geht es heute darum, parlamentarische Demokratie zu festigen. Und das tun wir mit diesem Gesetz heute. Mit der Fortgeltung dieses Gesetzes. Und keiner von uns hat sich letztes Jahr vorstellen mögen, dass wir dieses Mal und heute in der Lage sein müssen, weitere drei Monate diese Situation, die pandemische Notsituation festzustellen. Jeder hat sich gewünscht, sehr schnell zur Normalität zurückzukommen, sehr schnell auch wieder Öffnungsstrategien massiv fahren zu können. Niemand hat sich gewünscht, dass Inzidenzzahlen weiter zu unserem Alltag gehören müssen. Deshalb lassen Sie uns hier heute als Parlament in der Verantwortung auch für die Situation hier bei uns im Land miteinander klären. Wir wollen erstens, dass alle Schutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, weiter fortgelten. Zweitens. Wir wollen die Impfstrategie verbessern und fortentwickeln und unsere Impfziele besser formulieren. Und drittens. Wir wollen in eine tatsächliche Teststrategie gehen. Und natürlich überlagert das, was gestern die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Bundeskanzlerin vereinbart haben, auch unsere Debatte hier heute. Manch einer, wir, haben es uns gewünscht, dass ein Stufenplan sehr schnell auch eine Perspektive eröffnet, ein Stufenplan vermittelt in der Bevölkerung. Wir haben einen Plan. Und sehr schnell wollten wir, dass eine Teststrategie tatsächlich auch so umgesetzt wird, dass in der Bevölkerung klar ist, jeder hat gleichermaßen den Zugang dazu. Wir alle wollen vorsichtig sein weiterhin. Und leider muss man sagen, ist das, was gestern vereinbart worden ist, zwei Schritte vor, einer zurück. Das ist schade. Und das bemängle ich auch. Und ich glaube, da müssen wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, und Herr Spahn hat ja gesagt, uns obliegt die Rahmengebung. Ja. Drei Milliarden pro Woche aufgrund der Corona-Krise. Gut angelegtes Geld, wichtig angelegtes Geld. Darauf aufgesetzt brauchen wir eine Teststrategie, die genau so eine Option auch offenbart und möglich macht. Wir haben eine Option, dass Menschen an Ostern, Frühjahr, danach wieder eine Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe haben. Mir ist diese Teststrategie keine Strategie, sondern ein Schritt, der viele weitere notwendig macht. Und ich glaube, dass wir, wenn wir diese Teststrategie vervollkommen, dann kriegen wir auch die Perspektive hin. Nicht vorher. Und ich möchte mir nicht vorstellen müssen, dass das, was gestern vereinbart worden ist, ein Test überwacht pro Woche, in irgendeinem Verwaltungschaos wieder untergeht. Und wir es nicht hinbekommen, dass klar ist, wo wird getestet, hat jemand wirklich nur einmal pro Woche diesen Test in Anspruch genommen, sondern ich möchte, wir möchten, dass diese Eigentests zu unserem Alltag gehören. Denn nur so können wir in der Tat Schritt für Schritt mit diesen Eigentests auch eine Öffnung hinbekommen. Und ich möchte nicht, dass in sechs Monaten noch das Thema Inzidenzzahlen, Maskenpflicht zum Alltag unserer Kinder gehört. Ich möchte, dass auch in sechs Monaten nicht nur Sommer da ist, sondern auch ein normales Leben. Und dafür sollten wir gemeinsam streiten. Vielen Dank. Die SPD im Großen und Ganzen, aber auch die SPD-Fraktion ist schon länger auf Konfrontationskurs, was, beziehungsweise mit dem Bundesgesundheitsminister, das ist auch in diesem Beitrag von Hilde Matters wieder klar geworden, hat sie sich die aus ihrer Sicht fehlende Teststrategie des Ministers nochmal vorgenommen. Wir schauen auf die nächste Rednerin. Das wird Nicole Westig sein aus der FDP-Fraktion und da ist sie pflegepolitische Sprecherin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit dem Positiven beginnen. Gut, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der GroKo, einige Forderungen unserer Änderungsanträge aufgenommen und ihren Gesetzentwurf nachgebessert haben. Es ist richtig, die Corona-bedingten Mindereinnahmen von Pflegeheimen weiterhin auszugleichen. Die pflegerische Infrastruktur einzuschränken, wie Sie es erst vorher hatten, wäre das völlig falsche Signal zum völlig falschen Zeitpunkt. Gleiches gilt für die Pflegehilfsmittelpauschale. Aber, meine Damen und Herren, damit erschöpfen sich die guten Nachrichten dann auch. Denn bei Zahnärzten, Hebammen und Heilmittelerbringern haben Sie nicht nachgebessert. Diese lassen Sie mit Einmalzahlungen und unzureichenden Hilfen im Regen stehen. So gefährden Sie die Versorgungslandschaft, und das kritisieren wir. Die erneute Corona-Prämie ist ein gutes Zeichen für die Beschäftigten in den Kliniken. Es bleibt allerdings halbherzig, solange die Steuerfreiheit der Prämie nicht geklärt ist. Und eines ist auch klar. Mit 1 000 Euro lässt sich die überfällige Anerkennung in der Pflege nicht kaufen. Der Corona-Bonus entbindet Sie, Herr Minister, nicht von der Pflicht, endlich für nachhaltige Verbesserungen in der Pflege zu sorgen. Im Herbst haben Sie noch vollmundig eine Pflegereform in der Bild-Zeitung angekündigt. Jetzt schlummert die Reform in irgendeiner Schublade. Doch kommen wir zurück zur Fortgeltung der epidemischen Lage. Herr Minister Spahn, vor einem Jahr hat der Deutsche Bundestag Sie mit Befugnissen ausgestattet, die man sich vor der Pandemie in unserer parlamentarischen Demokratie nicht hätte vorstellen können. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich seither mit beispielhafter Disziplin an die Corona-Maßnahmen gehalten. Sie haben ein Recht darauf, dass Sie, Herr Minister, diese umfangreichen Befugnisse nutzen, um die Pandemie bestmöglich zu managen. Stattdessen fährt man seit einem Jahr auf Sicht. Lockdown scheint zur Dauerlösung zu werden. Es wird agiert, als ob es auf den Tag nicht ankäme. Dabei zählt jeder Tag. Denn jeder Tag kostet Leben. Jeder Tag kostet Existenzen. Und jeder Tag vernichtet Bildungschancen für junge Menschen. Mit einem Stufenplan, der den Gesundheitsschutz achtet, können wir den Menschen endlich wieder eine Perspektive geben. Eine solche Strategie zu entwickeln, ist lange überfällig. Und das nicht in irgendeinem Hinterzimmer, sondern hier im Parlament. Beenden Sie das Schneckentempo beim Impfen und flankieren Sie dies mit klugen Testkonzepten. Sorgen Sie dafür, dass unser Land nicht zum Schlusslicht in der Pandemiebekämpfung wird. Vielen Dank. Dr. Manuela Rottmann, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundesminister Jens Spahn, ich vermute, irgendjemand rät Ihnen zu diesem rhetorischen Trick, den Sie hier jedes Mal anwenden, nämlich dann, wenn die Leute außer sich sind, in sedierender Langweiligkeit hier zu reden. Und dann, wenn Sie keinen Plan mehr haben, das Wort Gemeinsamkeit in den Raum zu stellen. Ich muss Ihnen sagen, ich hoffe, Sie haben nicht viel Geld für diesen Rat bezahlt. Er funktioniert nicht mehr. Liebe Kollegin Sabine Dittmar, lieber Rudolf Henke, liebe Hilde Mattheis, Sie arbeiten sich hier alle an den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz von gestern ab. Und ich frage mich allmählich, ob Sie noch was merken. Sie sind Mitglied dieser Regierungskoalition, Mitglied der Mehrheit hier im Parlament. Klare Regelungen zu schaffen, die die Gefahren für die Gesundheitsversorgung und die zu ihrer Eindämmung zulässigen Grundrechtseingriffe in ein Verhältnis setzen. Das ist Ihr Job, abzuwägen, ob Impffortschritt, Testmöglichkeiten und die Nachverfolgungskapazität der Gesundheitsämter Alternativen zu Beschränkungen ermöglichen. Ihr Job! Und das den Bürgerinnen und Bürgern endlich nachvollziehbar zu erklären. Alles Ihr Job! Der gesetzliche Stufenplan ist die einzige Lösung für dieses Problem, für Vorhersehbarkeit, für Rechtssicherheit, für Verhältnismäßigkeit. Was Sie uns aber heute vorlegen, das ist die Verstetigung des Weiterwurstelns. Es bleibt bei Worthülsen wie breit angelegte und umfassende Schutzmaßnahmen. Das Verfallsdatum für Verordnungen wird ganz abgeschafft. Jede inhaltliche Steuerung der Pandemiebekämpfung durch das Parlament geben Sie auf. Entweder ist die Lage ganz schlimm, dann muss per Verordnung alles gehen, oder sie ist vorbei. Jedes Schulkind in Deutschland hat mittlerweile eine differenziertere Sicht auf die Pandemie als die Autoren dieses Gesetzentwurfs. Keine einzige der Verabredungen von gestern findet sich hier wieder. Von der sogenannten Notbremse keine Spur. Und genau deshalb droht sie im Ernstfall zu versagen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nein. Die Grundrechtseingriffe vertiefen sich mit jedem weiteren Tag. Die Begründungslast dafür steigt. Und in dieser Situation riskieren Sie, dass uns die Instrumente zur Abwehr der letzten Welle vor Gericht in den Händen zerrinnen. Und das liegt doch nicht daran, dass die Gerichte bösen Willens sind oder den Ernst der Lage nicht erkannt haben. Und ich glaube, Sie haben ihn nicht erkannt. Sie begründen so schlecht. Wie soll man aber etwas begründen können, wenn man die Beratung durch einen Pandemierat seit einem Jahr stur ablehnt? Wenn man jetzt erst anfangen will, sich mit der Frage zu befassen, wie die Maßnahmen überhaupt wirken, und es einem nicht zu peinlich ist, das Ergebnis dazu im März 2022 anzukündigen. Auf den letzten Metern setzen Sie mutwillig alles aufs Spiel, die Erfolge der bisherigen Einschränkungen und die Bereitschaft der Bevölkerung mitzuwirken. Und deswegen lehnen wir dieses Gesetz ab. Früher galt die Große Koalition einmal als Bollwerk in der Krise. Ich will Ihnen sagen, das ist mit dem heutigen Tag vorbei. Manuela Rottmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und wir kommen jetzt zu einem der eher seltenen Auftritte von Frauke Petry hier im Parlament. 2017 ist sie ja mit einem großen Knall aus der AfD-Fraktion und auch aus der Partei ausgetreten. Und achten Sie mal nach Ihrer Rede auf die dröhnende Stille hier im Plenum. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Koalition, blicken Sie eigentlich noch durch? Wir erinnern uns, vor einem Jahr war das Coronavirus in Ihren Worten beherrschbar. Und seitdem verstolpern Sie nahezu jede Maßnahme. Ob Abstand, PCR-Test, Masken, die einen oder die anderen oder gar keine, Lockdown, Schnelltests oder Impfungen. Offenbar sind all diese Dinge für Sie nach wie vor ein medizinisches Buch mit sieben Siegeln. Dabei bekommen Sie grundlegende wissenschaftliche Probleme nicht in den Griff. Noch heute sind beim RKI drei Tests derselben Person statistisch drei einzelne Fälle. Damit ist die Statistik wertlos. Das kann Ihnen jeder Student im Grundstudium sagen. Todeszahlen kommen mit Wochenverspätung. Sie passen also nie zu den gemeldeten Zahlen, die wir vermutlich alle täglich konsumieren. Sie ignorieren, dass ein PCR-Test keine Infektion anzeigen kann. Auch das mehrfach festgestellt. Was messen Sie dann eigentlich? Womit ängstigen Sie die Bevölkerung? Auf welchen Werten basieren Sie Ihre Maßnahmen? Studien zeigen, dass der Lockdown epidemiologisch nichts bringt. Ja, was tun Sie eigentlich? Sie bedauern, dass Kinder und Jugendlichen wertvolle Lebenszeit gestohlen wird. Das ist richtig. Damit kommen Sie endlich die medizinischen Grundlagen in den Griff. Sie schüren Angst vor Virusmutationen in den letzten Wochen. Dabei sind diese medizinisch völlig normal. Bei Grippe redet kein Mensch darüber. Und Sie sind kein Grund zur Panik. Seit einem Jahr setzen Sie das normale Leben in Deutschland außer Kraft. Dabei haben wir als Politiker vor allem eine Aufgabe. Bürger und Unternehmen in Ruhe zu lassen und uns aus ihrem Privat- und Berufsleben herauszuhalten. Nicht Corona hat dieses Land gefangen, meine Damen und Herren. Sie sind es. Lassen Sie unser Land endlich frei und beenden Sie die epidemische Lage und den Lockdown. Nicht tröpfchenweise, sondern konsequent und vollständig. Über die Nase. Nina Warken, FEDU-Cesu ist die nächste Rednerin. Und Nina Warken ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Jetzt geht es um juristische Aspekte. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In dieser Krisensituation, in der wir uns trotz auch positiver Entwicklungen befinden, ist das Gesetz zur Fortgeltung der Regelungen über die epidemische Lage ein weiterer wichtiger und richtiger Schritt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wir sorgen durch maßvolle Änderungen dafür, dass die notwendigen Regelungen zur Überwindung der Krise in der erforderlichen Weise fortgeführt und an die Gegebenheiten angepasst werden können. Kernpunkt ist, künftig überprüft der Bundestag in kurzen und regelmäßigen Abständen, ob diese epidemische Lage nach wie vor gegeben ist. Die Feststellung der epidemischen Lage tritt automatisch außer Kraft, wenn sie nicht spätestens binnen drei Monaten durch den Bundestag erneut bestätigt wird. Um es ganz deutlich zu sagen, wir stellen hier also keinen Plankoscheck aus, wie es immer wieder heißt. Im Gegenteil, der Bundestag wird stärker in den Entscheidungsprozess eingezogen. Damit gilt auch für die Zukunft. Die Befugnisse zur Bewältigung der Pandemie werden auf Zeit erteilt und kommen regelmäßig künftig in festgelegten und kürzeren Fristen auf den Prüfstand. Die Beteiligungsrechte des Bundestages werden noch einmal gestärkt, auch wenn manche Kollegen das hier nicht verstehen. Wenn man dann am Thema vorbeiredet wie der Kollege Brandner, ist man dafür dann auch selbst verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, dass all diese Befugnisse hoffentlich nicht mehr lange nötig sein werden, das ist natürlich unser aller Hoffnung und das gemeinsame Ziel, auf das wir hinarbeiten. Doch in der gegenwärtigen Situation ist es schlicht unumgänglich, dass die Voraussetzungen für eine wirksame Bekämpfung der Corona-Pandemie gesichert bleiben und auch weiterentwickelt werden. Die Gefahr durch das Virus besteht nicht nur fort, die aktuelle Situation wird noch verschärft durch das Auftreten neuer Virusvarianten. Daher bleibt das vorrangige Ziel, mit geeigneten und situationsabgestimmten Schutzmaßnahmen die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern und sie zu bekämpfen, um Leben und Gesundheit der Menschen zu schützen. Nur so stellen wir auch die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitssystems sicher und schützen uns vor Überlastung. Das schaffen wir durch dieses Gesetz und an die Kolleginnen der Grünen gerichtet. Sie sind hier schon auch eine Antwort schuldig geblieben, wie Sie denn mit der dynamischen Lage umgehen wollen. Sie werfen uns Planlosigkeit vor. Was Ihr Plan ist, das haben wir aber in den Wortbeiträgen auch nicht gehört. Sehr geehrte Damen und Herren, weil das hier auch oft gesagt wird, möchte ich an dieser Stelle klar zum Ausdruck bringen, dass wir stärker darauf achten müssen, dass wir die wesentlichen grundrechtsrelevanten Fragen im Parlament selbst entscheiden. Und das genau machen wir heute. Wir legen mit diesem Gesetz klare und ausdifferenzierte Rechtsgrundlagen vor. Und darüber hinaus geben wir der Bundesregierung, dem Bundesgesundheitsminister die Ermächtigung durch Rechtsverordnung gezielt und schnell auf Herausforderungen regieren zu können. Wir präzisieren im Gesetz auch die Vorgaben für die Maßnahmen der Länder, indem wir festschreiben, dass bei Erwägungen über Öffnungsschritte oder andere Erleichterungen nicht nur die Zahl der Infektionen, sondern auch die Impfquote und der R-Wert zu berücksichtigen sind. Und auch normieren wir, dass Virusmutationen bei der Abwägung, welche Maßnahmen zu treffen sind, besonders berücksichtigt werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns momentan in einer Ausnahmesituation. Und diese Ausnahmesituation bedarf auch außergewöhnlicher Maßnahmen. Gerade deswegen ist es uns wichtig, dass wir die getroffenen Maßnahmen laufend bewerten. Und daher setzen wir zum Jahresende, sehen wir vor, dass die Maßnahmen der Krisenbekämpfung von einem unabhängigen und interdisziplinären wissenschaftlichen Gremium evaluiert werden. Wir lassen damit unser Handeln in der Ausnahmesituation überprüfen und schreiben das im Gesetz auch fest. Unser Handeln, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, soll für die Bürgerinnen und Bürger noch nachvollziehbarer und verständlicher werden. Und anhand der Erfahrungen passen wir die Gesetze maßvoll an. Und das ist es doch, sehr geehrte Damen und Herren, was mir und was allen demokratischen Parteien in diesem Hohen Haus ganz besonders wichtig sein sollte. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Grundlagen geben uns die notwendige Flexibilität, um, wie bereits auch erwähnt, auf Virusmutationen reagieren zu können. So können auch Anpassungen an die sich ändernde pandemische Lage vorgenommen werden. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ein gut weiterentwickeltes Instrumentarium zur Verfügung stellen, mit dem wir rechtssicher auf die epidemische Lage reagieren können. Wir führen mit dem Gesetz einen Krisenmechanismus ein, und wir erweitern die Kriterien und gestalten sie differenzierter aus. Ich werbe daher nicht nur für die Zustimmung zu diesem Gesetz, werte Kolleginnen und Kollegen, wir können in der Pandemie nicht allein mit Gesetz und Verordnungen handeln und die Pandemie damit bekämpfen. Wir schaffen hier zwar eine gute Grundlage, wir brauchen aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb lassen Sie uns auch gemeinsam bei den zu Recht pandemiemüden Bürgerinnen und Bürgern für dieses Gesetz und für unser Handeln werben. Herzlichen Dank. Nina Waken war das für die Unionsfraktion. Und nach dem bereits schon zu festzustellenden seltenen Auftritt von Frauke Petry, der ja fraktionslos ist, jetzt ein weiterer fraktionsloser Abgeordneter, der im Oktober 2017 aus der AfD ausgetreten ist, und damit auch aus der Fraktion, Mario Miruch. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, am 18.11. des letzten Jahres hat sich dieses Parlament mit der Zustimmung zum Infektionsschutzgesetz selbst entmachtet. Und auch wenn insbesondere die FDP und die Linken heute lautstark die fehlende parlamentarische Mitsprache bejammern, sie alle haben den Änderungsantrag der LKR, der damals genau das forderte, mit abgelehnt. Eingriffe in die Grundrechte, in Leben, Wirtschaft und Gesellschaft, erfordern Vertrauen und Verhältnismäßigkeit. Gehen wir diese Bilanz einmal durch. Zu Beginn der Situation, die Einschätzung, ist es eine Grippe, ist es schlimmer eine Grippe als eine Grippe, sind Masken sinnvoll, ja oder nein, wurde bereits Vertrauen verspielt. In der Folge, Maskenbeschaffung, Umgang mit Pflegekräften, Auszahlung Hilfsgelder, Impfstoffbeschaffung, Impfpläne und jetzt mittlerweile auch die Beschaffung der Selbsttests, überall hat diese Regierung Vertrauen verspielt. Erst basierten die Maßnahmen auf dem R-Wert, dann auf dem Inzidenzwert und jetzt wird die Fortführung der Einschränkung ausschließlich mit neuen Mutationen begründet. Aber Viren mutieren nun mal dauernd. Und so könnten sie uns in einen ewigen Dauer-Lockdown schicken. Für die Bürger ist das alles völlig willkürlich. Es gibt keine Planungssicherheiten, keine Fakten, keine Richtwerte, sondern eine dynamische Lage, die sie gar nicht zu definieren wissen und wahrscheinlich auch gar nicht definieren wollen. Denn es steht ja der Wahlkampf vor der Tür. Warum soll Ihnen nach diesen Erfahrungen noch irgendjemand, der Steuerzahler, trauen? Die Antwort auf Corona kann indes nicht sein, das Virus zu leugnen und gar nichts zu tun. Wer aber tragfähige Hygienekonzepte entwickelt hat, der hat es nicht verdient, dass man ihn anschließend mit dem Lockdown-Hammer die Lebensgrundlage entzieht und noch nach teuren Investitionen von hinten rumgerätscht und doch alles zumacht. Aber ich lehne den Antrag nicht nur wegen seiner fragwürdigen Grundlagen und seiner existenzbedrohenden Auswirkungen auf Familien, Mittelständler, Künstler und Selbstständige ab. Ich lehne ihn speziell als Abgeordneter dieses Hohen Hauses ab. Sie alle haben sich hierher wählen lassen, um Verantwortung zu tragen. Dann werden Sie dem auch gerecht. Dieser Bundestag ist das Gremium, in dem die Politik für dieses Land entschieden wird. Und nicht, wie jetzt vorgeschlagen, in irgendwelchen Räten und schon gar nicht in Candy Crush-Runden. Vielen Dank. Mario Mieruch, fraktionslos. Und daher war auch der drittletzte Redner in dieser Aussprache. Danach wird er abgestimmt über eine ganze Reihe von Entschließungs- und Änderungsanträgen und natürlich auch über den Gesetzentwurf. Johannes Fechner ist jetzt erst mal dran, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Auch wie sie schon waren. Die Impfungen laufen an. Und es stehen demnächst auch Tests in viel größerer Zahl zur Verfügung. All das sind Schritte in die richtige Richtung. Aber wir müssen eben auch feststellen, dass die Schutzmaßnahmen der Länder für die Unternehmen und für die Familien massive negative Beeinträchtigungen haben. Die Familien sind am Limit. Viele Unternehmen stehen vor dem Aus. Und deswegen ist für mich eines klar, diese weitreichenden Schutzmaßnahmen, diese Grundrechtseingriffe müssen immer wieder genauestens überprüft werden, ob sie überhaupt noch erforderlich sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Fragestellung der Erforderlichkeit, die nehmen wir heute mit diesem Gesetz auf. Denn Schutzmaßnahmen sind erhebliche Eingriffs, Grundrechtseingriffe, Ausgangssperrungen, Schulschließungen und Ähnliches. Und deswegen können wir diese Maßnahmen nicht nur allein am Inzidenzwert 35 oder 50 orientieren. Und das ändern wir heute mit diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Deutsche Ethikrat hat in seiner Stellungnahme ausdrücklich gesagt, ich zitiere, dass nicht die Ausbreitung des Virus als solches entscheidend sei, sondern vielmehr nur gravierende negative Folgen, wie etwa eine hohe Sterblichkeit, langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen signifikanter Bevölkerungsteile oder der drohende Kollaps des Gesundheitssystems. Und genau aus diesen Gründen war es uns als SPD so wichtig, dass wir im Infektionsschutzgesetz eine klare Regelung haben, dass nicht nur einzig und allein der Inzidenzwert, sondern auch die Auslastung des Gesundheitswesens, der R-Wert oder die Impfquote berücksichtigt werden müssen, und zwar zwingend von den Ländern. Wenn jetzt Wahlkampf wäre, würde ich sagen, dass das die SPD durchgesetzt hat. Da gab es erhebliche Widerstände bei der Union. Gut, dass wir diese Gesetzesänderung jetzt heute so beschließen können. Denn die Grundrechte wie Bewegungsfreiheit oder Gewerbefreiheit, das können wir nur dann einschränken, wenn es tatsächlich erforderlich ist. Und deswegen müssen wir hier an weitere Kriterien angreifen, als die Inzidenzwerte. Und wenn jetzt gesagt wird, dass hier eine verfassungswidrige Regelung hier beschlossen wäre, dann ist das schlicht unzutreffend. Denn wir stärken doch gerade die Rolle des Parlaments, weil wir als Parlament und als Volksvertretung eine Evaluierung mit einer klaren Befristung, mit einem klaren Untersuchungsauftrag beschlossen haben. Wir beschränken die Befugnisse des Bundesgesundheitsministers. Er wird zukünftig nur genau die Maßnahmen machen können, die im Gesetz stehen und nichts darüber hinaus. Und vor allem, wir als Parlament haben die Fäden in der Hand. Wir bestimmen, ob eine epidemische Lage vorliegt. Und wir machen das jetzt nicht für ein Jahr, sondern nur für drei Monate. Also kann keiner sagen, dass das Parlament hier Rechte aufgebt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das möchte ich hier ausdrücklich auch an die Adresse der Grünen sagen. Das war schon ein bisschen starker Tobak, wie Sie hier gegen dieses Gesetz geschumpfen haben. Ihre Sachverständigen, die Sie benannt haben, sehen das anders. Diese politische Energie sollten Sie vielleicht darauf verwenden, im grünen Regierten Baden-Württemberg was dafür zu tun, dass die Impfungen dort endlich besser laufen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Und wichtig ist auch, ich will es ganz klar sagen, es ist ein Zeichen der Stärke, dass wir als Parlament sagen, wir nehmen Hinweise aus der Rechtswissenschaft oder auch von Gerichten, schöne Grüße nach Lüneburg an die dortigen Richter in diesem Zusammenhang. Diese Hinweise nehmen wir auf. Und das ist ein Zeichen der Stärke und nicht der Schwäche. Wir sagen nicht, dass das Gesetz verfassungswidrig wäre, auf keinen Fall. Es hat vor den Gerichten bisher Bestand gehabt. Aber wenn es diese gewichtigen Hinweise gibt, dann müssen wir auch zu Verbesserungen kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das machen wir heute mit diesem Gesetz. Insbesondere ist es auch wichtig vor dem, was die Ministerpräsidentenkonferenz gestern Abend beschlossen hat. Zugegeben, diese Diskussion um Stufenpläne, die können wir durchaus auch noch führen, ob solche Regelungen nicht doch noch Platz im Infektionsschutzgesetz finden. Und ja, es mag sein, dass das recht komplizierte Regelungen sind. Aber eines ist auch ganz klar, bei all diesen Maßnahmen, die gestern beschlossen wurden, zukünftig kann nicht nur der Inzidenzwert allein das Maß sein, ob eine Maßnahme angeordnet wird oder nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das wird ein Beitrag dazu sein, dass die Maßnahmen gerichtsfest sind. Und das stärkt das Vertrauen und die Akzeptanz der Bevölkerung, was aus meiner Sicht das wichtigste Gut ist in dieser Pandemiebekämpfung. Vielen Dank. Johannes Hechner war das, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, gleich wird abgestimmt werden über eine ganze Reihe von Entschließungs- und Änderungsanträgen. Entschließungsanträgen, aber auch der Gesetzentwurf und das wird dann namentlich passieren. Wir können schon mal einen Blick werfen in die Lobby, wo die Abstimmungsurnen schon paratgestellt sind und die ersten Abgeordneten sich auch ihre Stimmkarten abgeholt haben aus den Fächern. Aber zunächst hören wir noch mal Emi Zollner, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Es gibt einen Rahmen, die zuständig sind, in ganz erheblichem Maße. Das gibt unser Grundgesetz her. Und deswegen ist es wirklich nicht redlich, wenn einige Kollegen hier so tun, als würden wir von Seiten des Bundestags schlicht verfassungsrechtlich schwierige Entscheidungen treffen. Denn es ist nicht der Fall. Wir geben mit verschiedensten Maßnahmen den Ländern den Auftrag, entsprechend danach Maßgaben vorzugeben für die Bekämpfung der Pandemie. Denn es verwundert mich manchmal schon, was denn jetzt gewollt ist. Sollen wir jetzt Regionalantworten geben oder sollen wir ganz starre Vorgaben in einem engen Rahmen geben? Sollen wir Flexibilität ermöglichen oder sollen wir eben alles bis ins Letzte klein, klein regeln? Und deswegen sage ich gerade auch im Hinblick, dass ich weiß, wie viel die Bürgermeister, die Oberbürgermeister, die Landräte hier vor Ort leisten in unserem Land, dass es wirklich wichtig ist, dieses Gesetz heute auf den Weg zu bringen und dass wir eben gleichzeitig aber eben auch im Blick behalten, dass wir regionale Antworten geben und dass wir eben differenziert auch vorgehen können, eben beispielsweise abhängig vom Inzidenzwert vor Ort oder eben abhängig auch von beispielsweise der Durchimpfung der Menschen vor Ort. Und viele andere sind ja von den Kollegen auch schon angesprochen worden. Und wir sind uns einig dahingehend, dass wir mehr impfen wollen, wir wollen mehr testen, wir wollen mehr nachverfolgen, wir wollen auch mehr Medikamentenentwicklung. Und auch hier gibt dieses Gesetz entsprechend den Rahmen und gibt Antworten. Denn wenn es um die impfreien Folge geht, dann ist es so, dass wir uns in diesem Gesetz klar dazu bekannt haben, dass wir eben vorgeben wollen als Bundesgesetzgeber, wo sich die Stiko, die Impfkommission auch dran halten muss. Und das ist im Fall beispielsweise, und die Ergebnisse geben uns da ja auch recht, dass es für Senioren, für Ältere über 80, dass es dort entsprechend einen Vorrang geben muss. Und die Zahlen belegen auch, dass wir in diesem Bereich Recht haben. Denn wir haben es gehört von unserem Bundesgesundheitsminister, dass wir rund 5 Prozent der Bevölkerung jetzt auch schon geimpft haben. Und dass im Kern die Übersterblichkeit bei den über 80-Jährigen komplett zurückgegangen ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das hier nochmal im Gesetz festgelegt haben und damit eben auch einen weiteren Rahmen geben. Für mich ist es aber auch wichtig, dass, wenn die Kollegen von der AfD eben sagen, dass sie einen Expertenrat in ihrem Antrag einsetzen wollen, dann muss ich eben schon fragen, ja was denn jetzt? Ist es jetzt die Beendigung der epidemischen Lage? Haben wir jetzt keine Pandemie oder brauchen wir einen Expertenrat? Und wir als Unionsfraktion und auch zusammen mit der SPD haben hier ganz klar gesagt, wir wollen ein Begleitgremium, das jetzt auch eingesetzt wird, um entsprechend Experten zu hören. Und wir wollen auch eine Evaluation mit einem interdisziplinären Expertengremium. Und dass wir dieses Expertengremium natürlich vor allem damit beauftragen, nach Abschluss der Pandemie entsprechend Ergebnisse zu liefern, weil wir jetzt mitten darin stecken, ist es für mich nur logisch und folgerichtig. Denn wir müssen im Nachgang eben vor allem bewerten, welche Dinge müssen wo nachgesteuert werden. Und deswegen glaube ich, dass es insgesamt ein gutes Gesetz ist. Und es ist eben nicht, so wie auch Kollegen der Grünen suggeriert haben, dass wir als Parlament dort nicht mitsprechen können, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es ist selbstverständlich möglich, dass jede Verordnung auch per Gesetz wieder ausgehebelt werden kann von diesem Hohen Haus, von diesem Parlament. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir in dieses Gesetz auch Dinge hineingeschrieben haben, beispielsweise die Entschädigungszahlungen für Eltern, aber eben auch einen weiteren Schutzschirm für die Pflegeheime und noch viele andere Maßnahmen, die auch ein ganz klares Signal sind. Auch wir wollen mehr Normalität. Auch wir wollen erreichen mit unseren Maßnahmen, dass wir Stück für Stück zurückkommen. Aber wir sind eben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch in einer Pandemie. Und wir wollen gut darauf aufpassen, dass sie uns nicht entgleitet. Und in diesem Sinne bitte ich Sie um Unterstützung zu diesem Gesetz. Denn wir alle in diesem Haus haben das Gemeinwohl im Blick. Und danach richtet sich unsere Politik aus. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Zu Tagesordnungspunkt 8a kommen wir jetzt zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Fortgeltung, der die epidemische Lage von nationalen Tragweite betreffenden Regelungen. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 27 291, den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf der Drucksache 26 544 in der Ausschussfassung anzunehmen. Es liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der FDP vor, über den wir zuerst abstimmen. Und in diesem Änderungsantrag geht es um die Impfpriorisierung und die Impfabwicklung. Die FDP, die AfD, wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Änderungsantrag mit den Stimmen der Koalition bei Enthaltung von Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen von AfD und FDP abgelehnt. Damit bitte ich diejenigen, die den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf der Drucksache 26 545 in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Zur Schlussabstimmung liegen wir mehrere Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung erfolgt in der West-Lobby. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass auch in diesem Teil des Plenarbereichs die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Mund-Nasen-Bedeckung heißt übrigens, dass man die Bedeckung nicht unterhalb der Nase, sondern über der Nase trägt. Ich habe einige Kollegen gesehen, die das heute Morgen ein bisschen übersehen haben. Ich muss Verstöße gegen diese Pflicht mit den Mitteln des parlamentarischen Ordnungsrechts ahnden. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, darauf auch zu achten. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 30 Minuten Zeit. Gehen Sie bitte nicht alle gleichzeitig zur Abstimmung. Es stehen acht Urnen zur Verfügung. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben die vorgesehenen Plätze eingenommen, sodass ich die namentliche Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion eröffne. Die Abstimmungsurnen werden um 10.55 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Das Ergebnis der namentlichen Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf wird Ihnen erst nach dem Tagesordnungspunkt 9 mitgeteilt. Im Anschluss daran setzen wir die Abstimmungen zu den weiteren Vorlagen zu Tagesordnungspunkt 8 und Zusatzpunkt 3 fort. So, und jetzt soll die heutige Tagesordnung um die Beratung einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf der Drucksache 27 270 zu einem Antrag auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchzugung und Beschlagnahmebeschlüsse erweitert und diese jetzt gleich als Zusatzpunkt 12 aufgerufen werfen. Das entspricht der langjährigen Praxis des Deutschen Bundestags. Ich gehe davon aus, dass wir auch heute so verfahren. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist der Punkt aufgerufen, aufgesetzt. Und ich rufe den Zusatzpunkt auf. Zusatzpunkt 12. Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung im Immunitären und Geschäftsordnung auf Drucksache 27 270 zu dem Antrag auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchzug und Beschlagnahmebeschlüsse. Der Ausschuss empfiehlt, die Genehmigung zu erteilen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist einstimmig angenommen. So, und ob das jetzt noch mal zu tun hat mit dem Fall Georg Nüßlein, der ja in der vergangenen Woche schon diskutiert worden ist, das versuchen wir gerade zu ergründen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Sollte es sich hier um einen anderen Abgeordneten halten, versuchen wir das herauszubekommen. Wie Sie haben eben gesehen, die Abstimmung läuft, die namentliche Abstimmung zu dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen bezüglich der Fortgeltung der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Interessanterweise sind hier Entschließungsanträge, die wir hier noch vorliegen hatten, nicht aufgerufen worden. Mal schauen, wann das hier nachgeholt werden wird, oder dann vielleicht doch eher nicht. Es geht jetzt um den Tagesordnungspunkt 9 an diesem Donnerstagvormittag im Großen und Ganzen um drei Anträge der AfD-Fraktion, die sich mit der Corona-Lage beschäftigen, aber insbesondere auch mit der Lage der Wirtschaft durch die Corona-Maßnahmen, die getroffen worden sind. Es geht, so meint die AfD, jetzt um einen Aufbruch für Deutschland, raus aus der Wirtschafts- und Lockdown-Krise. Die Steuerzahler soll einen fairer Anteil gelassen werden. In einem anderen Antrag wird das formuliert, nämlich die Senkung der Umsatzsteuer von 19 auf 15 Prozent, beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Und ein dritter Antrag sagt, dass die Bedingungen der vom Staat zu verantwortenden Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft genauer betrachtet werden müssen. Bundestagspräsident Schäuble im Hintergrund gerade etwas ungehalten, weil ihm das Ganze hier viel zu unruhig vonstatten geht. Und die Abgeordneten hier noch ein Kreuz und Quer durch ihre Reihen laufen oder aber auch nach draußen, um abzustimmen. Dabei haben sie noch Zeit für die Abstimmung, eine ganze Reihe von Minuten. Und jetzt beginnt aber diese Debatte, die ich Ihnen im groben Zügen schon angekündigt und beschrieben habe. Tino Kruppalla wird der erste Redner sein, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Vertreter der Bundesregierung! Sehr geehrte Kollegen! Liebe Landsleute! Seit Wochen und Monaten befindet sich unser Land im Stillstand. Betriebe stehen still, Familien sind zerrissen, der psychische Druck der Menschen steigt ebenso stark an wie das Unverständnis über die abermaligen Verbote und Einschränkungen. Die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung sind unhaltbar, unvermittelbar und für die vernünftigen Menschen mittlerweile absolut unverständlich. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben unser Land in eine Sackgasse manövriert, in der wir nur sehr schwer wieder wenden können. Die Menschen waren geduldig. Sie haben Einschränkungen hingenommen, nur zu welchem Preis. Und immer wieder wurden sie vertröstet. Man erlangt den Eindruck, dass Ihre Bundesregierung weder einen Plan, Geschick noch einen Willen zu einem gezielten Wendemanöver besitzt. Sehen Sie nicht, was mit diesem Land und seinen Bürgern eigentlich passiert? Sind Sie alle auf der Regierungsbank ohnmächtig und angstgefangen? Wo sind Ihre Konzepte für die deutsche Wirtschaft, Herr Altmaier? Wo bleiben die lang versprochenen und dringend notwendigen Unterstützungszahlungen? Was liegt Ihnen an dem Wirtschaftszweig, der noch die meisten Beschäftigten hat, die kleinen und mittelständischen Unternehmen? Wer garantiert die Zukunft unserer sozialen Sicherungssysteme, wenn die Basis dafür, der Mittelstand, das Handwerk de facto nicht mehr vorhanden von Ihnen abgeschafft wurde? Nur hier findet die wirkliche Wertschöpfung statt. Nur so können wir weiter in Wohlstand und Frieden leben. Und Herr Altmaier, auch Herr Wanderwitz, gegen Sie waren in der DDR, Günter Mittag, und auch Hermann Axel Haxen, wirklich wirtschaftliche Visionäre, von Ihnen kommt in diesen Bezug gar nichts. Uns, dem Deutschen Bundestag, wurde durch die Wähler sehr viel Vertrauen geschenkt, dieses Land auch in Krisenzeiten zu führen. Davon müssen wir unser Volk wieder überzeugen. Die Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland legt mit dem vorliegenden Antrag schlüssige und zügig umsetzbare Einzelmaßnahmen vor. Unser Ziel ist es, damit die wirtschaftliche Gegenwart und die Zukunft Deutschlands überhaupt noch gestaltet werden kann. Viel lieber wäre es uns, wäre es mir, wenn ich meinen Kindern sagen könnte, ihr müsst euch keine Sorgen um die Zukunft machen. Im Moment bin ich mir nicht mehr sicher, was wir unseren zukünftigen Generationen übergeben können, wenn sich Deutschland länger in der Regierungsgewalt von Frau Dr. Merkel befindet. Ganz sicher bleiben Schulden, Depressionen, Perspektivlosigkeit. Die wissenschaftlich fragwürdigen und rein politisch motivierten Inzidenzwerte dürfen nicht mehr als Basis für ihre einsamen Entscheidungen im Corona-Kabinett herhalten. Deswegen zeigen wir hier konkrete Alternativen und Konzepte für einen Ausweg aus der von Ihnen verschuldeten Misere. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zu den Kernforderungen unseres Antragspapiers kommen. Ich beginne mit der Grundvoraussetzung, das geregelte Ende des Lockdowns, so schnell wie möglich. Ziel muss es sein, die seit nun fast einem Jahr eingeschränkte Wirtschaft langsam wieder hochzufahren. Dieser Prozess dauert je nach Wirtschaftszweig und Unternehmen unterschiedlich lange. Das muss vorbereitet werden. Mittlerweile sind Lieferketten unterbrochen. Produktion der Zulieferer wurden ebenso reduziert, wie die Konsumketten mit den Endverbrauchern. Nehmen wir das Beispiel der Gastronomie. Noch kurz vor Weihnachten waren die Vorratslager gefüllt. Die Feiertage standen bevor, und die erwarteten Umsätze blieben aus. Der Verlust stellte sich mehrfach dar. Zum einen waren die Lokale geschlossen. Zum anderen mussten Lebensmittel in Größenordnung vernichtet werden. Und nun greift die zuvor beschriebene Prozess. Die Lieferketten müssen wieder anlaufen, um die Geschäfte wieder zu ermöglichen. Das lässt mich zum nächsten Punkt kommen. Eine der Kernforderungen unseres Antrags ist die finanzielle Grundausstattung der Geschäftsleute. Von denen, die noch existieren, brauchen alle endlich die lang versprochenen Corona-Hilfen. Ohne diese können weder Grund- und Lohnkosten noch die Kosten für den Neustart bestritten werden. Uns allen ist mittlerweile klar, dass wir auch in den nächsten Monaten noch eine Vielzahl von Hilfszahlungen an die betroffenen Unternehmen sicherstellen müssen. Wir müssen von Seiten des Staates zeigen, dass wir die Unternehmen auch in schwierigen Zeiten unterstützen. Und vielmehr müssen wir schon heute Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen ihre innovativen Ideen wieder im Land der Dichter und Denker umsetzen möchten. Trotz aller Schwierigkeiten muss es wieder attraktiv sein, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen. Ein Schlagwort hierbei ist der Bürokratieabbau. Und ich kann es nicht mehr hören, die Menschen und die Bürger, auch die Unternehmen, ersticken unter diesem Wort. Jede Woche kommen neue Auflagen hinzu. Und wir bringen das permanent in die politische Debatte ein. Nur leider, Sie sind taub. Schauen wir uns die Seite der Verbraucher an. Ein funktionierendes Wirtschaftssystem lebt von Angebot und Nachfrage. Vielen der Endkunden fehlt nach einem Jahr Kurzarbeit einfach das Geld, um es wieder investieren zu können. Dafür schlagen wir die dauerhafte Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 15 Prozent vor. Profitieren werden davon auch die Binnennachfrage und unsere Einzelhändler. Ja, nun fragt man sich natürlich, wie kann man diese Dinge eigentlich finanzieren. Und da hören wir ja immer Steuererhöhungen oder sonstige weitere Einnahmen. Aber hier müssen wir auch mal an die Ausgaben ran. Durch Einsparungen bei den finanziellen Beteiligungen, zum Beispiel bei der Europäischen Union. Die Bundesregierung plant, den deutschen Nettobeitrag auf über 40 Milliarden Euro pro Jahr zu erhöhen. Dem können und müssen wir einen Riegel vorschieben. Die Zahlungen an Brüssel werden nach unserem Konzept auf die Beitragshöhe des Jahres 2019 rückgeführt und eingefroren. Auch das Projekt Europa kann nur mit starken nationalen Finanzpartnern eine Zukunft haben. Dafür brauchen wir in Deutschland und für unsere Bürger nachhaltige Investitionen. Wir müssen die heimische Wirtschaftskraft endlich wieder stärken. Meine Damen und Herren der Bundesregierung, ein Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung vom 1. März dieses Jahres spricht in seinem Titel aus, was die Mehrheit der Deutschen mittlerweile über ihre Coronapolitik denkt. Deutschland im Dauerlockdown. Zu Tode geschützt ist auch gestorben. Die rückläufige Akzeptanz Ihrer Maßnahmen oder vielmehr die deutliche Ablehnung der Bevölkerung zeigt, was die Bürger verlangen. Frau Bundeskanzlerin, beenden Sie diesen leidbringenden Lockdown. Was muss noch passieren, dass Sie auf die Rufe aus dem Volk hören, bevor Sie zur Vernunft kommen? Es wurden und werden die Hygienekonzepte angepasst und erweitert. Trauen Sie Ihren Bürgern endlich mal was zu. Behandeln Sie sie nicht wie dumme Kinder. Mit andauernden Verboten werden Sie die Stimme Ihrer Kritiker nicht verstummen lassen. Wir werden mehr und mehr den Anschluss an das Leben da draußen verlieren, die Stabilität unserer Demokratie damit aufs Spiel setzen. Werte Kollegen dieses Hohen Hauses, die Wirtschaft und die Menschen in Deutschland brauchen eine wahre Perspektive. Wir sind alle müde von den politischen Wendemanövern dieser Bundesregierung, die nicht mehr auf unser Wohl ausgerichtet sind. Lassen Sie uns vernünftig handeln. Geben Sie sich endlich einen Ruck und stimmen Sie dem Antrag der AfD zu. Wir brauchen einen Aufbruch für Deutschland. Vielen Dank. Tino Chrupalla aus der AfD-Fraktion, da stellvertretender Vorsitzender. Jetzt gibt es noch mal einen Appell von Wolfgang Schäuble. Die so zahlreich anwesend sind, dass sie keinen Sitzplatz finden. Wir haben extra, um die bestehenden Abstandsregeln im Plenarsaal einhalten zu können, die Zuschauertribünen freigehalten. Also wenn Sie keine Plätze im Plenarsaal finden, dann stehen Sie bitte nicht hinten dicht zusammen, sondern nutzen Sie die Plätze auf den Zuschauertribünen. Danke Ihnen. Klare Ansage, wir müssen nachtragen, um wen es bezüglich der Aufhebung der Immunität gegangen ist. Das ist Axel E. Fischer aus der CDU-CSU-Fraktion. Die Hintergründe versuchen wir noch ein bisschen zu eruieren und Ihnen dann mitzuteilen. Und was ich vorhin gesagt habe bezüglich der Entschließungsanträge und aller weiteren, das hat natürlich damit zu tun, dass hier die Schlussabstimmung zu dem Gesetzentwurf erst mal beendet sein muss. Und dann werden die aufgerufen, also im Anschluss an den Tagesordnungspunkt 9. Ich bedanke mich bei aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und der Bundestagspräsident hat es, glaube ich, sogar auch gesagt, da war ich ein wenig abgelenkt. Aber jetzt wissen Sie, dass es nach diesem Tagesordnungspunkt dann auch noch die Entschließungsanträge gibt, die hier beispielsweise von Grünen und Linken eingereicht worden sind. Und wir schauen zurück in diese Debatte, in der es um drei Anträge der AfD-Fraktion geht, zum Thema Wirtschaft und Corona. Es spricht Peter Bläser aus der Unionsfraktion. Da sind die Deutschland aber 36 Millionen Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf. Und davon sind 21 Millionen Menschen in der Hochrisikogruppe. Die stellen ihre populistischen Forderungen über diese Schicksale. Für uns und für mich persönlich steht nach wie vor fest, Menschenleben und Gesundheit stehen vor wirtschaftlichen Erwägungen. Wir können dankbar sein. Wir können dankbar sein, dass wir in dieser Krisenzeit mit Angela Merkel, einer Bundeskanzlerin haben, die die Nerven behalten, klug, besonnen, zielführend gehandelt, die Menschen in der Gesundheit geschützt und gleichzeitig die Wirtschaft funktionsfähig gehalten hat. Am 1. März schreibt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, ich zitiere, der Dienstleistungsbereich ist in vielen Teilen von direkten Schließungen betroffen, während die Industrie größtenteils ungebremst durchproduzieren kann. Natürlich ist die Situation in Gastronomie, Einzelhandel, Tourismus und Kulturbereich dramatisch. Aber genau deswegen haben wir ein nie dagewesenes Hilfsprogramm auf den Weg gebracht. Und, meine Damen und Herren, das Ziel ist ja nicht mehr weit. Wir dürfen nun nicht leichtsinnig und ungeduldig werden. Mit Testen, Impfen, Lüften, Corona-App und der Haarregeln können wir es bis Ende des Sommers geschafft haben. Den gleichen Optimismus habe ich übrigens auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Binnen eines Jahres haben wir in Deutschland einen Impfstoff entwickelt gegen ein Virus, das wir vor gut einem Jahr noch nicht einmal gekannt haben. Das ist für mich der klare Beweis für die Innovationskraft unseres Landes. Und diese Innovationskraft unserer Wirtschaft spricht aber nicht nur die rasante Impfstoffentwicklung an. Federführend sind wir auch bei Investitionen in die Entwicklung von Strategien, bei der Abschaffung der Kernenergie und fossiler Energieträger, beim Umbau der Energieversorgung, bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft, der Mobilität der Wärmeversorgung. Auch hier stecken Sie in alten Denkschablonen. Sie betiteln Ihren Antrag zwar mit Aufbruch für Deutschland, aber in Wahrheit ist es ein Aufbruch in die Vergangenheit. Deswegen verstehen Sie auch die Energiewende nicht, weil dies ein Projekt für die Zukunft ist. Ich hingegen sage Ihnen, das sind gigantische Chancen mit verbunden. Neue Geschäftsmodelle, zukunftsfähige Technologien, Arbeitsplätze, Technologieführerschaft und Wertschöpfung, insbesondere auch im ländlichen Raum. Ich bin politisch schon einige Jahre unterwegs. Und ich kann Ihnen sagen, so etwas Tolles habe ich noch nicht erlebt. Jeden Tag drängen neue Entwicklungen und neue Ideen auf den Markt. Ich sage Ihnen, die Klimaziele und die Energiewende sind nicht nur erreichbar und machbar, sondern sie sind zwingend Voraussetzung für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Woher weiß ich das? Als Berichterstatter für Energieforschungs- und Förderprogramme sehe ich, wie das Bundeswirtschaftsministerium mit der Führung von Täter Altmaier die Energiewende systematisch vorbereitet. Mit 5 Syntec-Schaufensterprojekten im ganzen Land haben wir die Energiewende geübt. Mit 20 Reallaboren testen wir jetzt die großtechnische Anwendung. Und mit 9 Milliarden gehen wir in die Vollen bei der Wasserstoffstrategie. Wen glauben Sie von der AfD eigentlich mit ihrer restriktiven Handlung zu vertreten? Die Wirtschaft jedenfalls nicht. Die Firmen überschlagen sich mit Ankündigungen, wann sie klimaneutral sein wollen. Das fängt bei der Stahl- und Kupferproduktion an und geht über die chemische Industrie bis hin zu den Rechenzentren. Nur die Energiewende wird unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten können. Auf der ganzen Welt läuft die Umstellung schon auf Hochtouren. Und die Energiewende mit regenerativer Stromerzeugung und Wasserstoffwirtschaft ist die nächste große industrielle Revolution. Das müssen wir uns vor Augen halten. Diese Umsetzung ist natürlich eine große Herausforderung. Das sehe ich auch. Darin mitzuarbeiten ist mir aber eine große Freude. Ich kann Ihnen nur empfehlen von der AfD, beteiligen Sie sich daran. Ansonsten trifft für Sie das Sprichwort zu, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich wünsche Ihnen gute Reise. Peter Bleser mit seiner Erwiderung auf die Rede von Tino Chrupalla, der die Anträge der AfD-Fraktion zu diesem Tagesordnungspunkt vorgestellt hat. Es lohnt ein Blick nochmal auf das, was die AfD möchte. Nämlich die Abgeordneten wollen sogenannte Verlustquellen schließen. Und konkret wollen Sie Zahlungen an die EU kürzen, Maßnahmen für den Klimaschutz und die Energiewende stoppen und eine Einwanderungspolitik im Interesse unseres Landes verfolgen. So soll der Wirtschaft der Weg aus der Krise erleichtert werden. Michael Theurer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion, ist am Pult. In den AfD-Anträgen beantragt die AfD sofort, alle Anti-Corona-Maßnahmen mit Ausnahme des Schutzes der vulnerablen Gruppen und der Maßgabe von Hygienekonzepten zu beenden. Dabei sieht man am realen Verhalten heute hier, aber auch an anderer Stelle, dass Sie längst im Lager der Corona-Leugner angekommen sind. Auf Ihren Pressekonferenzen sitzen Sie ohne jeden Abstand. Schon wieder hat sich ein Kollege von Ihnen infiziert. Schon wieder müssen die Fraktionsvorstandskollegen der anderen Fraktionen in Quarantäne. Die wichtigste Hygienemaßnahme, die ich mir langsam wünschen würde, wäre eine Plexiglaswand zwischen unserer Fraktion und Ihrer. Die wichtigste politische Maßnahme für die politische Hygiene aber wäre, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Fraktion hier im Bund und im Land aus den Parlamenten herauswählen, meine Damen und Herren, jetzt zu Ihren Anträgen. Sie mischen Steuersenkungen, Bürokratieabbau, für die die FDP schon gekämpft hat, als es die AfD noch gar nicht gab, mit Nationalismus, mit Fremdenfeindlichkeit, mit Ressentiments zu einem giftigen Cocktail. Und dann verbreiten Sie auch noch Unwahrheiten. Sie sprechen davon, dass, wenn man EU-Beiträge streichen würde, 40 Milliarden netto bei uns ankommen würden, so als ob es keine Rückflüsse aus der EU zu uns geben würde. An der Stelle, meine Damen und Herren, sage ich, dass A in Ihrem Parteinamen steht für Abschottung, für Ausgrenzung, für Abstieg, für Albtraum, nicht für Aufbruch, meine Damen und Herren. Sie sind auch nicht für etwas, sondern Sie sind meistens gegen etwas. Sie sind gegen die Vertretung der deutschen Interessen in der Europäischen Union. Es kann Deutschland auf Dauer nicht gut gehen, wenn es unseren Nachbarn schlecht geht, meine Damen und Herren. Wer ethnische Kriterien zur Grundlage der Politik macht, das kann man in den Donauländern in Mittel- und Osteuropa sehen, der endet in Krieg und Krise. Aber Sie machen ethnische Kriterien zur Grundlage Ihrer Politik. Herr Gauland, wann ziehen Sie endlich Ihre Pickelhaube ab, meine Damen und Herren? Die große Idee der europäischen Einigung ist, den Verlauf von Grenzen unwichtig zu machen, weil die Grenzen durchlässig und offen sind. Darauf müssen wir gerade jetzt achten. Angesichts hunderter aktueller Grenzkonflikte in der Welt wäre das ja die Blaupause für den Frieden in anderen Erteilen. Dabei ist der Zugang zum Binnenmarkt und die Aufrechterhaltung des Binnenmarktes, also ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union, die dann auch finanziert werden muss, die Grundlage für Wachstum, für Wohlstand und für Arbeitsplätze. Aufbruch Deutschland heißt ganz klares Bekenntnis zur Europäischen Union. Das lassen Sie vermissen. Und das ist eben der Hasenfuß an Ihren Anträgen, die deshalb abgelehnt werden müssen. Das Medianvermögen in anderen Ländern ist doch deshalb höher, weil in Deutschland viele Mittel in Sozialversicherungen und in den Staat gesteckt werden. Wir als Freie Demokraten haben hier Alternativkonzepte vorgelegt. Wir sehen den Reformbedarf in Deutschland, aber das hat mit der Europäischen Union nichts zu tun, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir Ihre Anträge ablehnen. Und noch ein Wort zur Fachkräftezuwanderung. Wer verbreitet den Ressentiments gegen Ausländer und Zuwanderer, das sind doch Sie. Wer in Zukunft die Renten finanzieren will, der muss doch für Weltoffenheit stehen. Der muss für Liberalität stehen. Der muss Zuwanderung, gesteuerte Zuwanderung akzeptieren. Dafür stehen Sie nicht. Sie sind für eine rückwärtsgewandte Politik. Ihre Politik ist kein Aufbruch vor Deutschland. Ihre Politik ist Abbruch vor Deutschland. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich Sie auf, folgen Sie einem Ihrer Gründer. Herr Henkel hat klar gesagt, es gräme ihn, ich zitiere auswendig, ein Monster erschaffen zu haben bei der AfD. Er hat die Konsequenzen gezogen. Er ist ausgetreten. Ich rufe alle Menschen in Ihrer Partei, die es gut mit Deutschland meinen, auf auszutreten und einem der Gründer, nämlich Herrn Hans-Olaf Enkel, nachzufolgen. Vielen Dank. Michael Theurer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion, mit seinen Anmerkungen in Richtung AfD und den hier diskutierten Anträgen zum Thema Wirtschaftspolitik und Lockdown. Wiebke Ester steht als Nächste auf der Rednerinnenliste. Sie kommt aus der SPD-Fraktion und ist Mitglied im Finanzausschuss. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Zukunft gibt es nicht für lau. Und darum ist der Antrag der AfD ökonomisch unsinnig. Er ist völlig überholt und er ist vor allem feindlich gegenüber der jungen Generation. Die AfD will in ihrem Antrag die Umsatzsteuer um vier und um zwei Prozentpunkte senken. Das klingt, muss man zugeben, erst einmal gar nicht so unpopulär. Wir wissen aber, meine Damen und Herren, dass eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer leider, aber es ist nun mal so, das zeigt die Erfahrung aus anderen Ländern, beispielsweise Frankreich, Finnland und Schweden, die 2009 die Umsatzsteuer für Restaurants gesenkt haben, leider wird das nicht oder nur weniger als die Hälfte überhaupt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Und darum heißt das, dass das, was Sie in Ihrem Antrag den Menschen vorrechnen und vollmundig versprechen, so nicht eintreten wird. Darum ist Ihr Antrag vielmehr einer voller Lehrerversprechen. Er ist damit ökonomisch unsinnig. Und wenn wir die Steuern für Verbraucherinnen und Verbraucher senken wollen, dann sollten wir das wohl überlegt tun und an den richtigen Stellen. Und ja, an Ihrem eigenen Einkommen gemessen profitieren Menschen mit wenig Geld davon am meisten. Aber in absoluten Beträgen wiederum profitieren Sie nicht am stärksten. Denn wenn Sie die Mehrwertsteuer auf Luxusgüter senken wollen, dann profitieren davon diejenigen, die sich teuren Schmuck und andere Luxusgüter kaufen. Und wenn die AfD die unteren Einkommen entlasten hätte wollen, dann hätten Sie der Abschaffung des Solidaritätszuschlages zugestimmt. Denn wir haben den Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Einkommen abgestimmt und nur die oberen 3,5 Prozent zahlen ihn weiter. Sie bemühen auch in Ihrem Antrag die kalte Progression, ob sowohl Sie wissen oder zumindest wissen müssten, dass wir mit der Eckwerteverschiebung nach rechts und der Anhebung des steuerlichen Grundwerksvertrags die kalte Progression ausgleichen. Und man kann ja zu der Systematik der Mehrwertsteuer und auch der Tatsache, dass sie angehoben wurde, kritisch stehen. Ich stehe dazu sehr kritisch. Aber wer an die Mehrwertsteuer ran will, der sollte sie klug reformieren, nicht einfach via Gießkanne alles senken. Und darum ist der vorgelegte Antrag hier keine Alternative. Es ist aber auch kein gut überlegter Vorschlag, denn er ist völlig überholt. Sie legen zugrunde den Haushaltsüberschuss der Jahre 2018 und 2019. Haben Sie eigentlich nicht mitbekommen, was in den letzten Jahren hier passiert ist? Es ist ja bekannt, dass es Corona-Leugner in der AfD gibt. Dass das aber so weit um sich greift, hätte ich persönlich nicht gedacht. Und um das auch ganz klar zu sagen, dass wir in dieser Pandemie milliardenschwere Hilfspakete aufgelegt haben, das ist richtig, weil uns gegen die Krise ansparen, am Ende noch viel teurer zu stehen kommen würde. Und ich mache mir auch aufgrund der Wirtschaftskraft, die wir haben, aufgrund der im internationalen Vergleich immer noch geringen Schuldenquote keine Sorgen. Wir gehen davon aus, nach Schätzungen, dass die Schulden von Bund und Ländern und Gemeinden bei 2021 bei rund 73 Prozent liegen. Dann sind wir immer noch 9 Prozentpunkte geringer als im Jahr 2010 nach der Finanzkrise. Und darum kommt es in dieser Krise darauf an, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und meine Damen und Herren, was Sie vorgelegt haben, gehört nicht dazu. Denn der Vorschlag, den Sie vorgelegt haben, führt zu Mindereinnahmen von mehreren Milliarden Euro. Sie rechnen mit 51 Milliarden. Im Endeffekt wird es von der Konjunktur abhängen, wie viele Milliarden es sind. Aber es ist klar, dass es hohe Milliardenbeträge sein werden. Und mich treibt vor allem um, wie wir die Handlungsfähigkeit des Staates, auch insbesondere der Kommune, nach der Krise sichen. Und darum brauchen wir vor Ort Spielraum. Für Klimaschutz und Verkehrswandel brauchen wir Investitionen. In Deutschland schließt in den letzten Jahren alle vier Tage ein Schwimmbad. Das hat nichts mit Corona zu tun. Diese Hallenwäder sind einfach marode. Sie sind kaputt geschmarrt. Ich will aber, dass in Deutschland alle Menschen schwimmen lernen können. Und darum brauchen wir Geld für unsere öffentliche Infrastruktur. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt davon, dass wir besser in unsere Zukunft investieren. Dass wir das Geld besser dafür verwenden sollten, Schulen besser auszustatten, Straßen zu sanieren, Breitband bis an jede Milchkanne auszubauen und in jeder Kommune eben ausreichend Schwimmbäder zu haben. Wenn wir Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Quartiersarbeit und der Seniorinnenarbeit ausweiten können, weil all das nämlich den Zusammenhalt unserer Gesellschaft beiträgt. Und wenn wir Zukunftsinvestitionen, die wichtig sind, dann werden die nicht nur den Wirtschaftsstandort sichern, sondern auch ganz einfach das Leben lebenswerter machen. Das, meine Damen und Herren, will aber die AfD nicht, weil die AfD spalten will. Und darum hat die AfD auch mit diesem Antrag wieder einmal gezeigt, dass sie Politik nur für die Reichen macht, auch wenn sie vorgibt, dass das anders sei. Und weil sich am Ende nur reiche Menschen einen starken Staat leisten können, lehnen wir den Antrag der AfD ab. Herzlichen Dank. Wiebke Hester war das aus der SPD-Fraktion in einer Debatte, in der es um drei Anträge der AfD geht zur Wirtschaftspolitik in Corona-Zeiten. Der Bundestagspräsident verweist noch mal auf die namentliche Abstimmung zu dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion zur Fortgeltung der epidemischen Lage. Da will er nach dem nächsten Redner die Abstimmung schließen. Und hier am Pult ist Alexander Ullrich, er ist Sprecher für Industriepolitik in der Linksfraktion. Mit AfD-Anträgen müssen wir die heute hier behandeln, die eigentlich unnötig sind. Sie sind wirklich wirtschaftspolitisch und europapolitisch eine Geisterfahrt, was wir heute hier vorgelegt bekommen. Und sollte eigentlich von Ihnen heute schon zurückgezogen werden, dass wir überhaupt nicht mehr im Ausschuss darüber reden müssen. Sie haben mal wieder kurz vor zwei Landtagswahlen alles auf Papier gebracht, was Ihnen schon immer wichtig war, aber was uns als Land massiv schaden würde. Man muss doch mal deutlich sagen, wenn die AfD was zu sagen hätte, hätten wir heute schon Millionen Arbeitslose mehr. Diesem Land würde es insgesamt schlechter gehen und wir wären europapolitisch und der ganzen Welt sehr isoliert. Und das haben Sie heute noch mal sehr gut hier auf Papier gebracht. Und da steht dann wieder alles drin, dass man das Lieferkettengesetz auch ablehnt. Was das mit der Coronakrise zu tun hat, weiß ich nicht. Sie wollen zurück zur Kernkraft. Sie wollen im Prinzip, dass die Corona-Maßnahmen beendet werden. Das heißt, für Sie sind Profite wichtiger wie Menschenleben und Gesundheit. All das bringt Sie zu Papier. Deshalb kann das alles nur abgelehnt werden. Es ist ein gutes Gemisch und Planlosigkeit, was Sie hier uns vorschlagen. Und daher, wie gesagt, ziehen Sie die Anträge zurück. Sie sind eigentlich keine Rede wert. Dass Herr Altmaier da ist, finde ich gut. Denn dann können wir uns ein bisschen mit der Bundesregierung beschäftigen, wenn wir schon mal Anlass haben zum Reden. Herr Altmaier, das Wirtschaftsministerium ist wirklich in dieser Coronakrise, das muss man sagen, ein Schwachpunkt. Sie machen ja ein Wettrennen mit dem Gesundheitsminister, wer der schwächste Minister ist in Deutschland. Und jetzt können Sie vielleicht mal froh sein, dass ein, zwei Wochen Herr Spahn vor Ihnen liegt. Aber Sie werden sich mit der Notfallhilfe wahrscheinlich bemühen, nächste Woche wieder derjenige zu sein, der uns schwer durch die Coronakrise bringt. Und deshalb glaube ich, wenn wir Gesundheit vor wirtschaftliche Interessen stellen, was wir als Linke begrüßen, dann müssen aber die Maßnahmen, die wir für die ausgedacht haben, die dann wirtschaftlich darunter leiden, dann müssen diese Maßnahmen auch ankommen. Und was Sie mit Ihren Wirtschaftshilfen gemacht haben bisher, ist eine reine Katastrophe. Und da reicht es auch nicht aus, wenn Sie immer wieder auf die Länder verweisen, die Bundesländer, wenn bei der Coronasoforthilfe letztes Jahr im Sommer schon nicht geklappt hat, wäre es doch Ihr Haus gewesen, die sagen hätten müssen, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand und sorgen dafür, dass November, Dezemberhilfe, Coronahilfe 3 oder nun auch die Notfallhilfe für die, die bisher durch jedes Raster gefallen sind, dass sie endlich dort ankommen. Es kann nicht sein, dass viele Existenzen, Arbeitsplätze, viele Soloselbststände, Einzelhändler, dass sie darunter leiden müssen, dass dieses Wirtschaftsministerium nichts auf die Reihe kriegt. Und Herr Altmaier, ich sage Ihnen auch, Sie sind ja vielleicht auch Anhänger wie die AfD oder auch die FDP, die sagt, wir müssen wieder schnell zurück zu dem alten Zustand. Wir sagen Ihnen ganz deutlich als Linke, nach Corona wird nie mehr so sein wie vor Corona. Denn die Coronakrise hat gezeigt, wie dringend notwendig Zukunftsinvestitionen in diesem Land sind. Ob es die Krankenhäuser sind, ob es die Infrastruktur ist, ob es das Gesundheitswesen insgesamt ist, ob es die ökologischen Notwendigkeiten der Klimakrise anbetrifft. Wir brauchen viel, viel Geld. Deshalb erneuern wir unseren Vorschlag vom letzten Jahr. Wir brauchen zusätzliche Investitionen von 500 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren für den sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft. Und ich sage Ihnen auch, das bekommt man natürlich nicht damit, dass man der Frage aus dem Weg geht, wer es zu bezahlen hat. Und wir als Linke sagen deutlich, die Wohlhabenden, die Reichen in Deutschland und Europa, die müssen nach der Krise zur Verantwortung gezogen werden, dass sie mehr beitragen müssen, damit die Gesellschaft gelingt. Deshalb ran an das Geld der Reichen, mehr Umverteilung, dann ist der sozial-ökologische Umbau auch ohne neue Schulden zu finanzieren. Aber wenn man darauf verzichtet, sich mit den Wohlhabenden anzulegen, dann muss man halt die Schuldenbremse und die schwarze Null außer Kraft setzen. Denn beides geht nicht. Man kann nicht auf Steuererhöhungen verzichten und gleichzeitig sagen, man will wieder zur Schuldenbremse zurückkehren. Denn dann versündigt man sich an den kommenden Generationen. Deshalb glauben wir, braucht es einen Mix. Wir brauchen höhere Steuern für Reiche und Wohlhabende. Und wir müssen weiterhin die schwarze Null zumindest mal aussetzen, damit in die Zukunft investiert werden kann. Denn die Klimakrise macht auch keine Pause wegen Corona. Und da muss dringend mit viel Geld rein investiert werden. Und Herr Theurer, Sie haben, ich muss wirklich darauf eingehen, Sie haben ja sich auch gut absetzen wollen von der AfD, indem Sie jetzt eine Plexiglaswand hier wollen, und haben dann noch gesagt, dass die Vorschläge, die die AfD macht, schon die FDP gemacht hätte. Da hätte es die AfD noch gar nicht gegeben. Vielleicht sollte sich die FDP mal Gedanken machen, ob Ihr neoliberaler Mix, der soziale Spaltung führt, nicht auch ein Ergebnis dann das beinhaltet, dass überhaupt die AfD da ist. Eine soziale Spaltung macht natürlich auch rechts stark. Deshalb, Ihre Politik, für das Sie stehen, ist auch Ausdruck dessen, dass jetzt die AfD hier im Bundestag ist. Und deshalb, glaube ich, müsste auch die FDP mal Ihre Politik grundsätzlich überdenken. Herr Altmaier, wenn wir jetzt noch einige Wochen und Monate mit der Coronakrise leben müssen, bleibt Die Linke bei Ihren Vorschlägen. Wir müssen diejenigen schützen, die darunter zu leiden haben. Das heißt, die Coronahilfen müssen schnell dort ankommen, wo sie hingehören. Die Notfallhilfe muss jetzt schnell zur Auszahlung kommen. Wir brauchen eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds. Wir bleiben dabei. Wir brauchen ein Mindestkurzarbeitergeld von 1200 Euro. Und wir sagen klipp und klar, wenn Firmen gerettet werden, dann muss das verbunden werden mit Beschäftigungssicherung. Es kann nicht sein, dass die Lufthansa Milliarden bekommt und dann 30 000 Menschen rauswirft. Und auch heute, wo die Lufthansa ja ihre Pressekonferenz hat, muss das noch mal deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Vielen Dank. Serge Alexander-Ulrich aus der Linksfraktion, Sprecher für Industriepolitik. Und jetzt geht es erst mal weiter mit der Frage, ob hier alle abgestimmt haben. So schließe ich die Abstimmung. Bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Ausdehung zu Beginn. Das Ergebnis der Abstimmung wird später bekannt gegeben. Und damit erteile ich als nächste Rednerin das Wort der Kollegin Claudia Müller, Bündnis 90 die Grünen. Und Claudia Müller ist Mittelstandsbeauftragte ihrer Fraktion und Sprecherin für maritime Wirtschaft, auch wenn Letzteres jetzt nicht so ganz der wesentlich zentrale Punkt ist in dieser Debatte. Und wenn diese Rednerin durch ist, erzähle ich Ihnen ein bisschen darüber, womit die Aufhebung der Immunität von Axel Fischer mutmaßlich zu tun haben könnte. Was sollte man auch anderes von einer vom Verfassungsschutz beobachtenden rechtsextremen Partei erwarten? Die AfD schreibt Lockdown aufheben drüber, will aber möglichst gleich noch sämtliche Maßnahmen für den Klimaschutz aufheben. Dass die braune AfD eine Partei der Vergangenheit ist, das hat sie schon oft bewiesen. Mit diesen Anträgen offenbart sie ihre rückwärtsgewandte und wissenschaftsfeindliche Einstellung einmal mehr. Egal ob Gender Studies, Epidemiologie oder Klimaforschung. Wissenschaftliche Erkenntnisse und die Position der AfD gehen nicht zusammen. Zurück ins Vorgestern. Das ist Ihr Motto. Und dabei marschieren Sie im Stechschritt an der Wirklichkeit vorbei. Ihre Anträge mit Vorschlägen zur Konjunkturbelebung liest sich wie ein Worst-of-AfD-Wirtschaftsideen. Geprägt von Ihrem vorgestrigen Weltbild und in dieser heutigen Zeit kontraproduktiv. Nur mal ein Beispiel. Deutschland braucht dringend mehr Fachkräftezuwendung. Und dafür brauchen wir eine Willkommenskultur, um im globalen Wettbewerb um die bestausgebildetsten Talente bestehen zu können. Ihre Vorschläge gehen genau in eine gegenteilige Richtung. Doch um sich an Ihren Widersprüchen und Ahnungslosigkeiten abzuarbeiten, ist mir ehrlich gesagt meine rege Zeit zu schade. Konstruktive Vorschläge, um Probleme zu lösen, überlassen Sie sowieso uns allen anderen. Denn das ist schließlich nicht Ihre Stärke. Dass sich die Klimakrise zuspitzt und das Klima durch den hohen CO2-Ausstoß erhitzt, leugnet außer Ihnen und Ihresgleich niemand mehr. Sogar die großen Wirtschafts- und Industrieverbände stellen sich auf den Klimaschutz ein und fordern entsprechende Rahmenbedingungen, damit Klimaschutz sich endlich besser rechnet. Und damit sind die Unternehmen und Verbände inzwischen weiter als die Bundesregierung. Das Motto muss sein. Aus der Krise lernen und sie nutzen, um umzusteuern. Es werden Milliardeninvestitionen notwendig sein, um aus der Corona-Krise herauszukommen. Die können und müssen wir auch so nutzen, dass wir uns nachhaltig aufstellen. Das wäre klug. Hin zu mehr Klimaschutz, hin zu mehr Kreislaufwirtschaft und hin zu mehr Widerstandsfähigkeit gegen Krisen. Das ist der Zeitgeist. Die EU und die USA machen es vor. Aber die schwarz-rote Koalition sendet über die letzten Jahre hinweg immer wieder widersprüchliche und falsche Signale. Sie nehmen Klimaschutz, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft nicht ernst genug. Und gerade in Bezug auf Digitalisierung haben wir doch in dieser Krise schmerzlich gemerkt, wie sehr uns die fehlende Infrastruktur lehnt. Und es ist eine Zukunftsfrage, ob wir nicht nur die Großstädte, sondern die Klein- und Mittelstädte und den ländlichen Raum hier anschließen und gute Entwicklungschancen bieten. Zu wenig Investitionen, ordnungspolitisch zu niedrige Leitplatten und sogar in Brüssel zum Teil der Einsatz gegen entsprechende Regelungen. So schaffen wir die Transformation hin zur ökologischen und krisensicheren Wirtschaft nicht. Da müssen wir dringend was ändern. Und da brauchen wir klare Signale der Bundesregierung für Stabilität. Denn wir können es schaffen, aus dieser Krise stärker langfristig hervorzugehen. Und ich will mal ein Positivbeispiel sagen, das EEG von vielen heute sehr gescholten hat, sehr positive Impulse für die Entwicklung der erneuerbaren Energien gesetzt. Recycling, Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz, im Bau, im Bereich Mobilität. Wir haben hier unglaubliche Potenziale für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für den Klimaschutz. Und dabei, Herr Altmaier, müssen wir auch insbesondere immer die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit in den Blick nehmen. Denn dort ist das Innovationspotenzial Deutschlands. Darauf müssen unsere Programme entsprechend ausgerichtet sein. Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht. Unsere Widerstandsfähigkeit in Krisen ist zu gering. Wir müssen unsere Krisenresilienz in allen Bereichen erhöhen. In Bezug auf die Pandemie heißt das zum Beispiel langfristig den Aufbau einer Pandemiewirtschaft. In der schnell und zuverlässig Medikamente, Schutzkleidung und Tests produziert werden können. Diese Kapazitäten müssen wir in Europa, denn wir machen das alles nicht alleine, sondern in einem internationalen Kontext etwas, was Sie nicht verstanden haben, vorhalten zu können. Aber dafür brauchen diese Unternehmen Verbindlichkeiten in Bezug auf Abnahme und Preis. Aber da ist mehr. Die Klimakrise wird uns immer wieder in solche Ausnahmesituationen bringen, und wir sind unzureichend darauf vorbereitet. Wir brauchen Lösungen, wenn zum Beispiel langeinheitende Trockenheit die Landwirtschaft oder eben durch Niedrigwasser auch Transportwege notwendig für unsere Stahl- und chemische Industrie gefährden. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Krisenresilienz. Die Aufgabe ist komplex. Krisenpotenziale greifen ineinander, und genauso vernetzt müssen daher unsere Antworten darauf sein. Zur Bewältigung und für eine zukunftsfähige Gesellschaft brauchen wir die drei Tee Technologie, Talent und Toleranz. Für nichts davon steht die AfD, und das haben Sie mit Ihren Anträgen mal wieder eindrucksvoll bewiesen. Vielen Dank, Claudia Müller. Claudia Müller aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben ein bisschen geschaut, was wohl der Grund dafür sein könnte, dass die Immunität von Axel Fischer aufgehoben worden ist. Wir haben keine endgültige und definitive Bestätigung, aber es scheint Zusammenhänge zu geben mit einer Affäre, die schon mehr als vier Jahre alt ist und die mit Bestechungsgeldern aus Aserbaidschan im Zusammenhang steht. Wir haben mal in die Nachrichtenagenturen der vergangenen Jahre geguckt und da eine Meldung gefunden, dass Axel Fischer bereits 2017 als Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europarat wegen Bestechungsgeldern aus Aserbaidschan von diesem Amt zurücktreten musste. Und ganz offenbar ist es so, dass sich dieser Vorgang auch weiter fortsetzt und da jetzt nach wie vor Ermittlungen im Gange sind und eben auch damit in diesem Zusammenhang dann auch die Immunität heute Morgen des Abgeordneten Fischer aufgehoben worden ist. Sobald es hier Konkreteres gibt und auch Amtliches, werden wir Ihnen das mitteilen. Aber das ist mal der mutmaßliche Stand der Dinge hier, den ich Ihnen mit aller Vorsicht natürlich weitergebe. Und es spricht im Bundestag jetzt. Muss ich mal gerade schauen, wo wir hier sind. Und das ist wichtig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Andreas Lenz aus der Unionsfraktion. Und gerade jetzt müssen wir auch mal ein deutliches Dankeschön sagen. Danke für die Disziplin, für den nicht einfachen Verzicht, für das Mitmachen. Es war ja letztlich nicht die Politik, es waren ja nicht die Maßnahmen. Es waren die Menschen, die dazu beigetragen haben, dass die Situation jetzt wieder besser ist. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und eines muss immer klar sein. Nur wenn die Menschen mitmachen, können die Maßnahmen letztlich auch greifen. Deshalb brauchen wir jetzt vor allem Akzeptanz in der Bevölkerung auch für die weiteren Maßnahmen. Und zur Akzeptanz gehören natürlich auch Perspektiven. Perspektiven für Öffnungen für mehr Normalität. Und da bin ich dankbar, dass die MPK gestern auch einige Schritte in die richtige Richtung dementsprechend auch beschlossen hat. Und klar ist auch, dass wir für die Einschränkungen, die gerade auch der Gastro, dem Einzelhandel, aber auch beispielsweise den Friseuren und anderen zugemutet wurden, wirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die Hilfen laufen jetzt endlich Gott sei Dank an. Und sie kommen auch an. Wir brauchen aber zusätzlich einen Härtefallfonds. Es sind 1,5 Milliarden Euro da im Raum gestellt worden. Genau für die Fälle, bei denen die bestehenden Programme, aus welchen Gründen auch immer, eben nicht greifen. Und auch die Ausdehnung der Hilfen für Unternehmen bis 750 Millionen Euro Umsatz darf nicht an bürokratischen Hürden scheitern. Wir sehen da Olaf Scholz in der Pflicht. Hier muss gemeinsam geliefert werden, meine Damen und Herren. Aber uns muss klar sein, dass die Hilfen natürlich kein Ewigkeitsinstrument sind. Obwohl sie notwendig sind, will natürlich auch kein Unternehmer normalerweise alimentiert werden. Die Menschen wollen arbeiten, das ist gut. Und das muss von uns auch mit Perspektiven flankiert werden. Das Testen wird mehr Freiheit ermöglichen. Selbsttest bieten Chancen für mehr Eigenverantwortung, für mehr Freiheit insgesamt, die wir natürlich nutzen müssen. Wir müssen weiter alle Potenziale beim Impfen nutzen. Wir brauchen so viel Impfstoff wie möglich, der so schnell wie möglich verimpft werden muss. Wir werden uns weiter an die AHA-Regeln halten müssen. Wir brauchen die Masken, die Sie ja für lächerlich halten oder erklären. Impfen, testen, AHA und öffnen könnte man auch sagen. Wir brauchen Öffnungen, aber wir brauchen differenzierte Öffnungen und nicht undifferenzierte Öffnungen, wie die AfD sie fordert. Dabei betrachte ich die Ergebnisse von gestern als ersten wichtigen Schritt. Und weitere werden natürlich sukzessive in Form von Wenn-dann-Bedingungen auch sich anschließen. Schließlich brauchen wir aber auch jetzt schon die Konzepte für das Wiederdurchstarten der Wirtschaft. Ein Licht am Ende des Tunnels ist beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung für die Gastro, die ja bis Ende 2022 beschlossen wurde von uns, wo übrigens die AfD dagegen gestimmt hat. Herr Dr. Lenz, Sekunde, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Dieter Dehm? Der sitzt links. Ach, der Komponist, ja, genau. Aber auch, herzlichen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Möglichkeit an der Zwischenfrage auch nach Ansichtigwerten meiner Person noch aufrechterhalten haben. Ich vermisse einen Begriff, stimme Ihnen bei dem Wort Differenzierung bei Öffnung, aber auch bei Pandemiebekämpfung völlig zu. Aber braucht Augenmaß und Differenzierung nicht auch mehr Personal? Ich spüre den Verzicht bei vielen Rednerinnen und Rednern. Und ich glaube auch, Kollege Ulrich hat das ja vorhin angesprochen, dass das dann auch Steinvorlagen für die AfD und ähnliche Kräfte werden könnten. Wenn man nicht sagt, Augenmaß braucht starken Sozialstaat. Und wir müssen die Gesundheitsämter wieder in den Stand von 1995 versetzen. Also die 20.000 weggekürzten Stellen, so dass Sie Theater für Theater, Einrichtung für Einrichtung, Kita für Kita, Schule für Schule wieder prüfen können. Dass wir auch Infektionsverläufe nachvollziehen können. Und wir nicht blinde Werte ansetzen, weil wir wissen, wir haben die Gesundheitsämter runtergewirtschaftet. Also würden Sie mir zustimmen darin, dass wir die Gesundheitsämter wieder stärken müssen, weil ein starker Sozialstaat das Augenmaß, die Differenzierung, also auch die vertikale Pandemiebekämpfung ermöglicht, von der Sie gesprochen haben. Gut, Dr. Lenz, bitte. Ja, Herr Dehm, zunächst mal macht es mir eigentlich immer schon Angst, wenn die Linke mir, auch wenn es nur teilweise Zustimmung ist, mir zustimmt. Aber Sie nehmen es ja auch gerne zurück, aber Spaß beiseite. Zustimmung wird ja auch von Ihrer Seite dann letztlich auch von mir genommen. Punkt Gesundheitsämter. Sie haben da wahrscheinlich die Beschlüsse auch beim Konjunkturpaket des letzten Jahres nicht ganz gelesen. Es ist ja so, dass der Bund insgesamt über 7,5 Milliarden Euro für die Gesundheitsämter zur Verfügung stellt, eben für die personelle, aber auch für die Aufrüstung im digitalen Bereich. Das läuft jetzt an, und da sind wir bei der Umsetzung auch schon massiv vorangekommen. Insofern läuft es. Und ich bedanke mich aber trotzdem für Ihre Wortmeldung. Dann geht es weiter mit der Rede. Ja, zu mehr Normalität zurückkehren, ich habe es gesagt, Testen, AHA-Regeln, Impfen wird dazu beitragen. Wir wissen auch, wie wichtig die Innenstädte jetzt sind, aber auch in der Zukunft sind. Und wir wissen auch, und das vergegenwärtigt einen Blick auch in die Runde, dass auch Friseure wichtig sind für das Erscheinungsbild, aber auch für vieles mehr. Und das ist ja auch vielen erst jetzt richtig bewusst werden. Wir müssen also jetzt auch Konzepte entwickeln, erarbeiten, wie wir den Einzelhandel fit für die Zukunft machen. Da geht es um mehr als Resilienz. Wir haben tolle Einzelhändler, tolle Unternehmer. Das erfahren wir auch jeden Tag. Und diese brauchen natürlich Perspektiven. Auch wenn es darum geht, auch Langfristperspektiven zu entwickeln, auch im Wettbewerb gegen die digitale Konkurrenz. Darum wird es gehen. Dazu müssen wir beitragen. Hier müssen wir liefern. Und hier werden wir auch entsprechende Konzepte erstellen. In dem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Lenz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung vor dem nächsten Redner, das halten Sie durch, ja genau, bekannt geben. Also, das war die namentliche Abstimmung über den Entwurf eines Gesetzes zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen. Abgegebene Stimmen 664. Mit Ja haben gestimmt 368. Mit Nein haben gestimmt 293, Kolleginnen und Kollegen. Und enthalten haben sich drei Kollegen oder Kolleginnen. Gut, dann rufe ich auf den nächsten Redner, Till Mansmann für die FDP-Fraktion. Und wir stellen fest, dass der Gesetzentwurf damit die erforderliche Mehrheit erreicht hat. Logischerweise ist damit der Gesetzentwurf angenommen. Aber das hätten Sie ja gemerkt, wenn es dem nicht so gewesen wäre. Also, Sie haben das Wort, Herr. Noch mal eine ergänzende Information der Bundestagsvizepräsidentin Roth. Und das bedeutet natürlich, dass, ich sage es gerne noch mal, auch die noch ausstehenden Anträge, Entschließungsanträge zu diesem Tagesordnungspunkt dann gleich hier abgestimmt werden am Ende dieser Debatte. Und in eben dieser Debatte spricht jetzt Till Mansmann aus der FDP-Fraktion. Ja, wir brauchen eine nachvollziehbare Öffnungsstrategie und starke wirtschaftspolitische Impulse. Und in der Tat bietet uns die aktuelle Lage, Anlässe auch über Grundsätzliches nachzudenken. Unser Umsatzsteuersystem ist dringend reformbedürftig. Und auch über die Sätze müssen wir sprechen. Darüber sind wir uns ja weitgehend einig. Ständig wiederkehrende Betrugsfälle, eine unnachvollziehbare Anwendung des ermäßigten Steuersatzes. So kann es nicht weitergehen. Doch wenn Sie, werte Kollegen von der AfD, ein Papier vorlegen, mit dem Sie Ihre Visionen für eine moderne Umsatzbesteuerung darstellen, dann ist das Beste, was Ihnen einfällt, eine pauschale Umsatzsteuersenkung um ein paar Prozentpunkte. Brauchen wir jetzt wirklich das vierte oder fünfte Herumgewuschel am Mehrwertsteuersatz? Das ist keine Strategie, das ist papiergewordene Einfallslosigkeit. Jetzt haben wir schon eine Regierung, die sich jeden nächsten Planungsschritt in der Pandemie aus der Nase ziehen lässt. Und jetzt wollen Sie als Oppositionspartei mit noch weniger Plan dagegenwursteln. Das haben die Bürger nicht verdient. Ein besonderes Highlight ist übrigens Ihr Vorschlag zur Gegenfinanzierung. Streichen wollen Sie bei der EU. Dabei ist doch gerade der europäische Binnenmarkt die größte Hoffnung für unsere wirtschaftliche Erholung. Aus der Krise. Und noch erstaunlicher ist der Hinweis auf die kalte Progression bei der Einkommenssteuer. Wir wollen sie abschaffen. Sie werben dafür, diese heimliche Steuererhöhung durch die Hintertür bei den Bürgern abzukassieren, davon abgesehen, dass gerade in der aktuellen Lage derzeit das gar nicht so viel bringt. Eigentlich gar nichts. Falscher Ansatz, falsche Finanzierung, falsche Zielrichtung. Ja, wir müssen ans Umsatzsteuersystem ran. Gerade haben meine Fraktionskollegen und ich im Bundestag einen Antrag vorgelegt, in dem wir Möglichkeiten einer modernen Umsatzbesteuerung aufzeichnen. Durch die Einführung eines elektronischen Meldesystems zur Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen. Damit können wir echten Mehrwert schaffen. So bringen wir die Mehrwertsteuer ins 21. Jahrhundert. Die Steuerpflichtigen könnten medienbruchfrei Kundenaufträge verarbeiten. So würde den kriminellen Karussellgeschäften endlich etwas Wirksames entgegengesetzt. Ihre Anträge tragen zu all dem wenig bei. Daran werden wir zwar auch in der Ausschussarbeit nichts ändern. Der Verweisung stimmen wir natürlich zu. Dann lassen uns aber bitte dort nicht über ein paar klägliche Punkte sprechen, die Sie uns hier vorgelegt haben, sondern schauen, wo der Schuh bei der Umsatzsteuer wirklich drückt. Vielen Dank, Phil Mannsmann. Und Phil Mannsmann wird jetzt folgen als nächster und drittletzter Redner in dieser Debatte, in der es um nach wie vor drei Anträge aus der AfD-Fraktion zur Wirtschaftspolitik in Corona-Zeiten geht und insbesondere auch ein Ende des Lockdowns, wie ihn die AfD sich wünscht. Hier jetzt Timon Gremmels aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie von der AfD beschreiben keine Wege raus aus der Wirtschafts- und Lockdown-Krise, wie der Titel Ihres Antrages verspricht. Vielmehr servieren Sie uns ein Sammelsurium altbekannter AfD-Propaganda. Sie hetzen gegen die EU. Sie hetzen gegen Migranten. Sie hetzen gegen die Energiewende und gegen die Klimarettung. Sie hetzen gegen die Frauenquote in Führungspositionen. Das hat alles nichts und überhaupt gar nichts mit der Bewältigung der Corona-Krise zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das alles ist alter Kaffee. Aber alter Kaffee, zum x-ten Mal aufgebrüht, ist am Ende doch nur braune Plörre. Sowohl die Pandemie, lassen Sie sich das deutlich sagen, sowohl die Pandemie wie auch die damit verbundene Wirtschaftskrise löst man doch als Exportnation nicht national, sondern nur europäisch und global. Das ist das kleine Einmaleins der VWL, der Volkswirtschaftslehre, aber die beherrschen Sie ja scheinbar nicht. Mit der Forderung, alle Maßnahmen der Energiewende und des Klimaschutzes auszusetzen, ignorieren Sie doch, dass wir neben der Corona-Krise auch noch eine Klimakrise haben, die wir bewältigen müssen. Und diese Krise wartet doch nicht darauf, dass wir uns erst um Corona kümmern. Wir haben jetzt die einmalige Chance, beides zeitgleich zu bewältigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir der Auffassung sind, dass eine Bewältigung der Klimakrise auch einen Beitrag dazu leisten kann, aus der Corona-Krise herauszukommen. Da ist die deutsche Wirtschaft Gott sei Dank viel weiter als die AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit Ihrer Forderung nach einer pauschalen Öffnung würden Sie der dritten Welle, an deren Anfang wir bestehen, die würden Sie zu einem Tsunami machen. Und all unsere Erfolge, die wir errungen haben, würden Sie leichtfertig gefährden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde, die gestern beschlossene, schrittweise Öffnung, verbunden mit einer Schnell- und Selbstteststrategie, gibt Handel, gibt Gastronomie, gibt Kultur eine echte Perspektive, auf die wir vor Ort so dringend gewartet haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie bemängeln von der AfD auch die schleppende Auszahlung der Wirtschaftshilfen. Das Argument habe ich ja hier auch immer gebracht. Und das war ja auch bis Mitte Februar richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt aber nicht mehr. Ein Großteil der Novemberhilfen, der Dezemberhilfen und der Neustarthilfen wurde inzwischen ausbezahlt. Auch die Gelder der Ü3 fließen mittlerweile. Ich zitiere jetzt aus einer WhatsApp-Nachricht eines Gastronoms aus meinem Wahlkreis. Der hat mir gestern geschrieben, Lieber Timon, Update zu Ü3. Freitag Antrag gestellt, Samstag Bestätigung, Mittwoch erste Abschlagszahlung auf dem Konto. Das ging mir mal richtig flott. Und deswegen, weil ich ja auch häufig kritisiert habe, Herr Altmaier, herzlichen Dank an Sie und auch an Olaf Scholz, weil die Gelder kommen an. Und das ist keine individuelle Erfahrung, sondern, wenn ich richtig informiert bin, mit Stand vom 1.3. sind von allen Förderprogrammen, die wir aufgelegt haben des Bundes, von den insgesamt beantragten 30 Milliarden Euro mittlerweile 26 Milliarden abgeflossen worden. Ich finde, das kann sich sehen lassen, hilft aber nichts, wenn vor Ort es das ein oder andere Problem gibt. Darum kümmern wir uns jetzt auch mit dem Härtefallfonds. Aber ich glaube, dass wir da einen Haken dran machen können. Es läuft jetzt. Und da haben auch maßgeblich die Koalitionsfraktionen mit beigetragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Ich finde, jetzt habe ich mich schon viel zu lange mit diesem Antrag der AfD beschäftigt. Lassen Sie mich die Zeit doch nutzen, wie wir als Sozialdemokratie aus dieser Krise kommen wollen. Und wir sind der Auffassung, das müssen wir solidarisch machen, mit Respekt, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und gemeinsam machen. Wir wollen den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. 12 Euro. Wer arbeitet, muss davon auch leben können und sein Leben bezahlen können. Und das ist eine Frage des Respekts. Und deswegen ist ein erster Schritt Richtung 12 Euro genau der richtige Weg. Dafür steht die Sozialdemokratie, meine Damen und Herren. Und wir wollen die Allgemeinverbindlichkeit in der Altenpflege, des Tarifvertrags. Das ist für uns wichtig, weil schlechte Löhne für harte Arbeit, das sage ich auch Richtung Caritas, schlechte Löhne für harte Arbeit sind unsozial. Und damit es die Caritas auch versteht, die sind unchristlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es gut, dass unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gesagt hat, wir müssen jetzt, dass er die Pflege-Mindestlohnkommission einberufen will. Genau das ist der richtige Punkt. Und ich erwarte auch von Jens Spahn, anstelle von irgendwelchen netten Spendenessen nach Leipzig zu fahren, doch bitte seine Hausaufgaben zu machen und die Finanzierung und sicherzustellen, dass künftig auch in der Altenpflege klar ist, dass die Finanzierung der Pflegeversicherung daran gekoppelt wird, dass es eine Tarifbeschäftigung gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Spahn, machen Sie Ihre Hausaufgaben. Herr Kollege Gammels, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Ulrich? Der sitzt auch links. Nö, das ist sehr nett, aber er kann ja anschließend eine Kurzintervention machen. Vielen Dank. Ich würde gerne in meiner Rede fortfahren, wenn Sie das dann erstatten. Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte deutlich machen, dass zum Thema der systemrelevanten Berufe, der sozialen Berufe, die AfD in Ihrem Antrag überhaupt nichts gesagt hat. Also, dass Sie dazu nichts sagen, spricht sozusagen ja nochmal gegen Sie. Ich möchte sagen, wir wollen weiter als SPD. Eine Tarifbindung, die wollen wir stärken. Wir wollen ein Bundestariftreuegesetz. Das ist für uns ganz wichtig, die Vorbildfunktion des Staates bei der Bezahlung bei ordentlichen Löhnen. Wir wollen künftig investieren. Die öffentliche Hand muss stärker in Zukunftsfelder investieren. Und deswegen streben wir an 50 Milliarden Euro pro Jahr Investitionesumme des Staates. Wir wollen die Förderbank des Bundes, die KfW, zur modernen Innovation und Investitionsbank weiterentwickeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen Start-ups nachhaltig unterstützen und ihnen auch einen besseren Zugang zum Erwachsenenkapital geben. Und wir möchten die Kultur der zweiten Chance gerade bei den Start-ups etablieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind die sozialdemokratischen Vorstellungen von einer modernen Wirtschaftspolitik. Und wir müssen nachhaltig aus der Krise Zukunft heute gestalten. Die SPD hat in dieser Großen Koalition dafür schon einige Akzente gesetzt. Im Verkehrsbereich haben wir viel erreicht. Die E-Mobilität boomt endlich. Wir haben Förderprogramme für die Automobilzulieferer auf den Weg gebracht. Wir haben das größte Investitionsprogramm in die Schiene gebracht, auf die Schiene gebracht. Wir wollen aber mehr. Wir wollen 15 Millionen E-Autos bis 2030. Wir wollen Wasserstoff, LKWs und Mobilitätsgarantie auch auf dem Land. Im Gebäudebereich das Gleiche. Wir haben viel erreicht. Die Verfünffachung der Gebäudeförderung. Ein Gebäudeenergiegesetz samt Anrechenbarkeit von Photovoltaik, Quartiersansätzen und CO2-Preis. Aber auch da wollen wir mehr. 5 Millionen Wärmepumpen bis 2030. Nachhaltige Baustoffe und reelles Sanieren. Das ist uns wichtig. Im Energiebereich haben wir auch viel erreicht. Eine Verdreifachung des jährlichen PV-Zubaus. Grundlegende Verbesserungen bei Mieterstrom. Den Anteil erneuerbarer Energien bei 50 Prozent. Aber auch hier wollen wir noch mehr. Eine weitere Anhebung der Ausbaufahne noch in dieser Legislatur. Das sage ich auch Richtung unseres Koalitionspartners. Klimaneutralität im Stromsektor bis 2040. Das wollen wir alles. Und zwar nicht nur der Umwelt zuliebe. Sondern weil wir auch der Auffassung sind, das ist ein echtes Job- und Konjunkturprogramm für den Handwerk und für den Mittelstand. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Weg aus der Wirtschaftskrise gelingt nur dann, wenn wir gleichzeitig auch die Klimakrise sozialverträglich bewältigen. Beide Mammutaufgaben gehen nur partnerschaftlich mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und den Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Dafür braucht es eine starke SPD. In diesem Sinne Glück auf und vielen Dank. Das sagt Timon Gremmels aus der SPD-Fraktion. Und wir haben inzwischen eine gemeinsame Pressemitteilung von Bundeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft München zu Durchsuchungsmaßnahmen in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Und es ging in diesem Zusammenhang tatsächlich um Bestechungsvorgänge von Mandatsträgern eben im Zusammenhang mit Geldern aus Aserbaidschan und eine relativ verzwickte und komplizierte Aktion. Und in diesem Zusammenhang ist eben offensichtlich auch das Büro des Abgeordneten Fischer hier aus der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag durchsucht worden. Und dazu hat dann der Bundestag mehrheitlich die Immunität des Abgeordneten aufgehoben. Das ist der Stand der Dinge. Und wir gucken zurück in die Debatte, wo im Moment eine Kurzintervention stattfindet. Ich versuche mal ganz schnell wieder die Orientierung zu gewinnen, aus welcher Ecke sie kommt. Wir waren damals überrascht, dass kurz nach der Bundestagswahl, als die SPD noch nicht davon ausgehen musste, wieder in einer Koalition zu landen, der jetzige Kanzlerkandidat auch auf 12 Euro gegangen ist. Aber warum stimmen Sie denn immer gegen unseren Antrag hier im Bundestag, wenn Sie hier jetzt wieder sagen, 12 Euro wollen Sie? Und die zweite Frage, die ich damit verbinde, ja, man soll sie an den Taten messen, nicht an den Worten. Und bei der SPD ist es zu oft so, dass man vor den Wahlen nach links blinkt und dann doch wieder danach rechts abbiegt. Und das zweite Thema, wo ich Sie auch ansprechen will, im Koalitionsvertrag steht drin, dass man die sachgrundlosen Befristungen abschaffen will. Wir haben noch ein paar Monate Regierung. Wann kann dieses Haus davon ausgehen, dass es einen Gesetzentwurf gibt, dass die sachgrundlosen Befristungen endlich abgeschafft werden? Und das ist auch wieder nur ein Wahlkampfthema für die SPD. Danke. Alexander Ullrich, Herr Gremmels. Herr Kollege Ullrich, es ist dann, ich will hier hinterher meine Rede ins Netz stellen, oder wäre es blöd, wenn Ihre Frage dazwischen gegangen ist. Deswegen, jetzt lässt es sich besser schneiden, wenn wir es hinterher klären. So viel Scherz beiseite. Ich möchte an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, dass wir Sozialdemokraten in dieser Koalition gerade uns da keine Vorwürfe machen lassen. Wir haben, wir haben als Sozialdemokratie die Grundrente eingeführt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Teilzeit- und Rückkehrteilzeit- und Vollzeitbeschäftigung eingeführt wird. Wir haben für 90 Prozent der Menschen sozusagen den Solidaritätszuschlag abgeschaffen. Wir brauchen von den Linken da keine Belehrungen und die 12 Euro Mindestlohn. Wir regieren leider nicht allein. Aber wir können ja alles daran tun. Und Sie können uns dabei unterstützen, dass wir nach dem 26. September hier eine absolute Mehrheit haben. Dann setzen wir das alles eins zu eins um. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann kommt der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Das ist Fritz Günstler. Und Fritz Günstler ist Mitglied im Finanzausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Hier erleben wir ja schon Koalitionsverhandlungen am linken Rand des Plenums. Aber es ist schon spannend. Aber es geht ja eigentlich um einen Antrag der AfD oder genauer gesagt um drei Anträge der AfD, über die man eigentlich, das haben die Vorredner auch schon schön herausgearbeitet, gar nicht diskutieren müsste. Weil sie absolut inhaltslos sind. Sie sind einfach unterirdisch, geben keine Antworten auf die Herausforderungen der Zeit und schüren weiterhin Feindbilder. Es ist genannt worden, Hetze gegen die EU, gegen Migranten und so weiter. Also von daher kein Beitrag für die Diskussion in dieser schwierigen Zeit, in der sich unser Land oder die Welt insgesamt befindet. Eigentlich schade, dass Sie Ihrer Verantwortung hier in keinster Weise gerecht werden. Selbstverständlich müssen wir, und das ist die Stunde auch der Wirtschaftspolitik, auf die Corona-bedingten Einbrüche der Volkswirtschaften reagieren. Und das ist die Stunde der Wirtschaftspolitik. Und von daher ist es richtig, dass auch dieses Parlament und auch die Regierung Handlungsfähigkeit gezeigt haben. Es geht um konjunkturelle Stützungsmaßnahmen. Es geht um steuerliche Unterstützung, damit wir Liquidität in die Unternehmen bekommen und damit auch Insolvenzen verhindern. Aber auch die Arbeitsplätze sichern. Dadurch haben wir das gute Instrument der Kurzarbeit. Es geht also darum, zu gewährleisten, dass aus dieser Gesundheitskrise keine systematische Wirtschaftskrise wird und wir den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder an einen guten Neustart bringen, nachdem die Krise überwunden ist. Daran wollen wir uns beteiligen und beteiligen uns als Parlament, als Regierungsfraktion, gemeinsam mit der Regierung. Wir haben fast 200 Milliarden Konjunkturprogramme gestaltet, dass nur das deshalb möglich war, weil wir in den letzten Jahren vernünftig gewirtschaftet haben. Wir haben im steuerlichen Bereich viel gemacht. Wir haben die Möglichkeit eröffnet, Steuerzahlungen zu Stunden. Wir haben die Herabsetzung von Vorauszahlungen ermöglicht. Wir haben den Verlustrücktrag verbessert. Da könnten wir uns als Union hier und da noch was mehr vorstellen. Ich bin auch der bayerischen Staatsregierung dankbar, dass sie einen neuen Anlauf im Bundesrat nehmen werden. Aber darüber werden wir diskutieren. Aber darüber hinaus haben wir das Instrument der Wirtschaftshilfen. Das ist ja hier mehrfach diskutiert worden. Auch ich habe mich in diese Debatte als Steuerberater des Öfteren einbringen dürfen. Da ist am Anfang nicht alles gut gelaufen. Ich glaube, das konnte man auch gar nicht erwarten. Wir haben für diese Krise halt keine Blaupause. Herr Günstler, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Hollnagel von der AfD-Fraktion? Nein, darauf verzichte ich gerne. Wir haben die Wirtschaftshilfen in die Welt gebracht. Wir haben mit Soforthilfen der Überbrückungshilfe 1, 2 und 3 und der Novemberhilfe und Dezemberhilfe klare Signale in die Wirtschaft gesetzt. Wie gesagt, es gab am Anfang Sand in Getriebe, weil nicht alles sofort klar war. Wenn etwas beschlossen ist, ist es nicht gleich umgesetzt. Da ist auch das Erwartungsmanagement von uns vielleicht nicht immer optimal gewesen. Aber jetzt, das hat der Kollege Gremmels eben auch gesagt, laufen die Geschichten. Ich will nur mal ein paar Zahlen nennen. Zur Novemberhilfe gab es mittlerweile 340.000 Anträge. Von 5,2 Milliarden sind 4,2 Milliarden bewilligt, 96 Prozent der Anträge. Bei der Dezemberhilfe sind es 300.000 Anträge, 5,2 Milliarden beantragt, 3,5 Milliarden ausgezahlt, 97 Prozent der Anträge sind bearbeitet. Und da gibt es ein Delta zwischen diesen Antragssummen und den bewilligten Summen, weil wir die Novemberhilfe plus oder extra, wie Sie sie nennen wollen, die ja unbegrenzt gezahlt wird, das jetzt an den Start geht. Erst seit dieser Woche können dort Anträge gestellt werden. Dann wird sich auch dieses Loch ganz schnell schließen. Und damit sind die November- und Dezemberhilfen ein großer Erfolg. Und ich danke Peter Altmaier und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium dafür, dass das jetzt so gut auf den Weg gebracht worden ist. Gleiches gilt für die Überbrückungshilfen. Der Kollege hat die Beispiele genannt, die kann ich ergänzen. Ich habe selber für einen Mandanten einen Antrag gestellt am Freitag. Am Samstag kam der Bewilligungsbescheid. Am Dienstag war das Geld auf dem Konto. Schneller kann es nicht gehen. Und wenn die Abschlagszahlungen jetzt auch auf 800.000 Euro erhöht worden sind, läuft es gut. Wir haben den WSF für die Unternehmen, die größer sind, die über 250 Mitarbeiter haben. Dort gab es mittlerweile elf, direkt zu sagen, von über 8 Milliarden Euro. Wir sind also auf einem guten Weg, dort zu helfen, wo wir helfen wollen. Wir haben Zukunftstechnologien gefördert im Rahmen der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, der Wassershow-Technik. Und wir müssen feststellen, der IFO-Geschäftsindex geht nach oben. Die Wirtschaft zeigt sich robust, nicht in allen Branchen, das ist klar, aber in der Gänze doch schon. Und darauf können wir aufbauen für einen Neustart. Denn wir brauchen die Rückkehr in einen nachhaltigen Wachstumspfad, um das finanzieren zu können, was wir jetzt als Staat ausgegeben haben. Und das werden wir schaffen über Wachstum, mit mehr Steuereinnahmen. Und daraus werden wir tilgen können. Und von daher sind die Begriffe oder die Mittel Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, Verschärfung der Erbschaftsteuer die falschen Mittel. Wir können mit Wirtschaftswachstum das bezahlen. Und dafür brauchen wir eine Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts. Wir brauchen eine Unternehmenssteuerbelastung, die uns ermöglicht, im Standortwettbewerb mit anderen Ländern mitzuhalten. Wir sind dort Hochsteuerland. Wir sind ganz oben. Und da wollen wir ausnahmsweise nicht ganz oben sein. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Die Union ist bereit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Güntzler. Das Wort zu einer Kurzintervention hat Dr. Hollnagel. Herzlichen Dank für das Wort. Herr Kollege Güntzler, Sie haben eben gerade ausgeführt, dass wir Wirtschaftshilfen brauchen. Wir haben erlebt, dass Kolleginnen Tillmann und Herr Rehberg seinerzeit mit Enthusiasmus und Begeisterung die Mehrwertsteuer- und Umsatzsteuersenkung gefordert haben, und zwar um die Wirtschaft zu stärken. Erklären Sie doch mal bitte, warum eine nachhaltige Umsatzsteuerreduzierung die Wirtschaft nicht stärken soll. Danke schön. Herr Güntzler, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie mir die Möglichkeit geben, einen Teil meiner Rede jetzt noch auszuführen, die ich sonst hätte nicht ausführen können aufgrund der Zeit. Von daher hätte ich ja vielleicht doch die Zwischenfrage zulassen sollen. Aber jetzt habe ich ja die Möglichkeit. Wenn Sie sich erinnern, und ich weiß nicht, ob Sie dabei waren bei den Anhörungen zum Corona-Steuerhilfe-Gesetz II, wo wir uns über die temporäre Senkung der Umsatzsteuer unterhalten haben, war genau die Zielrichtung aller Sachverständigen zu sagen, so etwas muss man temporär machen, damit man einen Nachfrageeffekt auslöst. Wenn so etwas dauerhaft ist, wird dieser Konjunkturimpuls halt nicht gesetzt. Von daher war es richtig, es bis zum 31.12.2020 zu begrenzen. Ich erlaube mir auch die Anmerkung, wenn die AfD jetzt in ihrem Antrag formuliert, das sind Ausfälle von 50 Milliarden Euro, dann ist das fast das Einzige in Ihrem Antrag, weil Sie gleichzeitig ja sagen, wir haben Haushaltsüberschüsse aus 2019, also könnte man das finanzieren. Ich frage Sie, haben Sie das Jahr 2020, 2021 überhaupt nicht mitbekommen, dass hier andere Haushaltslagen sind, dass wir uns verschulden müssen, damit wir die Wirtschaftshilfen leisten können? Das scheint an Ihnen vorbeizugehen. Und wenn Sie sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen wollen, gucken Sie sich die Untersuchungen zum Vereinigten Königreich an. Da sind 2008 die Mehrwertsteuersätze gesenkt worden, und da war eben auch nur dieser temporäre Effekt. Sie werden konjunkturell keinen dauerhaften Effekt haben. Anders übrigens, wenn Sie sich die Studien zu Schweden, Frankreich und Finnland ansehen, ist es im gastronomischen Bereich. Dort gibt es Erfolge, die man nachweisen kann, dass in diesem Bereich es zu höheren Nachfragen dauerhaft gekommen ist. Von daher ist es auch richtig, dass wir hier jedenfalls erstmal temporär bis zum Ende des Jahres 2022 eine Senkung haben. Also von daher finde ich das alles sehr stringent, und wir machen da, glaube ich, eine kluge Politik, als einfach mal so einen Schuss rauszuhauen. Und im Übrigen, auch das hat schon ein paar Kollegen angesprochen, das, was Sie vorhaben, ist überhaupt nicht zielgenau. Weil Sie treffen alle. Sie fingieren in Ihrem Antrag, dass Sie die unteren Einkommensgruppen damit entlasten wollen. Sie entlasten aber alle Einkommensgruppen. Von daher sollten wir vielmehr darüber nachdenken, ob wir den Einkommenssteuertarif nicht modernisieren können, weil die Eingangssteuersätze zu hoch sind, der Anstieg der Tarif zu hoch ist. Also darüber sollten wir debattieren, aber nicht über diese Umsatzsteuer. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen beiden. Die Erwiderung von Fritz Günstler auf die Kurzintervention von Bruno Hollnagel aus der AfD-Fraktion, um deren Anträge es in dieser Debatte ja hier geht. Wir sind beim letzten Redner angekommen, bei Sebastian Brehm aus der Unionsfraktion. Er ist Sprecher für Finanzen und Haushalt der CSU-Landesgruppe. Wir ringen hier im Parlament. Wir ringen um die beste Lösung für unser Land, gerade in dieser Situation, mit den unterschiedlichsten Sichtweisen. Das ist das Wesen der Demokratie, Rede und Gegenrede. Und das Finden vor allem dann eines guten Kompromisses. Das Wesen der Demokratie ist aber auch ein respektvoller und vor allem ein sachlicher Umgang miteinander. Und dieser sachliche Umgang, der lässt in Ihren drei Anträgen alles vermissen. Sie haben die Anträge gestellt, diese drei Anträge, um Unruhe zu stiften und um Desinformation zu verbreiten. Nichts anderes bezwecken Sie mit diesen drei Anträgen. Und gerade in einer solchen schwierigen Lage für alle Beteiligten brauchen wir genau das Gegenteil. Sorgfalt, Konzentration, Sachlichkeit und vor allem auch Zuversicht. Und Ihre drei heutigen Anträge zeigen, dass Sie eben diese Attribute Sorgfalt, Konzentration, Sachlichkeit überhaupt nicht können. Und von Zuversicht will ich gar nicht reden. Ihr Mantra ist Masse statt Klasse. Sie fordern übrigens ja immer Bürokratieabbau und Entbürokratisierung. Wenn Sie einen anständigen Antrag stellen würden, anstatt drei schlampigen, die die Bundestagsverwaltung behandeln müsste. Und wenn wir die Debatte hier nicht führen würden, das wäre die beste Entbürokratisierung, die Sie heute vornehmen könnten. Also deswegen konzentrieren Sie sich doch auf die Sache. Der erste Antrag Aufbruch für Deutschland raus aus der Krise. Sie wollen wichtige Weichen stellen. Aber was Sie mit Ihrem Antrag liefern, ist eine unendlich lange, ermüdende Liste von Behauptungen, verbunden mit der Bitte, nicht genau hinzuschauen und dann eventuell zuzustimmen. Ich greife mal nur einen Punkt raus. Systemische Mehrkosten für die Energiewende zwischen 500, so geschätzt zwischen 500 Milliarden und 3 Billionen Euro. Wenn man übrigens den zweiten Antrag anschaut zu Umsatzsteuern, dann sind es 2,3 Billionen Euro. Also welcher Satz stimmt jetzt eigentlich in Ihrem Antrag? Oder machen Sie Haushaltspolitik so nach dem grünen Daumen? Für Sie gibt es keine Klimakrise. Also wollen Sie alle diese Mehrkosten abschaffen. Übrigens, was Sie da in der Wirtschaft anrichten, wäre ein Desaster. Der Tuktus setzt sich übrigens im zweiten Antrag fort. Den Steuerzahlern einen fairen Anteil lassen mit Senkung der Umsatzsteuer. Sie hatten mehrmals die Gelegenheit, übrigens auch in der letzten Sitzungswoche, der Senkung der Mehrwertsteuer zuzustimmen. Auch, und der Kollege Günzler hat es ja auch wirklich korrekt ausgeführt, auch die langfristige, die Verstetigung der Herabsenkung der Umsatzsteuer für die Gastronomie. Sie haben nicht zugestimmt. Das muss man mal den ganzen Gastronomen in unserem Land sagen. Sie haben nicht zugestimmt. Sie fordern es heute. Und wenn es im Parlament zur Abstimmung ist, dann stimmen Sie nicht zu. So ist natürlich auch irgendwie Politik zu machen. Und der letzte Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, der letzte Antrag, Aufbruch für Deutschland, Beendigung der vom Staat zu verantwortenden Corona-Krise, der setzt dem Ganzen die Krone auf. Ich will daraus zitieren. Und wenn man den Antrag wirklich ernsthaft durchliest, und das kann man, wie der Kollege Alois Kahl das mal gemacht hat, wahrscheinlich nur, wenn man zwei Bier trinkt. Ich komme aus dem Kopf, schüttel nicht mehr raus. Also, ich zitiere, je mehr Tests, desto mehr Positive. Das ist der Antrag, den Sie da stellen. Je mehr Tests, desto mehr Positive. Was ist denn das für eine Haltung? Also, wer nicht testet, hat auch keine Krise. Wer die Augen zumacht, sieht auch nichts. Wegschauen ist Ihr Mantra, sozusagen aus der Krise rauszukommen. Das ist eine verantwortungslose Haltung. Das ist ein verantwortungsloses Handeln. Auch kein Schutzbedürfnis für die Menschen und übrigens auch für die Wirtschaft extrem schädlich. Wir brauchen ganz andere Maßnahmen. Der Kollege Fritz Günstler hat das ja ausgeführt. Und ich sage Ihnen, wir können natürlich trefflich diskutieren über die einzelnen Maßnahmen. Gestern sind gute Maßnahmen, eine gute Öffnungsstrategie beschlossen worden. Das ist der erste und der richtige Schritt in die Richtung. Und wir brauchen natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen. Aber Ihnen ist es mit Ihren Anträgen völlig egal, was in unserem Land passiert. Völlig egal. Ihnen ist es, wurscht wie viele Tote es in dem Land gibt, Ihnen ist es völlig egal, was mit unserer Wirtschaft passiert. Sie stellen da einen Antrag mit irgendwelchen Auflistungen von Forderungen, die in keinster Weise substantiiert sind, die in keinster Weise haushaltsrechtlich in irgendeiner Art und Weise verifizierbar sind. Das ist eine schlampige Arbeit, kann ich da nur sagen. Und Sie haben sich eigentlich mit den schlampigen Anträgen völlig disqualifiziert. Spätestens heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, also man kann es zusammenfassen, eigentlich keine Klimakrise, keine Kosten, keine Coronakrise, keine Maßnahmen. Also ich sage Ihnen, was da aus meinem Antrag, aus den Anträgen herauskommt, das ist keine Alternative für Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns weiter trefflich streiten um die einzelnen Maßnahmen, aber mit solchen Anträgen uns nicht mehr beschäftigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Sebastian Brehm. Und Sebastian Brehm war der letzte Redner in dieser Aussprache. Und jetzt gibt es hier jede Menge Abstimmung. Und damit es ein bisschen lustiger wird als sonst, nicht nur zu diesem Tagesordnungspunkt, sondern auch zum Vorhergehenden, als es hier um Gesetzentwürfe der Koalition gegangen ist. Jetzt schauen wir mal zunächst natürlich die Abstimmung zu den Anträgen, die die AfD hier vorgelegt hat. Nein? Doch. So, ich komme jetzt zurück zu den Tagesordnungspunkten 8a bis 8c. Fehler meinerseits, Sie sind nämlich alle überwiesen worden, die Anträge der AfD, hätte ich auch wieder wissen können. Na gut, jetzt sind wir zurück beim Tagesordnungspunkt 8a wieder. Und da geht es um, wie gesagt, die Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Jetzt schauen wir mal, was Claudia Roth hier aufruft. Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 27 302. In der geht es um die Unterstützung pflegender Angehöriger und ein soziales Sicherungsprogramm für eben diese Gruppe. Unter anderem. Wer enthält sich? Es ist echt anstrengend, so kann man nicht abstimmen. Bitte setzen Sie sich hin. Ich muss ja sehen oder wir müssen sehen, wie abgestimmt wird. So, der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die Fraktion der Linken. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der SPD, der CDU, CSU, der FDP und der AfD. Und enthalten hat sich die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 27 303. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Und in diesem Entschließungsantrag fordert die Fraktion, dass der Stufenplan konkretisiert werden muss. Auch müssen klare Maßnahmen, als klares Ziel von Maßnahmen müsse die Vermeidung einer Überlastung des Gesundheitssystems benannt werden. Auch der findet hier keine Mehrheit. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8b. Da liegt uns eine Erklärung zur Abstimmung gemäß § 31 vor. Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 27 196 zur Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Wer stimmt für diesen Antrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Der Antrag ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der CDU, CSU. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der AfD. Und enthalten hat sich die FDP-Fraktion. Damit hat der Deutsche Bundestag das Fortbestehen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Tagesordnungspunkt 8c. Wir setzen die Abstimmung zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit auf Drucksache 27 291 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 26 899 mit dem Titel Ständige Epidemie-Kommissionen einrichten, unabhängige, ausgewogene und umfassende Expertise für den Seuchenschutz in Deutschland sicherstellen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Gegenstimme kommt von der AfD-Fraktion. Alle anderen Fraktionen des Hauses haben zugestimmt. Noch Tagesordnungspunkt 8c. Und Beschlussempfehlung angenommen heißt natürlich in dem Fall, dass der Antrag der AfD abgelehnt worden ist. Auf Drucksache 26 903 mit dem Titel Sofortige Beendigung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite Ende mit dem Endlos-Lockdown. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Bei Gegenstimme der AfD-Fraktion und Zustimmung aller anderen Fraktionen des Hauses. Zusatzpunkt 3. Und auch das bedeutet natürlich, dass der Antrag der AfD hier abgelehnt worden ist. Und jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Antrag aus den Reihen der Grünen und der Linksfraktion. Sichere Bildung in der Krise ist ja überschrieben. Schnelltest-Strategie für Kitas und Schulen einführen. Claudia Roth, stelle ich gerade fest, erklärt das mit denselben Worten gerade. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Moment, das war jetzt uneinheitlich. Darf ich noch mal nachfragen? Bei der AfD, es haben manche dagegen gestimmt und manche haben sich enthalten. Könnten Sie das klären oder sage ich halbe halbe? Sie enthalten? Herr Baumann? Enthaltung? Okay, dann ist es bei Ihnen eine gespeichere... Gut. Der Antrag ist abgelehnt. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken und Bündnis 90 die Grünen. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der SPD, der CDU, CSU und große Teile der AfD und enthalten hat sich die Fraktion der FDP und auch Teile der AfD-Fraktion. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 10a und 10i. So, damit haben wir das hinter uns und noch mit einem nicht ganz eindeutigen Votum aus den Reihen der AfD-Fraktion zu diesem Antrag. Da haben wir sich vorher offenbar nicht so viel Gedanken gemacht. Jetzt geht es um den nationalen Bildungsbericht Bildung in Deutschland 2020 und es geht auch um die Stellungnahme der Bundesregierung dazu und es kommt eine ganze Reihe von Anträgen aus den Oppositionsfraktionen ebenfalls dazu. Und wir werden gleich als erstes hören, wir haben sie auch schon gesehen, die Bundesbildungsministerin, da ist sie schon parat. Anja Karliczek hat ihre Mappe mit der Rede schon in der Hand. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch ein klein wenig warten, bis hier ein wenig rotiert wird oder rotiert worden ist in den Reihen der Fraktionen. Denn jetzt sind die Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker gefragt und jetzt ist die Ministerin auch am Pult. Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bildung ist in diesen Tagen in aller Munde und das ist auch gut so. Denn mit einem Spot auf die Schwierigkeiten des Bildungssystems, die Corona so gnadenlos offengelegt hat, gibt es auch die Hoffnung, dass wir mit vereinten Kräften für Fortschritt sorgen. Und ich will es hier und heute ganz deutlich sagen, die Digitalisierung des Bildungssystems bietet Chancen für jeden und jede. Seit Beginn der Legislaturperiode haben wir viele Projekte in Gang gesetzt, gerade auch in der digitalen Bildung. Und ja, es hat eine Weile gebraucht, bis der Digitalpakt ins Laufen gekommen ist. Inzwischen arbeitet die große Mehrheit der Schulen mit digitalen Lern- und Arbeitsplattformen und digitale Tools werden immer selbstverständlicher. Und nein, natürlich ist noch nicht alles perfekt, denn digitale Bildung ist eben nicht nur das Nutzen von Technik. Im Gegenteil, es geht um Lernen, angepasst an die Bedürfnisse unserer Kinder. Es geht um Lehren, wie es den Lehrerinnen und Lehrern entspricht. Und das wird eine Aufgabe sein, die Bund, Länder und Kommunen in Arbeitsteilung noch länger fordert. Aber das Geld aus dem Digitalpakt kommt an. Die jüngsten Berichte aus allen Ländern zeigen zunehmende Fortschritte bei der Umsetzung. Die finanziellen Abflüsse nehmen zu. Und natürlich macht mich der aktuelle Zustand nicht zufrieden. Und natürlich hätten wir uns schnellere Umsetzung gewünscht. Aber mein Blick nach vorn ist positiv. Überall herrscht Aufbruchstimmung. Und deshalb, liebe Opposition, ist es besser, wenn Sie nun nicht wieder einen falschen Anschein erwecken, sondern ehrlich anerkennen, dass vieles passiert ist. Wo stünden wir denn wohl heute, wenn der Bund den Digitalpakt nicht so entschieden auf den Weg gebracht hätte? Allein für den Digitalpakt stellen wir inzwischen 6,5 Milliarden Euro bereit. Wir bezahlen Schüler Laptops, wenn sie keine eigenen Geräte haben. Wir bezahlen Laptops für Lehrerinnen und Lehrer. Wir bezahlen den Aufbau professioneller Administratorenstrukturen in den Ländern. Alles Aufgaben übrigens der Länder und Kommunen, wo auch sie Verantwortung tragen, bei denen wir sie finanziell unterstützen. Was uns in diesen Tagen aber auch umtreibt, ist die Frage, wie wir den Kindern helfen können, verpasste Bildungschancen nachzuholen. Und dabei geht es mir nicht nur um Lernrückstände. Denn geschlossene Schulen sind auch verpasste Chancen in der Persönlichkeitsentwicklung. Und Schulleitungen berichten mir, dass Teamwork und Rücksichtnahme mittlerweile neu erlernt werden muss. Manchmal habe ich auch hier im Hohen Haus den gleichen Eindruck. Als erste Maßnahme haben wir den Ländern unsere Unterstützung für Osterferien- und Sommerferienprogramme angeboten. Aber Kinder mit größeren Lernrückständen brauchen umfangreichere Unterstützung. Und dazu brauchen wir Klarheit, wie groß die Lernrückstände tatsächlich sind. Und dann können wir gemeinsam mit der KMK aktiv werden. Doch zurück zum aktuellen Bildungsbericht. Ja, es gibt noch viel zu tun. Der Bericht ist ein Gradmesser, wo wir in der Bildung in Deutschland stehen. Und weil er den Schwerpunkt auf die digitale Bildung legt, ist er höchst aktuell. Und er ist Ansporn für alle, sich für Bildung weiterhin zu engagieren. Und er ist, weiß Gott, kein Grund, schwarz zu malen. Denn der Bildungsbericht dokumentiert eine ganze Reihe sehr erfreulicher Entwicklungen. Die Bildungsbeteiligung nimmt zu. Der Bildungsstand hat sich verbessert. Die Bildungsausgaben steigen kontinuierlich. Bildungswege werden flexibler. Und Flexibilität, ein magisches Wort für die Zukunft der Bildung. Denn jeder wird in Zukunft berufliche und theoretische Elemente in seine Aus- und Weiterbildung hineinbringen. Wir werden immer wieder im Laufe unseres Lebens modular lernen. Und deshalb möchte ich gerne für den Sommer Praktika in Betrieben unterstützen. Denn das hilft Betrieben und Jugendlichen gleichermaßen. Und wir wissen, dass das Matching die große Herausforderung bleibt. Und da bieten Praktika beste Chancen. Ich möchte, dass in diesem Sommer für die nächsten Jahre noch möglichst viele Ausbildungsverträge abgeschlossen werden können. Denn unsere Berufsausbildung ist stark, modern und attraktiv. Und wir werden nicht umsonst weltweit darum beneidet. Wir befinden uns mitten in einem technologischen Sprung. Die duale Bildung ist ein tolles Instrument in diesem Wandel, weil sie Wurzeln und Flügel verleiht. Wurzeln für ein stabiles Fundament der eigenen beruflichen Zukunft. Und Flügel, weil die Aufstiegschancen in der dualen Bildung noch nie so groß waren wie heute. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die digitale Bildung ist überall jetzt im Alltag angekommen. In der dualen und in der schulischen Bildung, in der Hochschulbildung und in der Weiterbildung. Und das ist der Grund, warum ich mit der Bundeskanzlerin die Digitale Bildungsinitiative ins Leben gerufen habe. Ziel ist, einen nationalen digitalen Bildungsraum zu entwickeln. Damit Bildung für die Menschen in unserem Land bedeutet, sicher navigieren in der digitalen Welt. Und viele Schritte haben wir angepackt. Aber wir kommen in der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen an unsere Grenzen. In jedem Gespräch sagen mir Schulleiter, dass das Geld bei Ihnen zu langsam ankommt. Wir brauchen kürzere Drähte und schnellere Koordination. Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Wir haben gesehen, dass wir in vielen Bereichen nicht wirklich gut aufgestellt waren. Doch in den vergangenen Monaten sind viele Weichen gestellt worden. Und deshalb möchte ich hier und jetzt auch die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die diese schwere Zeit mit uns gemeinsam durchstehen. Mein Dank gilt an Lehrerinnen und Lehrer, an Schülerinnen und Schüler, an Eltern, aber ganz genauso. Und das will ich hier auch deutlich sagen, weil wir oft über Schule, aber selten über Hochschule reden, an alle Studierenden und Hochschullehrenden, aber natürlich auch in den Betrieben, an alle Auszubildenden und Ausbilder. Wir wissen, was die Pandemie Ihnen in den letzten Monaten zugemutet hat. Und wir wissen auch, dass wir alle miteinander langsam an Grenzen stoßen. Die Pandemie ist für uns alle eine Geduldsprobe. Und wo es auf der einen Seite so schwer ist, gibt es auf der anderen Seite eine Aufbruchstimmung. Es geht ein Rück durch das Bildungsland Deutschland. Und von vielen im Bildungssystem höre ich in diesen Tagen jetzt erst recht. Und gemeinsam werden wir Bildung in Deutschland wieder erstklassig machen. Und gute Bildung ist nicht nur für jeden Einzelnen und die Gesellschaft wichtig, sondern es soll auch Freude machen. Ein Leben lang. Denn in der Bildung ist lebenslang ein Versprechen für immer wieder neue Chancen, für persönliche Weiterentwicklung, für das permanente Entdecken neuer Lebenswelten. Das Bildungsland Deutschland und das Innovationsland Deutschland gehen Hand in Hand. Für eine wettbewerbsfähige Zukunft, einer menschenausgerichteten Zukunft, eine Zukunft, in der Kreativität und Empathie der Kern eines neuen Bildungsversprechens ist. Vielen Dank, Anja Kalitschek. Das war also die Bildungsministerin hier. Anja Kalitschek hat hier die erste Rede gehalten zum nationalen Bildungsbericht Bildung in Deutschland 2020. Und auf das doch sehr positive Bild auf die Bildung in Deutschland wird nun ein deutlich kritischer Blick kommen. Das wage ich mal zu behaupten. Götz Frömming spricht als nächstes für die AfD. Er ist der Sprecher für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung für die Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Kalitschek. Sie haben versucht zu beschönigen, wo es nichts mehr zu beschönigen gibt. Und ich glaube, ich spreche nicht nur für die AfD-Fraktion, sondern für das ganze Haus etwas... Hören Sie doch erst mal, was ich sage. So, jetzt bitte. Jetzt ist Herr Frömming dran. ... etwas mehr Mut zur Wahrheit hätte ihm gut zu Gesicht gestanden in der derzeitigen Lage. Meine Damen und Herren, gehen wir in die Realität. Vor zwei Tagen berichtet der Berliner Tagesspiegel direkt aus den Schulen, wie es den Schülern wirklich geht. Ich zitiere. Ein Schüler berichtet, meine Schwester hat einfach aufgegeben und sitzt nachts weinend im Bett und schläft tagsüber. Sie nimmt einfach nicht mehr am Homeschooling teil, weil es ihr zu viel wird. Und ein weiterer Schüler schreibt, ich habe das Gefühl und ich glaube viele andere auch, dass die Tage nur vorbeifliegen und man in einer Sackgasse gelandet ist und nicht weiß, wie man wieder herauskommt. Meine Damen und Herren, die Zahl der psychisch erkrankten Kinder hat während des Lockdowns dramatisch zugenommen, wie eine Studie der Uniklinik Hamburg nachweist. Fast jedes dritte Kind zeigt inzwischen Hinweise auf psychische Belastungsstörungen. Eine aktuelle Auswertung der Krankenkasse DAK kommt zum Ergebnis, dass sich in Berlin im ersten Halbjahr 2020 die Psychiatrieeinweisungen junger Menschen fast verdoppelt haben. 16 Prozent der Schüler haben nach einer österreichischen Studie, und in Deutschland sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, suizidale Gedanken, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Meine Damen und Herren, der Blick in unser Nachbarland Frankreich zeigt, der permanente Schullockdown war und ist nicht alternativlos. Es geht auch anders. In Frankreich sind die Schulen offen geblieben. Wir sehen bei den schweren Verläufen und bei den Corona-Todesfällen, dass Frankreich hier nicht wesentlich mehr, sondern sogar weniger, fast 40 Prozent weniger Fälle verzeichnet. Der Bildungsforscher Heinz-Elmer Tenort fasst die gesamte Situation zusammen, indem er sagt, das Vorenthalten der Schule ist ein Verbrechen am Kind. Ich finde, er hat recht, meine Damen und Herren. Schauen wir in den nationalen Bildungsbericht, dann sehen wir ja, dass er die Folgen der Pandemie natürlich noch gar nicht abbilden kann. Aber auch schon vor dem Lockdown sah es nicht gut aus. Ich möchte einen Blick werfen in den Schulbereich, der meist sträflich vernachlässigt wird, und zwar zu den Hauptschulen. Es gibt in Deutschland immer weniger Hauptschulen. Die Hauptschulen nehmen ab, bundesweit. Man kann gerade von einem Hauptschulsterben sprechen. Dass einige diese Entwicklung offenbar auch noch begrüßen, zeigt, wie wenig Ahnung sie von der Sache haben. Die Hauptschule ist über Jahre hinweg systematisch schlecht gemacht worden. In Berlin hat man sie runtergewirtschaftet und am Ende ganz abgeschafft. Aber mit welchem Ergebnis, meine Damen und Herren, sind dadurch die Leistungen der Schüler wirklich besser geworden? Das Gegenteil ist interessanterweise der Fall. Ausgerechnet in Bayern, wo es noch die meisten Hauptschulen gibt, schneiden die Schüler quer über alle Schultypen relativ gut ab. Ich sage noch schneiden sie gut ab in Bayern, denn inzwischen muss man dem ergrünten Ministerpräsidenten Söder ja alles zutrauen. Es ist allerdings erschreckend, meine Damen und Herren, dass die Gruppe der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss noch einmal um 20 Prozent gestiegen ist, obwohl es das Ziel des Bildungsgipfels in Dresden war, vor zwölf Jahren die Zahl der Schulabbrecher zu halbieren. Allein in den ostdeutschen Flächenländern sieht es gut aus. Dort haben wir relativ wenig Bildungsabbrüche, haben relativ viele gelungene Fachausbildungsabschlüsse. Und ganz anders sieht es aus, wenn wir nach Bremen, ins Saarland oder nach Nordrhein-Westfalen schauen. Kurz gesagt, überall da, wo die SPD lange regiert hat, geht es mit der Bildung bergab. In den Bundesländern, wo die AfD gute Wahlergebnisse erzielt, da steht es um die solide Bildung sehr gut. Ich finde, der nächste nationale Bildungsbericht sollte diese Frage mal gründlicher erforschen. Stimmen Sie unseren Anträgen zu, dann geht es mit der Bildung in Deutschland wieder voran. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dr. Frömming. Soweit hier die erste Rede aus der Opposition. Und die SPD wurde ja eben schon angegriffen. Die nächste Rednerin kommt auch von den Sozialdemokraten. Bärbel Baas ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende hier in der Debatte zur Bildungspolitik, wo einerseits der nationale Bildungsbericht diskutiert wird, es aber auch etliche Anträge von den Fraktionen hier gibt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich den Bildungsbericht anschaut, will ich zumindest auch erst mal mit den positiven Ergebnissen beginnen. Ja, es ist so, dass die Bildungsausgaben insgesamt gestiegen sind. Das ist erst mal ein gutes Zeichen. Auch der Bildungsstand steigt. Das Bildungssystem selbst ist durchlässiger geworden. Und deshalb kann die Bildungspolitik insgesamt durchaus auch auf Erfolge verweisen. Ich will aber auch deutlich machen, wo die Defizite sind. Und da ist mir die Ministerin auch zu wenig darauf eingegangen, weil die auch deutlich in diesem Bericht stehen. Und ich finde, die muss man ansprechen. Das ist einmal der Bereich der Digitalisierung. Da haben wir als Koalition, und das ist richtig gut gewesen, den Digitalpakt Schule ins Leben gerufen, mit richtig viel Geld versehen. Und wenn man sich anschaut, wie viel Geld da abgerufen wurde und wie viel Geld noch liegen bleibt, und wir es nicht schaffen, das in die Wege zu werden, dass es in die letzte Schule, auf den letzten Schreibtisch und in die letzte Wohnung kommt, sowohl was Geräte angeht, dann müssen wir doch alle gemeinsam sagen, dass wir da nicht gut genug sind. Und da braucht es in der Tat mehr Initiative. Und jetzt kann man zweierlei mal. Man kann sich ausruhen, zurücklehnen und sagen, dafür sind die Länder und Kommunen zuständig. Man kann aber auch die Initiative ergreifen und, ich sage mal, mit Werf in Gang bringen, dass das, ich sage mal, in die einzelne Schule kommt. Und diese Kritik will ich hier einmal vorbringen, weil wir doch nicht so tun können, als wären wir schon richtig gut. Wir haben den richtigen Weg gemacht. Wir haben als Bund die Mittel zur Verfügung gestellt. Und ich kritisiere auch die Länder, dass es nicht funktioniert. Aber ich erwarte auch von einer Bundesministerin, dass sie das in Angriff nimmt. Und ich will mal an den Nationalen Bildungsrat erinnern. Frau Karliczek, Sie haben hier gerade betont, dass genau die Kooperation zwischen Bund, Land und Kommune sehr, sehr wichtig ist. Und wir hatten uns darauf geeinigt, einen nationalen Bildungsrat, genau um das auf die Wege zu bringen, dass wir da gemeinsam handeln und im Sinne der Kinder gleichwertige Bildungschancen. Das ist das Ziel. Und er ist gescheitert an Bayern und Baden-Württemberg. Das muss man hier mal festhalten. Und es sollte eigentlich an einer Alternative gearbeitet werden. Und es ist bis jetzt nichts passiert. Und deshalb scheitern wir alle gemeinsam an dieser Aufgabe, dass wir gleichwertige Bildungschancen in diesem Land erreichen. Und das muss besser werden. Das will ich an der Stelle als ein großes Defizit nennen. Und das ist auch etwas, was in dem Bildungsbericht noch mal steht. Und für die Infrastruktur, das ist der Arbeitsauftrag, den Sie auch bekommen haben. Und ich finde, da müssen wir auch besser werden. Und der zweite Teil, der ist angesprochen, der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz. Auch das hängt noch in der Schwebe. Und es liegt nicht nur am Bund, keine Frage, sondern weil es stockt da an mehreren Stellen. Aber der Bildungsbericht sagt deutlich, der Bedarf ist gestiegen. Die Eltern brauchen das. Die Kinder brauchen das. Das ist frühkindliche Bildung. Und auch das bleibt auf der Strecke. Und deshalb kritisiere ich hier, dass Sie die Initiative nicht ergreifen. Gerne mit uns gemeinsam. Aber wir müssen dieses Koalitionsprojekt jetzt noch auf die Reise schicken. Sonst wird das nichts mehr. Und dann kommt es für die Kinder und auch für die Eltern zu spät. Und meine letzte Minute will ich noch darauf verwenden, weil es ein wichtiger Punkt ist, dass nach wie vor wir ein Defizit haben. Ganz viele Kinder und Jugendliche gehen ohne Abschluss aus der Schule. Das war vorher schon so. Und die Pandemie wird das noch verschärfen. Und jetzt habe ich gerade aus Ihrer Rede vernommen, dass man jetzt erst eine Lernstandsprüfung macht. Und dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, das ist zu spät. Ich sage ganz deutlich, wir brauchen jetzt ein Konzept für Nachhilfe. Wir brauchen jetzt ergänzende Kräfte, die die Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen. Ich komme aus Duisburg, aus einer Ruhrgebietsstadt. Und wir haben genau diese Probleme. Und wenn wir jetzt die Schulen nicht gemeinsam unterstützen, wenn jetzt nicht ein Konzept auf den Tisch kommt, dass wir Nachhilfe machen, dass wir ihnen helfen, den Kindern das aufzuholen, in den Ferien, dann werden wir das nicht schaffen. Und dann wird diese Lücke, die wir jetzt schon haben, die dieser Bildungsbericht anspricht, die wird noch größer werden. Und deshalb kann ich uns allen nur raten, dass wir jetzt noch in dieser Koalition eine Möglichkeit finden, wie wir meinetwegen auch noch mit Bundesgeld, aber eben mit einem Konzept daran gehen, wie wir jetzt den Schülern helfen. Am 21. Juni beginnen die Ferien in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein. Und bis dahin, finde ich, muss eine Lösung her, wie wir die Ferien nutzen, um den Kindern zu helfen, damit sie zumindest einen Teil aufholen, der jetzt schon in der Pandemie entstanden ist und der vielleicht vorher sogar schon vor der Pandemie da war. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Bärbel Bass. Die FDP-Fraktion hat hier auch sechs Anträge eingereicht, die abgestimmt werden oder überwiesen werden. Unter anderem fordert sie darin, dass die Erfahrungen, die man in der Pandemie gemacht hat mit dem digitalen Unterricht, dass die gesammelt und auch weiter genutzt werden, wenn denn die Schülerinnen und Schüler wieder an den Präsenzunterricht zurückkommen. Und Thomas Sattelberger geht jetzt schon zum Podium. Er spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Bildungsbericht 2020 vor Corona. Wie wird erst der Bildungsbericht 2022 ausfallen, der das Bildungsfiasko in voller Tragweite abbilden wird? Der 2020er jedenfalls ist ein Armutsbericht gegenüber 2018 die Zahl junger Menschen ohne Hauptschulabschluss um fast 20 Prozent gestiegen. Rund 30 Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger beginnen keine vollqualifizierende Ausbildung. Sie landen im Dschungel des Übergangssystems. Und von dort gelingt gerade mal der Hälfte der Sprung in eine Ausbildung nach zwei oder mehr Übergangsmaßnahmen um eine Stadt so groß wie Heidelberg, 150.000, ist die Zahl junger Menschen zwischen 20 und 35 ohne berufliche Ausbildung auf 1,5 Millionen gestiegen. Die Kompetenzverluste, meine Damen und Herren, durch die Pandemie werden die Situation dramatisch verschlechtern. Nachhilfe und alleine reicht nicht, Frau Baas, deswegen unser Antrag, Brücken bauen zum Beispiel, indem wir das untaugliche Übergangssystem rasch reformieren. Mein Favorit, die Renaissance der Einstiegsqualifizierung. Sie führt zu 70 bis 80 Prozent in die Berufsausbildung. Ein seriöses Programm, eine Marke, eine Finanzierung, eine Evaluierung, eine Bildungsmarke. Optimierung statt Wildwuchs, das wäre es. So etwas hätte als Erfolg, Frau Karliczek, in den Bildungsbericht gehört. Perspektiven statt Etikettenschwindel. Wie beim Bachelor Professional, selbst der hat heute keine Rose für Sie. Auch nicht für die Kanzlerin, die 2008 die Bildungsrepublik ausgerufen hat. Wenn wir heute, gut zwölf Jahre danach, mit anderen Nationen vergleichen, dann blicken wir eben nicht auf eine Bildungsrepublik, sondern auf eine Bildungsarmutsrepublik. Und zwar am Sockel der Bildungspyramide genauso wie an ihrer Spitze. Selbst bei Top-Leistungen liegt Deutschland inzwischen im Mittelfeld. Die Bildungskette ist ungenügend, von der Kita bis zum Berufseinstieg. Das ist nicht, ich zitiere Sie, Frau Karliczek, aus dem Sommer 2020, viel Licht, aber auch Schatten. Nein, das ist quer durch die Republik Schattenduster. Vielleicht hilft es Ihrer zarten Seele, Herr Rossmann, wenn ich meinen regelmäßigen Aufruf extra für Sie, aber nur heute einmal bildungsbürgerlich formuliere. Schaban, Wanka, Karliczek, eine nach der anderen hat Schule versaubeutelt. 16 Jahre christdemokratische Bildungspolitik von der Realität brachial eingeholt. Genauso wie der Digitalpakt Schule seit 2000 nötig, jetzt in der Krise vollends eingeknickt. Frau Karliczek, Sie haben es immer noch nicht verstanden. Das Land ist mitten in einer Transformation. Es geht nicht um ein bisschen mehr Online-Unterricht. Was Sie gut konnten, war damals Schulen schließen. Was Sie gar nicht können, Krise managen, Deutschland fit machen für die Digitalisierung, transformieren, Lösungen finden für die junge Generation. Dieses Land braucht einen Neustart. Dann geht ein Ruck durch Deutschland. Wir freuen uns auf den 26. September. Vielen Dank, Dr. Thomas Sattelberger. Und so weit die Rede des Sprechers für Innovation, Bildung und Forschung der Liberalen hier im Deutschen Bundestag. Und für die Linksfraktion spricht jetzt Birke Bull-Bischof. Sie ist die bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Dr. Birke Bull-Bischof. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit Verlaub, Frau Bundesministerin, Ihre Rede war die einer Märchentante. Und ich muss mal sagen, in welcher Welt leben Sie? Lassen Sie sich bitte die Anrufe aus Schulen durchstellen in Ihr Büro. Das Chaos an sich ist schlimm. Schlimmer ist noch, das hier schönzureden. 28 Prozent der Mittel aus dem Digitalpakt sind abgeflossen. Was wäre das eigentlich für eine Schulleistung? Einen Abschluss schaffen Sie auf diese Weise ganz sicher nicht. Und um mal den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen Herrn Sattelberger und mir zu benennen, ich hoffe ehrlichen Herzens, dass Sie den Bildungsbericht 2022 nicht mehr kommentieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer in Deutschland in armen Verhältnissen groß wird, der kriegt das auch in Schule zu spüren. Wenn das Gebäude der Förderschule bereits den Charme von vor 30 Jahren hat, noch den Charme. Wenn diese Schülerinnen in der nahegelegenen Sekundarschule gar nicht gewollt sind, positiv formuliert, weil das Personal fehlt. Wenn sich Eltern mit wenig Geld keinen Laptop, keinen Drucker leisten können. Wenn junge Leute mit Hauptschulabschluss nahezu automatisch im Übergangssystem zwischen Schule und beruflicher Ausbildung geparkt werden. Oder wenn das Gymnasium deshalb verwehrt wird, weil mutmaßlich die Unterstützung im Elternhaus fehlt. Kinder werden in Deutschland platziert, und zwar abhängig von den Verhältnissen aus denen. Sie kommen, meine Damen und Herren, ein jahrzehntelanger, ein jahrzehntelanger beschämender Befund. Aber wir haben kein Erkenntnisproblem. Bildungspolitik in Deutschland hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, allen voran die Bundesregierung. Mindestens fünf Punkte fallen mir dazu ein. Erstens. Die Mangelwirtschaft muss endlich beendet werden. Der Lehrermangel, der Mangel an Schulsozialarbeiterinnen, der Mangel an schönen Schulen und der Mangel an digitaler Infrastruktur. Hinzu kommt, auch in der Bildung gilt, wer hat, dem wird gegeben. Geld, Ressourcen, öffentliche Aufmerksamkeit und sogar der Mangel selbst sind ungleich verteilt. Lehrermangel ist vor allen Dingen ein Problem von Brennpunktschulen. Alte und baufällige Schulen finden sich vor allem dort, in sozialen Brennpunkten. Digitale Infrastruktur wird vor allem in der dualen Bildung gefördert, nicht aber in den Ausbildungen, beispielsweise bei Trägern der Jugendsozialarbeit oder im Übergangssystem. Aber Geld und Ressourcen müssen stattdessen vor allem dorthin fließen, wo sie am meisten gebraucht werden. Und deshalb brauchen wir einen Sozialindex und keinen Königsberger Schlüssel. Zweiter Punkt. Frau Giffey, Sie legen ein Kinder- und Jugendstärkungsgesetz vor, ohne klare Regelungen zur Schulsozialarbeit. Seit Jahren ist klar und unumstritten, dass Schulsozialarbeit erfolgreiches Lernen unterstützt, sogar bei der Union. Und das war nicht immer so, wie die Debatte gezeigt hat. Und dennoch, auch diese Erkenntnis bleibt folgenlos. Wir bleiben dabei, Schulsozialarbeit muss Regelaufgabe im SGB VIII, im Kinder- und Jugendhilferecht werden. Drittens. Ich fände, es wäre ein sehr starkes Signal, jetzt ein ernstzunehmendes Programm gegen Bildungsarmut aufzulegen. Geld, Personal und Unterstützung muss an finanzschwache Kommunen gehen. Die, die gebeutelt sind durch Sozialausgaben, durch einen hohen Anteil von benachteiligten Kindern. Die Landkreise, ihre Teilen legen dafür ein Konzept gegen Bildungsarmut vor. Das tun übrigens einige Gemeinden und Städte bereits jetzt, allerdings auf eigene Rechnung. Und gerade die finanzschwachen. Viertens. Bildung in digitaler Gesellschaft braucht Verlässlichkeit und Sicherheit. Vielfach gesagt, wir brauchen ein Recht auf digitale Grundsicherung. Laptop, Drucker, Papier für jede Schülerin, jeden Schüler. Und wir brauchen jetzt geregelt eine dauerhafte gemeinsame Finanzierung digitaler Infrastruktur für die Zukunft. Fünfter Punkt. Dazu haben wir einen Antrag vorgelegt. Das Übergangssystem zwischen Schule und der beruflichen Ausbildung muss reformiert werden. Zwei Qualitätskriterien, sagt uns die Wissenschaft, sind dafür entscheidend. Zum einen müssen 50 Prozent der Maßnahmen tatsächlich in den Unternehmen, also praxisbezogen, stattfinden. Und zum anderen müssen die jungen Leute eine Chance haben, den eigenen Schulabschluss zu verbessern. Was müssen wir aus der Krise lernen? Wir brauchen einen Bildungsgipfel. Wir brauchen einen Bildungsgipfel gegen Bildungsarmut. Erstens. Mangelwirtschaft muss beendet werden. Zweitens. Soziale Spaltung gehört abgebaut. Und drittens. Schule, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss endlich zu einem freudvollen, innovativen Ort des Lernens werden. Zu Treibern von Bildung und Innovation. Lernanstalten preußischer Prägung, ich sage es ruhig mal so zugespitzt, müssen der Vergangenheit angehören. Neue Schule braucht das Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Birke Puhl-Bischof. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Margit Stumpf. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Nationale Bildungsbericht zeigt vor allem eines. Seit Jahren nimmt diese Regierung die eklatanten Mängel unseres Bildungssystems hin, ohne sich darum zu kümmern. Die Analyse bezieht sich noch auf die Zeit vor der Pandemie. Man kann sich heute schon ausmalen, wie verheerend die nächste Zustandsbeschreibung ausfallen wird. Der Bericht offenbart, dass die offensichtlichen Mängel jahrzehntelang ignoriert wurden. Das ist wie TÜV ohne Plakette. Jedes Mal, sagt er, die Karre hat erhebliche Mängel. Und dann wundert man sich, wenn sie auf einer Holberstrecke, sprich Pandemie, auseinanderfällt. Ministerin Karolitschek hat gerade sehr deutlich demonstriert, der Blick zurück verklärt so manches. Und wer jetzt einen bildungspolitischen Aufbruch spürt, dem darf man, glaube ich, ruhig Realitätsverlust bescheinigen. Meine Perspektive ist eine andere. Der Blick zurück erklärt vieles. Nach wie vor hängt der Bildungserfolg vom Elternhaus ab. Die Risikolagen sozial, finanziell, formal gering qualifizierte Eltern sind bei Alleinerziehenden und Familien mit Migrationshintergrund besonders zahlreich. Ergebnis, die Zahl der Abiturientinnen stagniert und vor allem ganz bitter die Zahl der Abgängerinnen ohne Abschluss steigt. Das heißt, die Lebenschancen der Kinder sinken. Das Versprechen des Aufstiegs durch Bildung wird immer seltener eingelöst. Das muss sich wieder ändern. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dem Lehrkräftemangel abzuhelfen. Das Bildungspersonal wird im Moment noch zahlenmäßig mehr, aber eben auch älter. Viele Lehrkräfte stehen vor dem Ruhestand. Trotzdem gibt es dazu bis heute keine Impulse aus dem BMBF. Das nenne ich Arbeitsverweigerung. 2018 waren 13 Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte Quer- und Seiteneinsteiger. Diese werden überdurchschnittlich oft an Brennpunktschulen eingesetzt, also da, wo man besonders pädagogische Qualifikationen braucht. Diese Schulen können von der Alltags- und Lebenserfahrung von Quereinsteigerinnen wirklich sehr profitieren. Allerdings muss bei der pädagogischen Qualifizierung dringend nachgebessert werden. Die verheerende Bestandsaufnahme der Digitalisierung erspare ich Ihnen. Ich fürchte, Frau Karliczek wird sich auch im nationalen Bildungsraum wieder verlaufen. Gehen Sie endlich die Basis-Digitalisierung der Schulen an. Das wäre das Wesentliche. Aktuell steht die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler noch im Vordergrund. Das darf den Blick nicht darauf verstellen, dass Technik der Pädagogik folgen muss. Der Bericht bemängelt in diesem Zusammenhang, dass es an wissenschaftlichen Untersuchungen zum Nutzen digitaler Technologien im Unterricht immer noch fehlt. Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf. Ein Satz ist in allen Bildungsberichten wie in Stein gemeißelt. Leider, die Bildungsausgaben bleiben gemessen an der Wirtschaftskraft weit unter EU- und OECD-Schnitt. Solange der Bund sich nicht angemessen und stetig an Bildungsinvestitionen beteiligt, fehlen die Mittel für gerechte Bildungschancen. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen. Vielen Dank, Margit Stumpf. Und auf die bildungspolitische Sprecherin der Grünen folgt jetzt der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Albert Ruprecht. Ja, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Herr Sattelberger, der nationale Bildungsbericht, der vorliegt, gibt überhaupt keine Grundlage für eine derartige Skandalisierung, wie Sie hier vorliegen. Und wenn man genau zuhört, wenn man genau zuhört, ich war wirklich gespannt, was Sie eigentlich, sollten Sie Mitarbeiter der Bild-Zeitung werden. Sie lesen durch, schauen überall, wo es ein Schwachpunkt ist, skandalisieren das auf eine dramatische Art und Weise und Lösungen, ich war wirklich, ich war gespannt dabei, was Sie an Lösungen verschlägt, 0,0. Wenn das die Auseinandersetzung ist mit einem komplexen Bildungssystem in unserem Land, dann glaube ich, ist das viel zu kurz gesprungen. Der nationale Bildungsbericht zeigt Stärken und er zeigt Schwächern und er zeigt im Ergebnis ein weit besseres Bild, ein weit differenzierteres Bild, als die Debatte hier abbildet. Auf der Positivseite, die Zahl der Bildungsteilnehmer, der Bildungsstand, die Zahl der Beschäftigten im Bildungswesen, die Ausgaben für Bildung sind gestiegen. Die Ausgaben für Bildung sind gegenüber 2010 um 30 Prozent gestiegen, das heißt 9,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Bildung insgesamt. Die Durchlässigkeit des Bildungssystems nimmt zu, sehr geehrte Damen und Herren. Die Zahl der Kinder geht zurück, aber die Zahl der Lehrkräfte steigt, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, es gibt auch viele Punkte auf der Negativseite. Ja, die Zahl der Jugendlichen ohne Abschluss steigt. Gerade die Digitalisierung, rauf und runter diskutiert, ist vollkommen unzureichend. Und da ist die Frage jetzt mit aus einem Rumgeschrei und Skandalisierung, was sind unsere politischen Konzepte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da würde ich mal sagen, gehen wir doch mal ins Eingemachte rein. Wer macht es gut und wer macht es schlecht? Welche politischen Konzepte funktionieren und welche sind bloß Sonntagsreden? Gehen wir mal die Punkte durch im Bildungsbericht. Schulqualität, Mathematikkompetenzen aus dem Bildungsbericht. Am Ende der 9. Klasse haben 25 Prozent der Schüler den Mindeststandard nicht erreicht. Bayern 8 Prozentpunkte besser, Sachsen 11 Prozentpunkte besser als der Durchschnitt. Zweiter Punkt, Bildungsarmut. Der Anteil von Schulabsolventen ohne Abschluss beträgt in Bayern 5,5 Prozent, Berlin 9,6 Prozent. Das sind Unterschiede. Bereich der Integration, Bereich der Integration, der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Bildungsmonitor 2020, Bayern hat hier den ersten Platz. Das sind die Unterschiede, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt könnt ihr weitermachen, berufliche Bildung und viele andere Sachen drüber hinaus. Zwischenfazit. Wenn alle Bundesländer dieselbigen Ergebnisse hätten wie Bayern und Sachsen, alte Bundesländer, neue Bundesländer, dann wären wir im internationalen Vergleich vorne dabei. Zweite Aussage. An Sie gerichtet und an Sie gerichtet. Wo Unionsparteien seit Jahren lange, lange Zeit regieren, in Bayern und in Sachsen, sind die Bildungsergebnisse substanziell besser. Drittes Zwischenergebnis. Dieses ewige Lamento, die Länder sind überfordert, der Bund muss alles lösen, stimmt schlichtweg nicht. Weil, wenn man die Länder im Genauen anschaut, sieht man nämlich, dass es Länder gibt, die die Kraft haben, gute Bildungspolitik hinzukriegen. Sie müssen es nur endlich tun, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Subsidiarität, Dezentralität, Entscheidungsfähigkeit in kleinen Einheiten vor Ort sind in komplexen, modernen Zeiten wichtiger, die nie. Die Hattestudie aus dem Jahr 2009 hat genau das auch noch mal gezeigt. Entscheidend für den Unterschied im Lernergebnis ist der Lehrer, seine Einstellung, wie er auf die Schüler zugeht und wie er seinen Beruf versteht. Und deswegen braucht der Lehrer Freiheit, Freiheit. Und er braucht eines als Allerletztes, dass wir hier glauben, in Berlin ohne Komma und Punkt alles übernehmen zu wollen, weil wir sind für alles Zuständigkeit. Subsidiarität, Dezentralität, sauber, neu durchdekliniert. Das ist das, was wir tun müssen. Und im Übrigen auch in Corona-Zeiten. Meine Tochter mit 8 und meine Tochter mit 12 Jahren. Ich kriege das mit, wie viele Eltern zu Hause. Und da gibt es Lehrer, die sind herausragend, trotz widriger Umstände. Und wieso sind die das? Weil sie die richtige Einstellung haben. Weil sie trotz dieser widriger Umstände einen genialen, bravourösen Fernunterricht hinkriegen. Ich weiß, dass die umständlich schwierig sind, dass das nicht befriedigend ist. Aber es ist möglich, wenn man Lehrerinnen und Lehrer motiviert und unterstützt. Das ist die Schlüsselfrage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das heißt aber nicht, dass unsere Position wäre, dass der Bund nicht Zuständigen und Aufgaben hätte. Ganz im Gegenteil. Wir müssen uns sehr genau überlegen, was wir tun und wie wir es tun. Und diese naive Sicht einiger linken Gruppierungen, im Übrigen gehören inzwischen der FDP seitens der Legislatur dazu, dass immer dann, wenn was nicht klappt, der Bund sofort in die Bresche muss. Das ist der falsche Ansatz. Das ist Unsinn, weil es letztendlich das gesamte System durcheinander bringt und nicht das Thema löst, sondern mehr Probleme schafft. Die Aufgaben des Bundes nehmen zu. Aber es braucht klare Verantwortlichkeiten. Und wenn jeder für alles zuständig ist, ist zuletzt keiner verantwortlich und zuständig, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben in den vergangenen Jahren mit großen Paketen Verantwortung übernommen. Ich sage nur, das gehört auch zur Bildung dazu. Hier wird ständig über Schulpolitik ausschließlich diskutiert. Es geht um nationalen Bildungsbericht. Da geht es um weit mehr als um die Kernschultätigkeiten. Mit großen Paketen Hochschulpakt bis 2023 20 Milliarden Bundesgeld. Deswegen in den nächsten Jahren für die Hochschulen jährlich, im Zukunftsvertrag Studiumlehre 2 Milliarden jährlich. Wir haben in der beruflichen Bildung in dieser Legislatur in den letzten drei Jahren so viel Innovation und Modernisierung und zusätzliches Geld gegeben wie Jahrzehnte nicht, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Wir geben jetzt die 6,5 Milliarden für den Digitaltakt. Und vielleicht eine Anmerkung. Ich war einer von denen, der vor fünf Jahren hier mit Ministerin Wanka gesagt hat, wir stellen die 5 Milliarden ins Schaufenster. Von den Kolleginnen und Kollegen hier habe ich nicht gesehen, dass es etwas gibt. Von den Ländern, in denen Sie Verantwortung haben, gab es keinen Antrag im Bundesrat. Es war unsere Initiative, unsere Initiative. Aber wir erwarten schon, dass die auch in der Umsetzung ihre Arbeit machen. Zum Geld, zum Geld, zum Geld, zum Geld. Was haben wir als Bund gemacht? Und dann schauen wir, ob das die ganze Nation hinkriegt. Wir haben von Seiten des Bundes seit 2005 die Bildungsausgaben von 4,4 auf 11 Milliarden erhöht, für den Bildungsbereich. Das ist eine Steigerung um 150 Prozent. Das Land Brandenburg hat im selben Zeitraum die Gelder um 72 Prozent erhöht. Nur um ein Beispiel zu nennen. Also reden Sie nicht, sondern reden Sie mit denen, die da Verantwortung haben, wo sie Zugang haben. Wenn wir das alle machen, was wir seit wir in der Regierung machen, machen würden, dann wären das gute Zeiten in diesem Lande. Und deswegen abschließend, ja, der kooperative Föderalismus muss weiterentwickelt werden. Natürlich macht es keinen Sinn, dass jedes Bundesland eigene Schulglaub hat. Wir haben auch in den letzten zwei Legislaturen die Verfassung weiterentwickelt. 2014 den 91b, seitdem können wir die Grundfinanzierung an den Hochschulen mitmachen. 2019 den Artikel 104c, seitdem können wir die Schulen mit Digitalisierung unterstützen, Betreuungsangeboten, andere weiter als mehr. Und wir werden auch in der nächsten Legislatur die Zuständigkeiten weiterentwickeln. Ralf Brinkhaus hat recht, wenn er sagt, Corona hat uns gezeigt, dass die Zusammenarbeit auf den staatlichen Ebenen grundlegend verbessert werden muss. Genau das werden wir nicht aktionistisch und beliebig, und Eder ist für alles zuständig, sondern indem wir genau überlegen, was unsere Aufgabe des Bundes sein soll, was wir weiterentwickeln müssen, werden wir genau das machen, diese Reform des Staatswesens, nicht aktionistisch, sondern klug und vernünftig. Dankeschön. Vielen Dank, Albert Rupprecht. Von der AfD-Fraktion gibt es hier auch mehrere Anträge, die vorliegen. Ein Sprecher für die AfD hat ja schon gesprochen, jetzt kommt die zweite Rednerin, Nicole Höst, ist das. Sie sitzt im Ausschuss für Bildung und Forschung für ihre Fraktion. Und unter anderem fordert die AfD-Fraktion, die berufliche Bildung noch stärker zu stärken. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vieles ist bereits gesagt worden. Auf der Tagesordnung heute müsste eigentlich nicht die Selbstbeiräucherung der Regierung, sondern ein Strategiepapier zur schnellstmöglichen Wiederherstellung des Regelbetriebs in unseren Bildungseinrichtungen stehen. Der Bericht und die Vielzahl der bereitgestellten Anträge zeigt, dass die Fehlentwicklungen in Bund und Ländern nun überdeutlich zutage treten. Dass immer mehr Bürger über Abitur oder einen Hochschulabschluss verfügen, ist generell keine Errungenschaft, sondern ein trauriges Zeugnis über den Niveauverfall im deutschen Schul- und Hochschulwesen, meine Damen und Herren. Zudem verstärkt diese Entwicklung den Fachkräftemangel im Handwerk und die Quote arbeitsloser Akademiker. Stärken Sie endlich die berufliche Bildung, wie in unseren zwei Anträgen heute gefordert. Das Anwachsen des Segments frühkindliche Bildung, das heißt die Fremdbetreuung von Kleinen und Kleinstkindern ab einem Jahr, feiern Sie als einen Erfolg. Dabei ist die klassische Familie die pandemiekrisensicherste, maskenfreiste und kinderfreundlichste Form, seine Kinder zu betreuen. Wir fordern, eine Familie muss endlich wieder von einem Gehalt leben können, damit sie echte Wahlfreiheit bezüglich innerfamiliärer Arbeitsaufteilung und Kinderbetreuung hat. Meine Damen und Herren, alle tanzen um den weißen Elefanten im Raum. Der Bildungsbericht hingegen spricht Probleme an, die die staatlich forcierte Zuwanderung nach Deutschland mit sich bringt. 40 Prozent der Zuzügler über 19 Jahre haben keinen Berufsabschluss. Von den in Deutschland geborenen Menschen mit besonderem Migrationshintergrund hat mehr als jeder Vierte keinen Berufsabschluss, und das, obwohl diese das komplette Bildungsangebot in Deutschland wahrnehmen konnten. Leider passt das genau zu den Erkenntnissen von 2019, dass nämlich sich Zugezogene aus bestimmten Zuzugskontexten in unserem Hartz-IV-System mit 53 Prozent besonders wohlfühlen. Wann fangen Sie endlich an, mit diesen Erkenntnissen zu arbeiten? Wer die Zukunft sehen will, schaut in die Kitas. Selbst im beschaulichen Kurort Bad Kreuznach waren im Jahr 2016 die Kinder mit Migrationshintergrund teilweise schon in der Mehrheit. Spitzenreiter war eine Kita mit fast 95 Prozent, Kinder mit Zuwanderungsgeschichte. Wer integriert sich hier wo hinein? Der Bildungsbericht und sämtliche Statistiken zeigen, wir haben ein wachsendes, migrationsgeschuldetes Passungsproblem beim Übertritt in den Ausbildungsmarkt und die Beruflichkeit. Deutschland braucht dringend eine Abkehr von der globalistischen Politik, die scheinbar jedem Erdenbürger das Menschenrecht auf ein Leben in Deutschland zuerkennen möchte. Die Alternative für Deutschland fordert eine Willkommenskultur für Kinder, eine geregelte, qualifizierte Zuwanderung. Dann klappt es auch wieder mit Integration und Bildung. Vielen Dank. Oliver Kaczmarek wird nun nach Nicole Höst sprechen, er ist der Bildungs- und forschungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Und da das Ministerium ja CDU-geführt ist, das Bildungsministerium, können wir gespannt sein, ob wir auch jetzt schon ein bisschen Wahlkampf hier in der Debatte hören werden. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, natürlich kann man so tun, als wenn das eine Debatte wäre, wo man alles Mögliche unterbringen kann. Aber es geht um Bildungspolitik und es geht tatsächlich darum, dass wir in einer Situation in diesem Land leben, in der viele Anforderungen an Bildung haben. Und ich will zwei Punkte daraus aufgreifen. Der Lockdown hat doch gezeigt, wie wichtig Schule ist, wie wichtig Kita ist, als Ort, wo Wissen geschafft wird, als Ort, wo sozialer Zusammenhalt geschafft wird. Und deshalb ist es gut, dass die ersten Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen können. Auch nicht alle, viel im Wechselunterricht. Aber das ist gut. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir für diese Öffnung von Schulen Rückenwind organisieren. Und ich will deshalb auch ganz klar sagen, das, was da gestern beschlossen worden ist, das Fortziehen der Impfung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern und die Vereinbarung über regelmäßige Tests in den Schulen, in den Kitas, das gibt Sicherheit für den Schul- und Kitabetrieb. Das ermöglicht weitere Öffnungsschritte. Und deshalb sind die Beschlüsse von gestern vielleicht noch nicht so weit, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber sie sind ein Fortschritt und geben auch ein bisschen Rückenwind für die Öffnung von Schulen und Kitas. Aber das reicht noch nicht. Denn Schülerinnen und Schüler haben zu Hause in den letzten Wochen und Monaten unterschiedlich lernen können. Schätzungen gehen davon aus, dass wir bis zu 20 Prozent aller Schülerinnen und Schüler haben, die jetzt zurückkommen in die Einrichtungen und Lernrückstände aufweisen. Und damit auch unterschiedlich ausgeprägten Förderbedarf aufweisen. Und diese Schülerinnen und Schüler, meine Damen und Herren, brauchen Unterstützung. Und zwar nicht nur in den nächsten vier Wochen oder in den Ferien, sondern über mindestens ein Jahr, damit aus Lernrückständen eben nicht weniger Chancen für die Zukunft junger Menschen werden. Und Frau Karliczek, wir fanden das gut, dass Sie schon vor zwei, drei Wochen angekündigt haben, dass Sie den Ländern dazu auch ein Angebot machen wollen. Wir freuen uns darüber. Und wir freuen uns jetzt auch darüber, dass wir von Ihnen konkrete Vorschläge und Verhandlungsergebnisse bekommen. Denn das, was wir machen müssen, ist klar die Lernrückstände in den Mittelpunkt nehmen und nicht alles Mögliche, sondern die Lernrückstände. Und es muss schnell gehen. Das Datum der Sommerferien ist genannt. Und wir freuen uns über die Initiative. Es muss jetzt auch ganz konkret werden. Corona hat bestätigt, was der Nationale Bildungsbericht mit Zahlen auch belegt hat. Die Menschen wünschen sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in diesem Land. Der Bedarf ist groß. Der Nationale Bildungsbericht weist einen Bedarf bis 2025 von etwa 800.000 Plätzen für die Ganztagsbetreuung in der Grundschule aus. Und deshalb war es richtig, dass wir als Koalition in dieser Frage gehandelt haben. Insgesamt 3,5 Milliarden Euro für den Ausbau von ganztägiger Bildung und Betreuung an den Grundschulen haben wir in dieser Wahlperiode zur Verfügung gestellt. Das Geld steht zur Verfügung. Wir können jetzt investieren in den Mehrganztag. Und das war die richtige Entscheidung und auch eine richtige Lehre aus Corona. Ich will aber auch sagen, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen, der fehlt uns noch. Der würde das vervollständigen. Und ich habe deshalb den Hinweis und die Bitte, dass unser Koalitionspartner, aber auch die Grünen auf ihre Landesverbände in Baden-Württemberg und Hessen zugehen, damit wir dort Klarheit haben, wie man zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen steht. Wir müssen auch bei diesen Ländern endlich die Bremsen lösen. Und dazu reicht es nicht, hier Appelle im Bundestag abzugeben. Bitte sorgen Sie in Ihren eigenen Läden auch dafür, dass das dann über die Bühne gehen kann in dieser Wahlperiode. Und Corona hat gezwungenermaßen die Potenziale und Defizite des digital unterstützten Lernens gezeigt. Und der Digitalpakt hilft, das ist doch gar keine Frage, vielleicht noch nicht ausreichend und sicher noch nicht schnell genug. Aber man muss sich doch mal vorstellen, wo wir in der Pandemie wären, wenn wir die Ankündigungen ohne Ergebnis, die wir von Frau Wanker übernommen haben, ohne einen Euro im Haushalt bereitgestellt zu haben, wenn wir die jetzt noch hätten. Es war doch richtig, dass Olaf Scholz und Frau Kalitschek, dass Olaf Scholz als Finanzminister in einer der ersten Amtshandlungen den Digitalfonds eingerichtet hat und das erste Geld für den Digitalpakt Schule zur Verfügung stand, bevor es noch eine Bund-Länder-Vereinbarung gegeben hat. Deswegen sage ich, der Digitalpakt ist eine gute Sache. Das Geld ist da. Es muss jetzt noch schneller und unkomplizierter gehen. Und daran müssen wir auch noch arbeiten. Ich glaube, wenn wir diese Punkte in den Mittelpunkt stellen, ganz Tag, Digitalisierung, jetzt um die Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen kümmern, dann können wir auch Vertrauen in Bildungspolitik zurückgewinnen. Ich glaube, die Debatte hat heute gezeigt, dass es notwendig ist. Vielen Dank, Oliver Kaczmarek. Soweit Oliver Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Und für die FDP spricht als Nächstes Jens Brandenburg. Er ist Sprecher für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen. Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute einen Bericht, der im Wesentlichen unser Bildungssystem vor der Pandemie beschreibt. Seitdem hat sich viel verändert. Aber einiges war vorher schon absehbar. Der Bildungserfolg eines Menschen hängt in Deutschland von seiner sozialen Herkunft ab. Stärker als in vielen anderen entwickelten Staaten. Die Zahl junger Menschen ganz ohne Schulabschluss ist um erschreckende 20 Prozent angestiegen. Und auch die digitale Bildung hat Deutschland völlig verschlafen. Die Coronakrise hat diese massiven Probleme verschärft. Im Fernunterricht haben jetzt schon viele Schüler und Schülerinnen den Anschluss verloren. Viele Auszubildende sorgen sich um ihre Zukunft. Viele Studierende haben Nebenjobs verloren und fallen beim BAföG trotz finanzieller Nöte weiter durchs Raster. Sie leiden alle im Lockdown unter sozialer Isolation. Die Probleme sind riesig. Und was macht unsere Regierung? Ein Programmchen hier, ein Trostpflaster dort. Aber die nötigen PS bringen sie nicht auf die Straße. Den Nationalen Bildungsrat haben Herr Söder aus Bayern und Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg gegen die Wand gefahren. Im Kernprogramm des Digitalpakt Schule sind nach fast zwei Jahren gerade einmal bundesweit etwa zwei Prozent der Mittel abgeflossen. Frau Eisenmann hat diesen Schnitt in Baden-Württemberg mit 1,3 Prozent noch deutlich unterboten. Und Bayern, Herr Rupprecht, liegt übrigens bei 0,1 Prozent des Mittelabrufs nach zwei Jahren. Wenn Sie, Frau Ministerin, dieses bundesweite Schneckentempo auch noch als eigenen Erfolg allen Ernstes verkaufen wollen, heute hier in der Debatte, dann ist das ein schlechter Witz. Von routinierten Kenntnisnahmen haben wir hier genug. Unser Land braucht endlich eine Regierung, die Bildungschancen in Deutschland wieder zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit macht. Ein paar Vorschläge dazu? Sehr gerne. Schaffen Sie doch endlich einen Digitalpakt 2.0, der Schulen Planungssicherheit gibt und auch in IT-Kräfte, in pädagogische Konzepte und Lehrerweiterbildung investiert. Ein Bundesprogramm Lernbuddies haben letzte Woche vorgeschlagen, mit Studierenden, die bundesweit Schülern und Studierenden den Schülerinnen helfen, die Lernrückstände auch wieder aufzuholen. Eine starke MINT-Offensive, auch um die Fachkräftelücke in Mathe- und Naturwissenschaften endlich wieder zu schließen. Einen modernen Bildungsföderalismus mit verbindlichen Standards und Abschlussprüfungen und auch hoher Umsetzungsfreiheit vor Ort. Einer strukturellen Reform des BAföG zu einer elternunabhängigen Förderung, damit sich jeder ein Studium leisten kann. Eine Qualitätsoffensive in der Lehre, um den Hochschulen zu ermöglichen, auch bessere Betreuungsquoten und innovativere Lehrkonzepte anzubieten. Eine Exzellenzinitiative in der beruflichen Bildung, angefangen von der Berufsorientierung über Auslandsaufenthalte, übrigens bis auch hin zur besseren Ausstattung der Berufsschulen. Oder eine Eröffnung der Begabtenförderung, mehrfach beantragt hier im Deutschen Bundestag der akademischen Begabtenförderung für Talente der beruflichen Bildung. Ein Mitleid-BAföG für Weiterbildung, ein Leben lang, auch in der Mitte des Lebens. Frau Karliczek, ich hoffe, Sie haben jetzt fleißig mitgeschrieben. Wir haben all diese Vorschläge und vieles mehr im Deutschen Bundestag in dieser Legislaturperiode immer wieder eingebracht. Sie müssen das nicht alles sofort übernehmen, aber schon ein Stück davon würde unser Land spürbar voranbringen. Tun Sie es nicht für uns, sondern für Millionen Schülerinnen und Schüler, für Auszubildende und Studierende in diesem Land, weltbeste Bildung für jeden, unabhängig von der sozialen Herkunft. Das muss unser aller Anspruch sein. Vielen Dank, Dr. Brandenburg. Nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Kai Gehring. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin eigentlich immer noch ziemlich konsterniert. Niemand braucht eine Ministerin fürs Schönreden, sondern es braucht eine Bundesbildungsministerin, die Bildungsrealitäten anerkennt, die Ambitionen hat, die Engagement zeigt für beste Bildung, die dafür brennt, dass alle Kinder in unserem Land die gleichen Chancen haben. Ihre Rede aber, sie strotzte vor Realitätsverweigerung und vor Planlosigkeit. Der Bildungsbericht, den wir hier heute debattieren, ist für mich wie ein Stillleben, eine Momentaufnahme der deutschen Bildungslandschaft vor dem Corona-Ausbruch. Und was sehe ich? Ich sehe Schulen und Universitäten, die kaum digitale Bildung anbieten konnten. Ich sehe, dass wieder mehr Jugendliche ohne Abschluss die Schule verlassen und mehr junge Erwachsene ohne Berufsausbildung bleiben. Alle Alarmglocken müssten im BMBF schrillen, aber keiner hört sie. Und das ist doch fatal! Und dann kam die Corona-Krise. Und die wirkte wie ein Krisenbeschleuniger. Geschlossene Kitas und Schulen bedeuten weniger Chancen auf Bildung. Einschränkungen im sozialen Leben lassen Kinder und Jugendliche vereinsamen. Viele Studierende und Azubis haben Finanznöte, stehen vor einem ungewissen Berufseinstieg. Ob Homeschooling oder Online-Semester, Lernen und Prüfungen im Digitalen sind der pure Stresstest. Ob Kinderärzte, ob BildungsforscherInnen, alle warnen vor den Folgen des Lockdowns auf die psychosoziale Gesundheit, auf die Entwicklung von Kids, auf ihre Chancen. Aber wann kapiert das eigentlich diese Bundesregierung? Nach einem Jahr Corona wird weiter herumgedoktert, ohne klares Regierungskonzept, wie Familien mit der Pandemie leben und wie Bildungseinrichtungen auch sicher geöffnet werden können. Bundesregierung und Ministerpräsidentenkonferenz gehen eindeutig den zweiten Schritt vor dem ersten. Öffnungen ohne ausreichende Tests, ohne Teststrategie, mit geringen Impfquoten sind ein Wagnis, obwohl man die Normalität herbeisehnt. Aber vorausschauendes Handeln für sichere Bildung geht doch eindeutig anders. Ihr S3-Leitfaden, Schulen in der Pandemie, bündelte wissenschaftliche Erkenntnisse von 30 Fachgesellschaften, kam aber ein Dreivierteljahr zu spät. Frau Kalitschek, Sie haben einfach Ihren Job nicht gemacht. Die Bundesregierung macht so aus der Coronakrise eine Bildungskrise. Und das muss sich ändern. Es geht um 13,5 Millionen unter 18-Jährige. Viele können die Corona-Einschränkungen kompensieren, indem sie auf Wissen und Unterstützung der Eltern zurückgreifen. Andere können das aber nicht. Gerade Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern haben nur eine Chance, nämlich gute Bildung und Begleitung zu bekommen. Initiativen, die Sie hätten aufgreifen können von den demokratischen Oppositionskräften, gab es zuhauf. Luftfilter an Schulen, Teststrategien, Anspruch auf Förderung bei Lernrückständen, eine Öffnung des BAföG für bedürftige Studierende, eine Ausbildungsgarantie und, und, und. Wann bringen Sie das denn endlich auf den Weg? Ein Bildungsschutzschirm des Bundes ist überfällig. Kommen Sie bitte, oder ist das der Schluss? Mangelstatkraft, ich komme zum Schluss, klafft die Bildungsschere weiter auseinander. Ich mache mir große Sorgen vor dem nächsten Bildungsbericht und vor einem PISA-Schock in der Zukunft. Der muss abgewendet werden. Wenn jeder vor Ort und an seiner Stelle die Verantwortung wahrnimmt, dann schaffen wir es, dass auch bildungsbenachteiligte Kids Chancen bekommen. Vielen Dank, Kai Gehring. Kai Gehring hier mit negativen Prognosen. Deutschland hatte ja schon einmal den PISA-Schock. Ja, man wird sehen, ob der nächste nun kommt. Allerdings ist ja diese Bildungskrise doch eine globale, wie auch die Pandemie eine globale ist. Wir kommen zum vorletzten Redner in dieser Debatte, bevor hier einige Anträge abgestimmt werden oder auch überwiesen werden. Und Tankred Schepanski ist für die Unionsfraktion nun der vorletzte Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Debatte heute geht um den Nationalen Bildungsbericht 2020. Erst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an das Wissenschaftlerteam, das diesen Bericht zusammengestellt hat. Dieser Bericht liefert Fakten. Und diese Fakten hat der Albert Rupprecht vorgetragen. Diese Fakten hat die Ministerin vorgetragen. Und das ist keine Schönrederei, lieber Herr Gehring, wenn man Fakten darstellt. Und mich entsetzt es an dieser Stelle die Skandalisierung, was hier AfD, Linke und FDP mit diesem Bericht betreiben. Und die Wortwahl, liebe Frau Buhl-Bischof, als Märchentante. Hätten Sie das nach der Rede von der Frau Höchst gesagt und da gesagt, eine Märchentante mit der Migration, dann hätte ich das alles verstanden. Aber bei einer sachbezogenen Rede der Ministerin auf gar keinen Fall. Und schauen Sie mal in den Spiegel. Ich glaube, Sie waren die Märchentante in dieser Debatte. Oder vielleicht doch noch mal als FDJ-Sekretärin hier aufgetreten. Uns zu erzählen, wie wir Mangel beenden sollen, liebe Linke, die Sie über Jahre Mangel produziert haben. Sie sind der personifizierte Mangel Wirtschaft. Und schauen Sie da, wo Sie Verantwortung tragen. Ich erinnere wieder an Thüringen, was wir da an Chaos haben. Ihr Kultusminister Holter kriegt es nicht hin. Der Bund muss eben helfen. Und Albert Rupprecht hat es gesagt. Bei der Schulcloud, bei den Laptops, bei den Systemadministratoren, bei der Ausstattung von den Schülern. Der Bund muss helfen, weil es das Land nicht packt. So, und wenn wir einfach mal in den Bildungsbericht blicken, was steht denn da? Es wird gezeigt, dass es sinnvoller ist, die Anzahl der Erzieher in einen Kindergarten zu investieren, als kostenfreie Besuche dieser Einrichtung zu ermöglichen. Ganz logisch. Leider handeln Länder wie Berlin und Thüringen rot-rot-grün geregiert nicht nach diesen Empfehlungen der Wissenschaftler. Schauen wir weiter. Natürlich ist es bedauerlich, dass immer mehr Jugendliche ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Aber gehen Sie mal in die Einrichtung und schauen dann, was für massive Förderprogramme da einsetzen. Und da muss ich Ihnen recht geben. Natürlich wäre es sinnvoller, diese Gelder dann besser in die außerschulische Bildung zu investieren, um früher diesen jungen Menschen zu helfen. Und ja, die Zahl der Menschen, die einen Fachhochschulabschluss schaffen, ist leicht rückläufig. Auch die Forscher finden das aber völlig normal. Wir haben eine Art Sättigung erreicht. Nicht alle Menschen können und wollen studieren. Das ist auch gut so. Dafür zeigt sich Stahl bei der beruflichen Ausbildung. Und darüber freue ich mich. Denn berufliche Bildung ist Teil des Bildungsaufstiegs. Und liebe Kollegin Baas und lieber Kollege Brandenburg, jetzt hier nochmal in der Debatte das tote Pferd des Bildungsrates zu reiten, ist, glaube ich, einfach unnütz. Blicken Sie zudem auch nochmal in den Bericht. Er stellt eindeutig fest, Albert Rupprecht hat darauf hingewiesen, dass Deutschland weit mehr Geld in die Bildung jedes Einzelnen steckt, als die OSCD oder die EU im Durchschnitt. Auch eine positive Tatsache, die man nochmal darstellen muss. Und da spricht man nicht, Herr Sattelberger, von einer Armutsrepublik, sondern wir leben wirklich in einer Bildungsrepublik. Und schauen Sie mal international, wie es wirklich woanders aussieht. Die Wissenschaftler sagen zudem auch ganz deutlich, wer für welchen Bildungspart Verantwortung trägt. Das stellen Sie ganz nüchtern fest. Auch mit einem einfachen Blick in die Verfassung. Das erkläre ich Ihnen ja schon oftmals. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein einfacher Blick auf die Bundesratsbank. Bei einem solch wichtigen Bericht, den auch die Kultusministerkonferenz mit dem Auftrag gibt, die Länder verweigern förmlich hier ihre Verantwortung. Das ist skandalös. Und das muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Blicke ich abschließend noch auf das Schwerpunktkapitel Bildung in der digitalen Welt. Hier stellen die Wissenschaftler mit Datenausfall 2018 das fest, was wir jetzt 2020 in der Coronapandemie erleben. Die Hochschulen kommen vergleichsweise gut durch beim digitalen Lernen, die Schulen nicht. Mangelnde technische Ausstattung haben wir hingewiesen, mangelnde Qualifizierung der Lehrkräfte und so weiter. Aber genau da setzen wir an. Die Ministerin hat den Digitalpakt Schule nochmal dargestellt. Die Nebenvereinbarungen wurden erwähnt. Wir haben vor zwei Wochen die bundesweite Lernplattform vorgestellt, die wir auf den Weg gebracht haben. Und beim Thema Lehrerfortbildung sind wir mittendrin, eine digitale Kompetenzzentren zu schaffen. Impulse und Maßstäbe setzen wir hier. Wir haben ein ausbaufähiges Eckpunktepapier zwischen Bund und Ländern vereinbart. Sie sehen aber auch hier, der Bund ist wie der Taktgeber, weil sich die Länder über Jahre verweigert haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend feststellen. Die Digitalisierung ist nicht nur im Bildungsbereich für unser System eine Herausforderung. Wir erleben das auch im Verwaltungsbereich. Und Ralf Brinkhaus hat das in seinem wegweisenden Interview vom 21. Februar mit der Welt am Sonntag trefflich festgestellt. Es macht keinen Sinn, die Digitalisierung der Schulen 16 Bundesländer und 16 Datenschutzbeauftragten jeweils individuell zu überlassen. Die einzelnen Ebenen vom Bund bis zur Kommune müssen besser miteinander vernetzt sein. Das wollen wir tun. Da brauchen wir ein neues Miteinander. Wir brauchen einen neuen Rahmen dazu. Auf diese Reform hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion Lust. Wir werden Ihnen dazu die entsprechenden Vorschläge präsentieren und umsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Tankrit Schipanski. Und damit kommen wir zur letzten Rednerin in dieser Debatte. Aus der SPD-Fraktion ist das Jasmin Fahimi. Sie ist Sprecherin für berufliche Bildung. Und es fällt schon auf, wie viele Abgeordnete hier eine Position in diesem Bereich haben und dann doch wie selten das Thema Bildung hier diskutiert wird. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien dieses Hauses. Ich muss jetzt auf einiges eingehen, was in der Debatte gesagt worden ist. Und Frau Höchst, Sie wissen ganz genau, dass Kinder aus Migrations-, aus Familien-, aus Haushalten mit Migrationsgeschichte oft aus Haushalten mit prekärer Lage kommen. Sie könnten mir übrigens auch gerne mal zuhören, wenn ich schon auf Sie eingehe. Und da sind Sie nicht aus Zufall, sondern weil wir immer noch eine Willkommenskultur haben, die da heißt, dass diejenigen, die bei uns einwandern, die dreckigsten und billigst bezahlten Jobs machen. Das gilt für die Gastarbeiterfamilien, genauso wie für die Russlanddeutschen oder jetzt für die Flüchtlinge. Und wenn wir dann in Deutschland ein Bildungssystem haben, das kaum Aufstieg ermöglicht oder jedenfalls deutlich unterdurchschnittlich im globalen Vergleich und das bescheinigt Pisa, und dabei schneidet Bayern übrigens besonders schlecht ab, dann ist es kein Wunder, dass Sie auch in der zweiten und dritten Generation noch entsprechende soziale Lagen haben, die Ihnen eben einen entsprechenden Bildungsaufstieg nicht ermöglichen. Sie wollen hier keine evidenzbasierte Politik machen, sondern Sie wollen den Menschen immer noch erzählen, dass die Geburtenrate in der DDR deswegen angestiegen ist, weil es die Störche angesiedelt worden sind. Hören Sie auf, mit Ihrer Hassideologie und in einer solchen Art und Weise Fakten zu verdrehen. Und jetzt zu der FDP. Ich kann ja die Krokodilstränen wirklich nicht mehr ertragen, die Sie mit Blick auf die Menschen, auf die Jugendlichen im Übergangssystem hier verdrücken. 255.000 junge Menschen im Übergangssystem, ja, das ist eindeutig zu viel. Aber die Gründe dafür, die sind eben sehr unterschiedlich. Was findet sich im FDP-Antrag eigentlich wieder? Da steht dann ein Programm, ein Zertifikat für alle, die im Übergangssystem sind. Die Bedarfslagen sind aber sehr unterschiedlich. Es gibt Jugendliche, die brauchen Sprachförderung, Jugendliche, die brauchen Aufbau für eine Alltagsstruktur, Jugendliche, die Suchtproblematiken haben oder Gewalterfahrungen. Auf all das gehen Sie nicht ein, sondern alle schön über einen Kamm scheren und sagen, die haben selber Schuld, dass sie keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Und deswegen stecken wir sie in ein System. Und dann sollen sie eine grundständische Ausbildung bekommen, und zwar für die Arbeitgeber kostenfrei. Das ist nämlich der zweite Schritt, dass sie einfach mal eben nebenbei das ganze Berufsbildungssystem zerschlagen wollen. Und dann, wenn sie sich dort vielleicht ordentlich aufgestellt haben, dann können sie vom Arbeitgeber übernommen werden. Das ist nichts anderes als ein kostenfreies Probejahr für den Arbeitgeber. Erklären Sie doch mal erst mal diesem Haus und den Menschen da draußen, was Jugendliche überhaupt im Übergangssystem zu suchen haben, wenn sie offensichtlich doch geeignet sind, eine Ausbildung aufzunehmen. Das beantworten Sie überhaupt nicht. In dem Bericht finden sich an mehreren Stellen wieder, ich zitiere, Es kann jedoch auch 2019 nicht von einer ausgeglichenen Ausbildungsmarktsituation gesprochen werden. Die Angebot-Nachfrage-Relation variiert auch im Jahr 2019 erheblich. Und es sind 21 Prozent der Agenturbezirke, in denen wir eine deutliche Unterversorgung haben. Sehr verehrtes Haus, wie viele Argumente braucht man eigentlich noch, um jetzt endlich mal eine Ausbildungsgarantie und eine Ausbildungsverpflichtung in diesem Land einzuführen, das im Übrigen auch die Lasten in den Branchen endlich mal gerecht verteilen würde. Deswegen, ja, sehr geehrtes Haus, jetzt ist die Prüfstunde der Politik. Jetzt wird sich zeigen, wer es wirklich ernst meint mit der Gleichwertigkeit von Bildungswegen und dem Respekt aller Lebensentwürfe. Und deswegen bitte ich Frau Ministerin Karliczek, endlich eine kostenlose Prüfungshilfe für diejenigen anzubieten in der Ausbildung, die schon viel zu lange im Ausnahmezustand lernen mussten. Ich bedanke mich bei Hubertus Heil für den Schutzschirm, den er geschaffen hat für Ausbildung und die Impulse, die er gesetzt hat, aber auch, dass er jetzt noch mal nachjustiert. Und ich fordere den Bundesminister Altmaier auf, die Wirtschaft endlich an ihrer Verantwortung zu erinnern. Die junge Generation, der jetzt Ausbildung und Übernahme zu verweigern, steht in keinem Verhältnis zu den Hilfen, die sie gerade von der Gemeinschaft erhalten. Die SPD wird dies jedenfalls nicht schweigend zur Kenntnis nehmen. Wir fühlen uns zum Handeln aufgerufen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 20298 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Arbeit und Soziales. So, das kann ich mal kurz erklären. Dagmar Ziegler hat ja jetzt hier den Sitz übernommen, die Sitzungsleitung. Und hier geht es um einen Antrag der FDP-Fraktion, wo eben die Überweisung noch strittig ist. Also, welcher Ausschuss sich federführend um diesen Antrag kümmert. Da geht es darum, dass die Liberalen das Ziel haben, dass die Anzahl junger Menschen, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss haben, diese Anzahl zu reduzieren. Das ist ja auch in der Debatte immer wieder aufgekommen, dass seit 2013 der Anteil der Schulabgänger ohne mindestens einen Hauptschulabschluss von 5,7 Prozent im Jahr 2013 auf 6,9 Prozent im Jahr 2018 gestiegen ist. Das ist der Rest des Hauses. Gibt es Enthaltungen? Der Überweisungsvorschlag ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 10 A, 10 B und 10 D. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 24, 7, 180, 27, 203 und 27, 120 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. So, das sind jetzt mehrere Anträge hier der Parteien und auch der Nationale Bildungsbericht, der jetzt erst einmal in den Ausschüssen überwiesen wird und dort diskutiert wird. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Smart Germany, Learning, Adultics und Künstliche Intelligenz in der Schule fördern, Lerndaten schützen. In diesem fordert die FDP, dass Daten erhoben werden über das Lernverhalten und den Lernfortschritt von Schülern und dass diese dann eben auch genutzt werden der FDP-Fraktion. Zufolge sind dort die Datenschutzanforderungen bislang zu hoch und deswegen fordert sie Standards, damit man eben solche Analysen erheben kann. Das ist die Fraktion der FDP. Gibt es Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Und der Antrag wurde damit abgelehnt. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Smart Germany, Deutschland digital stärken, Online-Kurs, Künstliche Intelligenz initiieren. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 15757, den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 14034 abzulehnen. In diesem Antrag fordert die FDP, einen finnischen Online-Kurs zu übersetzen und hier auch einzusetzen in Deutschland. Und sie möchte auch, dass Mitglieder der Bundesregierung diesen Online-Kurs absolvieren. Und die AfD, Entschuldigung. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Also auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Tagesordnungspunkt 10g. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung auf Drucksache 27 048. Unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 22 193 mit dem Titel Zukunft für Deutschlands Wohlstand, berufliche Bildung stärken. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Hier möchte die AfD-Fraktion, dass mithilfe von Studien herausgefunden wird, wie die Zahl der Ausbildungsbetriebe erhöht werden kann und wie die Betriebe staatlich gefördert werden können und diese dann auch staatlich zu fördern. Aber ich höre, auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 19 514 mit dem Titel Corona-Sofortprogramm für die berufliche Bildung, Fachkräfte sichern, Digitalisierung beschleunigen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion der Linken, SPD. Hier soll nach Willen der FDP unter anderem eine digitale Plattform bei der Berufswahl- und Ausbildungsplatzsuche helfen. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung auf Drucksache 27 176. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 23 1119 mit dem Titel Pandemieerfahrungen beim Schulunterricht nicht vergessen, Know-how von Lehrern und Zivilgesellschaft auf Dauer heben. Also hier sollen Erfahrungen aus der Pandemie im Weiteren genutzt werden, besonders gute Beispiele für digitale Lernkonzepte gesammelt und bundesweit verfügbar gemacht werden. Das sind die Fraktionen Bündnis 90, die Grünen und FDP. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Und der Antrag abgelehnt. Mit seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 24 450 mit dem Titel Unterstützung für Schulen in der Pandemie, Mangelwirtschaft in der Bildung beenden. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Linksfraktion möchte hier unter anderem, dass zum Beispiel die Schulen unterstützt werden, sie FFP2-Masken kaufen müssen, Raumluftfiltersysteme oder Plexiglasschutzwände. Bündnis 90, die Grünen. Gibt es Enthaltungen? Das ist die Fraktion der FDP. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 10 i. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 24 688 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Arbeit und Soziales. Die Fraktion Die Linke wünscht Federführung beim Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgen. Abschätzung. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion Die Linke. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? So, hier geht es also noch einmal darum, welche Ausschüsse sich federführend mit diesem Antrag beschäftigen. Nachdem die Anträge alle in den Ausschüssen überwiesen wurden, dort diskutiert wurden, kommen Sie ja dann auch wieder hier in die Diskussion ins Plenum. Und deswegen schauen wir schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Wirtschaftshilfen, die jetzt während der Corona-Pandemie ausgezahlt werden. Und zwar besonders geht es um das Kurzarbeitergeld. Die Linksfraktion hat zwei Anträge dazu eingereicht, Bündnis 90 die Grünen einen. Und die Linksfraktion kritisiert unter anderem, dass Hilfen wie das Kurzarbeitergeld nicht an Bedingungen geknüpft werden. Und so ist zum Beispiel zu der Situation kam, dass zwölf der 30 DAX-Konzerne Kurzarbeitergeld bezogen haben und elf von ihnen aber trotzdem dann Geld hatten, um Dividenden auszuzahlen. Das kritisiert die Linksfraktion und will deswegen die Unterstützung an Auflagen binden. In einem anderen Antrag fordert sie ein Mindestkurzarbeitergeld. Das ist ein branchenunabhängiges Kurzarbeitergeld, das aber höher sein soll als das Kurzarbeitergeld. Jetzt, dass gezahlt wird, das wird ja prozentual gezahlt. Und die Linksfraktion möchte gerne, dass mindestens 1200 Euro monatlich gezahlt werden. Susanne Fersche spricht jetzt auch als erstes für die Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Während einfache Menschen in der Pandemie um ihre Existenz ringen, kassieren andere Dividenden. Das ist bezeichnend für die Krisenpolitik der Bundesregierung. Und wie oft habe ich hier schon gehört, in dieser Krise sitzen wir alle in einem Boot. Der Unterschied ist nur, ein paar sind schon über Bord gegangen, einige rudern wie verrückt, und auf dem Oberdeck findet gleichzeitig eine Party statt. Um das Bild zu übersetzen. Viele Beschäftigte haben ihren Job verloren. Leiharbeitnehmer, Befristete und Minijobber waren als erstes raus. Nach nur zwölf Monaten Arbeitslosengeld fallen sie sofort in Hartz IV, und die Minijobber sind sie gar nicht in der Arbeitslosenversicherung abgesichert. Und Kolleginnen und Kollegen in der Gastronomie und in der Dienstleistung sind besonders betroffen. Das Kurzarbeitergeld reicht hinten und vorne nicht. Selbstständige, Künstler, Einzelhändler und Kneipenbesitzer stehen vor dem Ruin, weil die Hilfen nicht oder nicht ausreichend ankommen. Und gleichzeitig schütten mitten in der größten Krise elf DAX-Konzerne, und das ist nur die Spitze des Eisbergs, insgesamt fast 14 Milliarden Euro an Dividenden an ihre Aktionäre aus. Das ist doch unfassbar. Daimler hatte im vergangenen Jahr einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro und hat die Dividenden auf sage und schreibe 1,4 Milliarden Euro erhöht. Alleine BMW hat 770 Millionen Euro ausgeschüttet. Diese Unternehmen haben sich über Kurzarbeit die Gehälter und die Sozialversicherungsbeiträge ihrer Mitarbeiter erstatten lassen. Und allein im Fall von Daimler waren es 700 Millionen Euro. Geld der Solidargemeinschaft wandert so direkt in die Taschen von Millionären wie Stefan Quandt und Susanne Klatten. Das hat mit wir sitzen alle in einem Boot, rein gar nichts mehr zu tun. Das ist Abzocke unter den Augen der Bundesregierung und gehört unterbunden. Bevor Sie jetzt wieder sagen, da kann man nichts machen, das regelt alles der Markt, schauen wir uns mal zu unseren europäischen Nachbarn. In Frankreich und Dänemark ist so etwas verboten. Hierzulande dürfen Unternehmen Kurzarbeit in Anspruch nehmen, ungeniert Dividenden ausschütten, Aktien zurückkaufen und ihren Vorständern Boni und überhöhte Gehälter bezahlen. Und der Gipfel ist dann noch, wenn Beschäftigte entlassen werden. Damit muss Schluss sein. Und ja, ich kenne die Leier. Die Arbeitslosenversicherung ist eine Versicherung, an die auch die Unternehmen Beiträge abführen. Aber das, was wir hier erleben, das grenzt nahezu an Versicherungsbetrug. Unternehmen, die so liquide sind, dass sie Dividenden in Millionenhöhe auszahlen können, die sind kein Fall für die Sozialversicherung und brauchen erst recht nicht unser Steuergeld. Die Sozialversicherung ist dafür da, und so formuliert es auch das Sozialgesetzbuch I, um wirtschaftliche Sicherheit herzustellen. Davon, dass sich auch die Aktionäre die Taschen füllen, steht da nichts drin. Denn letztes Jahr hat der Bund fast 7 Milliarden Euro an Liquiditätshilfen an die Agentur für Arbeit überwiesen. Und dieses Jahr werden es voraussichtlich über 3 Milliarden Euro sein, um die Bundesagentur für Arbeit zu stützen. Und spätestens, wenn Staatszuschüsse an die Bundesagentur für Arbeit nötig sind und bezahlt werden, muss doch dieses Treiben ein Ende haben. Man muss sich das vor Augen führen. Millionen von Menschen fürchten um ihre Existenz, und gleichzeitig landet staatliches Geld auf Umwegen bei den Aktionären. Und das in einer Zeit, in der die Bundesregierung ein Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro ablehnt, ebenso wie die verlängerte Zahlung des Arbeitslosengeldes. Und das würden die Betroffenen so dringend benötigen. Ein Argument dafür, warum das nicht bezahlt wird, ist die klamme Finanzsituation der Bundesagentur für Arbeit. Ja, richtig, die Rücklagen sind aufgebraucht. Und auf die Liquiditätshilfen hatte ich hingewiesen. Aber das ist doch erst recht ein Grund, Kurzarbeit und auch die Gewährung von staatlichen Hilfen an Bedingungen zu knüpfen. Es muss klar sein, wer die Hand aufhält, darf nicht betriebsbedingt kündigen, keine Dividenden oder Boni auszahlen und muss die Vorstandsgehälter begrenzen. So bekäme man zumindest ansatzweise wieder das Gefühl, wir sitzen tatsächlich alle in einem Boot und es rudern auch alle ein Stück weit mit. Und wenn die Bundesregierung hier nicht handelt, dann verkommt die von ihr vielbeschworene Solidarität zur hohlen Phrase. Ja, dafür braucht es Mut. Mut, sich mit den Konzernen und mit den Mächtigen anzulegen. Aber neben Mut braucht es auch andere, Mehrheiten für die praktische Umsetzung. Letzten April hat mir der Kollege Carsten Schneider von der SPD aus der Seele gesprochen, als er gesagt hat, ich zitiere, wer auf Staatshilfe setzt, kann nicht gleichzeitig Gewinne an Aktionäre ausschütten. Dieses Gerechtigkeitsverständnis wird aber mit einer Union in der Bundesregierung niemals realisierbar sein. Und deswegen brauchen wir nach der Bundestagswahl einen sozialen Aufbruch. Und dafür gehört die Union in die Opposition. Vielen Dank. Susanne Ferschel hat hier die Debatte eröffnet, zu der die Linksfraktion zwei Anträge auch eingereicht hat. Und auf sie folgt jetzt ein Mitglied einer Koalitionsfraktion, Klaus-Peter Wilsch, sitzt für die Unionsfraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Frau Präsidentin! Liebe Kollegen! Liebe Menschen an den Bildschirmen und den digitalen Endgeräten! Das sind drei Anträge, die wir heute hier beraten. Zwei von der Linken, der SED-Fortsetzungspartei. Und die Sprüche, die wir von Ihnen hören, zu dem Thema Heucheln, Mitgefühl und für Betroffene und Ähnliches. In Wirklichkeit geht es Ihnen darum, das haben Sie ja ganz zum Schluss zum Ausdruck gebracht, möglichst mit Sozialdemokraten und Grünen hier dieses Land in einer Art und Weise umzubauen, dass wir dann munter sagen können, wir haben wieder volkseigene Betriebe und HO-Gaststätten. Und dann ist das Zielbild erreicht, was Sie sich so vorstellen. Deshalb will ich mich mit Ihrem Quatsch gar nicht weiter auseinandersetzen. Lesen Sie mal ein Powibuch, Politik und Wirtschaft, oder wie auch immer das gerade heißt, aus der Sekundarstufe 1. Dann können Sie schon nachlesen, was der Unterschied zwischen der Versicherungsleistung und der Sozialleistung ist. Kurzarbeitgeld ist eine Versicherungsleistung. Da gilt das Äquivalenzprinzip. Da haben Sie Anspruch drauf, wenn Sie eingezahlt haben. Aber da werden die Kollegen von A und S, von dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, sicher noch näher drauf eingehen. Lassen Sie mich kurz zu dem Antrag der Grünen sprechen, die hier auch große Krokodilstränen rollen lassen, obwohl Sie ja, Frau Dröge, Sie zumindest mit dabei waren im Wirtschaftsausschuss, wo wir Schritt für Schritt auch immer nachgebessert haben bei allen Maßnahmen, weil die Wirtschaft nun mal ungeheuer komplex ist und an Komplexität gelegentlich das Vorstellungsvermögen von Ministerialbürokratie und selbst das von Abgeordneten übersteigt, weil wir doch jeden Tag neue Fallkonstellationen gesehen haben, die wir uns nicht ausgemalt hatten und dann immer wieder nachgesteuert haben. Das hat natürlich auch Zeit gekostet. Die Corona-Hilfsmaschine läuft aber mittlerweile auf Hochtouren. 85 Milliarden Euro Hilfsgelder hat der Staat in den letzten zwölf Monaten ausbezahlt. Und ich denke, das kann sich durchaus sehen lassen. November-Dezember-Hilfe, da sind es mittlerweile 75 Prozent. Und alle, die sich ein wenig eingehender mit der Thematik befasst haben, wissen, es sind eben keine trivialen Vorgänge, sondern es ist auch gerade im Zusammenwirken von Bundesverwaltung, Landesverwaltung nicht immer einfach zu lösen. Sie begrüßen in Ihrem Antrag die unbürokratische Beantragung der Soforthilfe. Sie sagen dabei aber nichts dazu, dass wir natürlich hinterher jede Menge Beschwerden hatten. Über Hunderttausende Bescheide, gerade hier in Berlin, ist sehr großzügig, mit dicken Daumen verteilt worden, wo eben die Empfangsberechtigung völlig in Frage stand und wo es zur Rückforderung kam. Da ist mir schon lieber, wenn wir es jetzt so machen, wie wir es jetzt machen, über Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die sich da auch sehr gut einbringen und den Prozess mit begleiten, Anregungen geben, die dafür unterstützt werden, mit speziellen Spezialistenseiten auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums und so auch einen Beitrag dazu leisten können, dass diese ganzen Programme passgenauer werden. Wir arbeiten also kontinuierlich daran, weil wir doch sehen, und als Wahlkreisabgeordnete kriegen Sie jeden Tag neue Fallschilderungen, wo was nicht passt, wo Anspruchsvoraussetzungen, Grenzen, Umsatzgrenzen, Verlustgrenzen unpassender scheinen in der konkreten Situation. Und wir werden das nie alles hundertprozentig gerecht abbilden können. Das wird nicht funktionieren. Umso mehr ist es wichtig, dass jetzt gestern Abend eben bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin die verschiedenen Erleichterungen und Verbesserungen wieder vereinbart worden sind miteinander. Abschlagszahlung, Überbrückungshilfe 3 bis 800.000. Es können auch große Unternehmen jetzt mit höherem Finanzbedarf Hilfen gezahlt werden. Umsatzhöchstgrenze ist entfallen. Und wir haben damit Grundlage für Hilfsoperationen, auch für Firmen, die in den Bereichen Einzelhandel, Veranstaltungskulturbranche, Hotellerie, Gastronomie, Pyrotechnik, Großhandel, Reisebranche unmittelbar von den Schließungsanordnungen des Bundes und der Länder betroffen sind. Darüber hinaus, um wirklich dann auch noch mal ein Tool zu haben, um helfen zu können, bin ich auch froh, dass die Vereinbarung über den Bund-Länder-Härtefallfonds gestern Abend bekräftigt worden ist. Im Laufe der nächsten Woche wird das Bundeskanzleramt und die Staats- und Senatskanzleien den Ablauf dazu klären werden. Das ist eine Möglichkeit, dann noch einmal auch wirklich nachzusteuern, wo es mit den großen Möglichkeiten von der Bundesebene her nicht funktioniert. Ich will auch keine Schwarz-Peterschieberei, auch nicht zu einem roten Minister hier vornehmen. Aber wir haben natürlich als Wirtschaftspolitiker in der Union schon zeitig gefordert, viel stärker auf schon bestehende Finanzbeziehungswege zu setzen, also viel großzügigere Steuerverlustverrechnungsmöglichkeiten. Das wäre ein ganz schneller und sehr treffsicherer Weg gewesen. Da ist ja zum Glück auch ein wenig nachgebessert worden. Bei der Überbrückungshilfe 3 sind etwa 1,92 Milliarden Euro beantragt und auch mehr als ein Viertel davon schon ausbezahlt, obwohl das Programm ja noch nicht lange offen ist. Ich finde, wir sollten da nach vorne schauen. Ich habe gestern in der Aktuellen Stunde schon mal kurz darüber gesprochen. Clemens Fuß vom IFO-Institut hat das auch heute Morgen gemacht. Wir müssen den Menschen die Vorteilhaftigkeit von Selbsttests deutlich machen. Clemens Fuß hat heute Morgen das Beispiel gewählt. Im Morgenmagazin hat gesagt, wenn vor der Einkaufsgalerie die Teststation ist und die Leute sehen, wenn du dich testen lässt, kannst du da reingehen, dann kriegen wir einen höheren Kenntnisstand über die Frage, wer infiziert ist bei uns, zumindest einen guten Anhalt dafür. Dann werden die Menschen von sich aus Tests nachfragen. Da müssen wir uns nicht ständig nur Gedanken darüber machen, wie der Staat die bezahlt und welche Stelle vom Staat die bezahlt und welche Stelle vom Staat das organisiert. Hier müssen wir auch Kräfte vom Markt setzen. Deshalb hoffe ich, dass die behutsamen Öffnungsschritte, die gestern besprochen worden sind, hier genug Raum geben, dass diese Marktkräfte sich entfalten können. Vielen Dank für Ihre Geduld, Frau Präsidentin. Der Satz ist am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke sehr. Klaus-Peter Wilsch hat sich hier für die Geduld bedankt, weil er doch um einiges seine Redezeit überzogen hat, das aber jetzt nicht mit einem Mikrofonentzug oder Ähnlichem geahndet wurde. Der nächste Redner ist Steffen Kortré, er ist der wirtschaftspolitische Sprecher für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Die Linke wollen also Steuergeldverschwendung der Unternehmen verhindern, aber wir müssen auch grundsätzlich Steuergeldverschwendung und Missbrauch anprangern und verhindern und eben auch den Missbrauch durch die Bundesregierung, meine Damen und Herren. Der Lockdown zum Beispiel ist längst schon Willkür, und er muss sofort aufgehoben werden, damit also Steuergelder nicht weiter missbräuchlich Verwendung finden. Und wenn wir mal weiter in diesen Reigen gehen, das Erneuerbare-Energien-Gesetz muss abgeschafft werden, damit wir hier für diese schädliche Art der Stromversorgung nicht weiter Steuergelder verwenden und verschwenden. Und wir können es den Bürgern eigentlich auch gar nicht mehr erklären, warum also linksgrüne Wind- und Sonnenunternehmen hier die Gewinne garantiert bekommen. Anderes Beispiel. Dänemark zum Beispiel hat gerade seinen syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen erklärt, dass sie zurück in ihre Heimat gehen sollen. Syrien ist längst sicher. Und genau das Gleiche sollten wir auch tun. Dann hätten wir nämlich hier auch keine Veruntreuung von Steuergeldern mehr in dieser Form, dass wir also Menschen hier alimentieren, die im Übrigen größtenteils gar nicht bei uns sein dürfen. Wir haben es hier mit dem massenhaften Bruch des Artikels 16a zu tun. Nur noch mal in Erinnerung. Aber davon reden wir ja schon seit Jahren. Der deutsche Steuerzahler zahlt Kindergeld ins Ausland. Also auch hier ein Missbrauch des deutschen Sozialstaates durch die Bundesregierung, meine Damen und Herren. Dann der Missbrauch in Form der Entschädigungszahlung an die Kraftwerksbetreiber, die ihren Kernenergiestrom jetzt nicht mehr liefern dürfen, weil die Bundesregierung eben aus der Kernenergie völlig überstürzt und ideologiebedingt ausgestiegen ist. Man hätte einfach nur die Laufzeiten entsprechend so gestalten müssen, wie geplant war. Auch hier ein Missbrauch von 4 bis 5 Milliarden Euro für den Steuerzahler. Aber die Laufzeitverlängerung wurde ja leider durch eine unverantwortlich agierende Kanzlerin verhindert. Der Kohleausstieg kostet uns 150 Milliarden Euro. Und auch hier wieder 40 Milliarden mindestens aus dem Steuersäckel. Und das ist eine verwahrlosende Politik, die Marktwirtschaft und Alternativen missachtet. Und ohne Ideologie, meine Damen und Herren, wäre das alles billiger gewesen. Oder nehmen Sie die eine Milliarde im sogenannten Kampf gegen rechts. Auch hier offenbart sich, dass die Bundesregierung und die Koalitionsparteien Steuergelder dafür verwenden, die politische Organisation zu bekämpfen. Auch das wäre ein Fall für den Staatsanwalt, meine Damen und Herren. Und vor diesem Hintergrund fordern wir einmal mehr die Einführung eines Straftatbestandes, eines separaten Straftatbestandes der Steuergeldverschwendung. Und an dieser Stelle sei darauf noch mal hingewiesen. Vielen Dank. Das Wort geht an Bernd Rützel von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie ist keine Ideologie, sie ist Realität. Und man kann sie vergleichen mit einer Wanderung auf einem Grat. Wer in den Bergen schon mal unterwegs war und so eine Wanderung gemacht hat, weiß, dass man genau balancieren muss, dass man jeden Schritt bedacht wählen muss, dass man aufpassen muss. Auf der einen Seite geht es runter und da ist die Gefährdung der Gesundheit ganz wichtig. Auf der anderen aber auch die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und unser Gemeinwesen. Und dieses Gemeinwesen hat bisher und immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Der Zusammenhalt ist da, weil wir einen starken Sozialstaat haben. Und wenn wir doch eines gelernt haben, dann müssen wir diesen starken Staat, diesen starken Sozialstaat noch mehr ausbauen, noch mehr stärken, noch mehr in die Zukunft aufbauen. Denn so etwas kann uns immer wieder passieren. Wir haben einen Schutzschirm aufgespannt für Arbeitsplätze, für Selbstständige, für Unternehmen. Und wir haben Großartiges geleistet. Ich weiß, dass immer wieder Probleme geschildert werden. Das ist ja auch gut so. Das ist eben diese Gratwanderung. Ein Schritt nach dem anderen. Aber Arbeitsminister Hubertus Heil, Finanzminister Olaf Scholz, bin ich sehr dankbar für das, was sie die letzten Monate geleistet haben. Wir helfen nämlich Unternehmen dabei, liquide zu bleiben. Und den Beschäftigten helfen wir, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Durch Kurzarbeit konnten drei Millionen Jobs, drei Millionen Arbeitsplätze gerettet werden. Über zehn Millionen Menschen, für die wurde Kurzarbeit beantragt. Und drei Millionen Menschen wären jetzt mehr in der Arbeitslosigkeit, was das für diese Menschen, für diese Familien, für alle bedeuten würde, für die Gemeinden, für die Städte, wo sie wohnen, wo sie leben. Das können und wollen wir uns nicht ausmalen. Deswegen ist Kurzarbeit extrem wichtig. Und liebe Susanne Ferschl von den Linken, ich habe das letzte Woche Ihnen schon gesagt, hier an diesem Pult, man kann immer verschiedener Meinung sein. Und man muss das auch austragen. Aber sich hierher zu stellen und zu sagen, da ist nie was gelaufen, da ist nie was gemacht worden. Entschuldigung, wo waren Sie die letzten zwölf Monate? Haben Sie nicht mitbekommen, dass das Kurzarbeitergeld vereinfacht worden ist, dass es verlängert worden ist, dass die Zugangsbedingungen vereinfacht werden sind, dass wir das Kurzarbeitergeld erhöht haben? Natürlich können wir darüber debattieren, ob es reicht oder sonst was. Aber man kann doch das, was wir hier geleistet haben, nicht dahin stellen, dass nichts gemacht worden ist. Das ist nicht fair, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will sagen, das Kurzarbeitergeld ist aber auch eine Versicherungsleistung. Und die Beschäftigten haben in diese Arbeitslosenversicherung einbezahlt, die Unternehmen haben einbezahlt. Und deswegen haben sie auch ein Ahnrecht darauf, wenn es dem Betrieb schlechter geht, wenn es notwendig ist, dass diese Leistung ausbezahlt wird. Und natürlich stimme ich ja zu, und da stimmen wir alle zu, das ist heute erst im Handelsblatt unserer Sprecherin auch noch einmal deutlich geworden, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Boni und so weiter an Unternehmen bezahlt werden, die viel Unterstützung leisten. Und dass man auch noch einmal nachdenken muss, dass diejenigen, die in Kurzarbeit geraten, eben am Anfang auch wenig zum Leben haben. Das ist ja in Ordnung. Aber es ist immer ein Balanceakt zwischen bürgernahe, zwischen sofortlicher und schneller Hilfe und eine kontrollierte Auszahlung an die Richtigen auf der anderen Seite. Und es wurde sehr schnell und sehr umfangreich geholfen. Die Bundesagentur für Arbeit hatte 790.000 Unternehmen, für die über 10 Millionen Menschen, 10,7 Millionen Beschäftigte, Kurzarbeit angemeldet haben. Da ist schnell und gut reagiert worden. Alle, die in der Bundesagentur für Arbeit, auch in den Jobcentern, alle Frauen und Männer dort arbeiten, gilt großer Dank. Die haben Großes geleistet. Und das will ich an dieser Stelle auch noch einmal ausführen. Und jetzt beginnt aber eine Zeit der Kontrollen. Eine Zeit der Kontrollen, das ist auch in Ordnung so. Das muss auch so sein. Denn all das, was geleistet worden ist, was schnell geleistet worden ist, muss auch überprüft werden. Und meine Kollegin Daniela Kolbe geht da noch einmal darauf ein. Dann können Sie auch noch einmal zuhören von den Linken, was wir alles gemacht haben. Hoffentlich haben Sie es nächste Woche nicht schon wieder vergessen. Und der Joe Weingarten geht auch auf die wirtschaftliche Situation darauf ein. Denn wir sorgen nicht nur dafür, dass Menschen nicht arbeitslos werden durch Kurzarbeit, sondern wir sorgen auch dafür, dass sie die Arbeit von morgen machen können, mit Qualifizierung, mit Weiterbildung, mit dem Arbeit-von-Morgensetz. Das ist wichtig. Und das ist eine Investition in die Zukunft. Und da lohnt sich jeder Centsteuergeld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sagt Bernd Rutzl aus der SPD-Fraktion. Im Januar ist die Zahl der Kurzarbeiter wieder gestiegen, um fast 20 Prozent auf 2,6 Millionen. So sagen es Zahlen des IFO-Instituts. Aber trotzdem mache man viel. So klang es in der Rede von Bernd Rutzl an. Matthias Nölke spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist wichtig, über Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld zu sprechen. Und es ist wichtig, sich zu fragen, wie wir Menschen aus diesen existenziellen Problemen herausbekommen. Insbesondere dort, wo Kurzarbeit und niedrige Löhne zusammenkommen. Wir als Freie Demokraten haben das Kurzarbeitergeld von Anfang an unterstützt. Es ist ein erfolgreiches Instrument in der Krise. Bei den Beratungen zur Verlängerung der Kurzarbeit haben wir ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht die Dauer des Bezuges von Kurzarbeitergeld, sondern die Einkommenshöhe muss entscheidend sein. Wer wenig hat, ist mit dem GroKo-Modell gerade zu Beginn der Kurzarbeit mit existenziellen Problemen konfrontiert. Die GroKo hat sich aber leider für diesen Weg entschieden. Deshalb müssen wir nun in die Zukunft blicken. Heute ist es wichtig, endlich allen Menschen zu helfen. Noch immer gibt es keine wirkliche Hilfe für Selbstständige, die keine Angestellten haben. Wir Freie Demokraten setzen uns seit Anfang an dafür ein, auch den Selbstständigen zu helfen. Wir brauchen endlich ein verlässliches und unbürokratisches Hilfsprogramm, das während der Pandemie für eine angemessene Absicherung für Selbstständige sorgt, und zwar jenseits des Arbeitslosengeldes II. Dafür setzen wir uns ein. Der Antrag der Linken ist zudem nicht ausgereift. Der Antrag spart wichtige Fragen einfach aus. Was ist zum Beispiel mit Teilzeitbeschäftigten? Ihr Antrag führt zu enormen Ungerechtigkeiten, wenn Teilzeitbeschäftigte mehr Kurzarbeitergeld erhielten als bei regulärer Arbeit oder mehr Geld als ihre arbeitenden Kollegen. Aus diesem Grund lehnen wir den Antrag ab. Was wir brauchen, sind Rahmenbedingungen, um die Menschen wieder raus aus der Kurzarbeit zu holen. Wir brauchen Impulse für neues Jobwachstum. Wir brauchen steuerliche Entlastung bei Investitionen. Denn für unser Land sind Kurzarbeit und Schuldenwirtschaft keine Lösung. Und deshalb werden auch die Grünen unserem Anspruch nicht gerecht. Denn sie fordern die Bundesregierung auf, einen Stufenplan vorzulegen. Die Bundesregierung, die seit Monaten keinen Plan mehr hat, das ist nicht unser Verständnis von parlamentarischer Verantwortung. Seriöse Oppositionsarbeit wäre es gewesen, einen eigenen Stufenplan vorzulegen. So haben wir es gemacht. Denn wir meinen es ernst. Wir haben einen Siebenstufenplan vorgelegt, der einen Weg aus dem Lockdown und damit auch aus der Kurzarbeit weist. Mit klaren Wenn-dann-Regeln. Wir sprechen darüber, wie wir die Kurzarbeit beenden. Denn das hilft den Menschen wirklich. Wir helfen den Menschen nicht, indem wir nur über das Verteilen reden. Wir helfen ihnen, indem wir ihnen die Arbeit zurückgeben. Und wir Freie Demokraten wollen eine Perspektive schaffen für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Denn unser Land braucht jetzt eine Perspektive. Eine Perspektive raus aus der Kurzarbeit. Und diese Perspektive gibt es nur mit den Freien Demokraten. Holen wir das Land aus der Kurzarbeit. Das muss das Ziel sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der Linken hat im Kern ein sehr berechtigtes Anliegen. Wenn der Staat große Konzerne in der Krise mit massivem Einsatz von Steuergeld unterstützt, wenn der Staat damit so ins Risiko geht, dann muss das auch mit Bedingungen verbunden sein. Wir haben das beispielsweise selbstverständlich bei der Beteiligung an der Lufthansa oder bei TUI gefordert. Dann muss so eine Hilfe mit Auflagen für den Klimaschutz verbunden sein. Aber natürlich auch mit Auflagen zur Beschäftigungssicherung. Und selbstverständlich müssen staatliche Hilfen auch daran gebunden sein, dass Unternehmen, die in der Krise Hilfen des Staates in Anspruch nehmen, sich auch selber daran beteiligen. Und deswegen ist es total wichtig, dass diese Unternehmen dann auch auf Dividendenauszahlung und hohe Zahlung von Boni an Manager verzichten. Und ich kann es absolut verstehen, dass man es unverständlich findet. Und ich teile diese Kritik, wenn Konzerne Leistungen wie das Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen und gleichzeitig hohe Dividenden ausschütten. Das ist alleine gesellschaftlich so massiv unsensibel, dass man nur sagen kann, da sollten Leiter von großen Konzernen auch ihre gesellschaftliche Verantwortung mit im Blick haben. Auf der anderen Seite ist der Antrag der Linken leider so unspezifisch oder vielleicht auch einfach ein bisschen kurz geraten, dass wir uns enthalten müssen, weil sie differenzieren leider nicht zwischen großen und kleinen Unternehmen. Und das wäre schon notwendig gewesen, wenn sie Bedingungen wie die Zahlung des Kurzarbeitergeldes beispielsweise an ein Kündigungsverbot knüpfen und das auch für kleine Unternehmen meinen. Und das haben sie leider nicht differenziert in dem Antrag. Dann geht das so nicht, weil diese Krise ist momentan so tief und so hart. Und manchen Unternehmen steht das Wasser so sehr bis zum Hals, dass es vielleicht sein kann, dass sie nicht auf Kündigungen verzichten können, weil sonst die wirtschaftliche Existenz des gesamten Unternehmens ins Gefahr ist. Und da müssen wir differenziert hinschauen. Und das tun sie leider nicht. Diesen Unternehmen kann man helfen. Das wäre auch unser Job hier als Bundestag gewesen. Denen kann man helfen, wenn man Wirtschaftshilfen in der Krise macht, die wirklich helfen. Und das ist das, was Peter Altmaier und Olaf Scholz im Duett wirklich im letzten Jahr komplett versemmelt haben. So hart muss man das sagen. Wir haben Wirtschaftshilfen gehabt, die so kompliziert waren, dass selbst Steuerberater sie nicht mehr verstanden haben. Wir haben Wirtschaftshilfen, die sollten so sehr vor Missbrauch schützen, dass am Ende niemand sie mehr beantragt hat, weil keiner sie mehr verstanden hat. Und die bei keinem angekommen sind. Das kann nicht der Sinn gutesten staatlichen Handelns sein, dass man sich zu Tode bürokratisiert und am Ende die Unternehmen im Regen stehen lässt. Deswegen haben wir jetzt noch mal Vorschläge gemacht, wie die Überbrückungshilfe 3 verbessert werden muss. Unternehmen, die seit Monaten 0 Euro an Einnahmen hatten, die können jetzt nicht nur mit 90 Prozent Hilfen zu den Fixkosten unterstützt werden. Wer keine Einnahmen hat, der kann auch 10 Prozent Fixkosten nicht mehr zahlen. Ich verstehe nicht. Wir haben das seit Monaten beantragt, warum Sie diesen kleinen Schritt nicht noch gehen, der aber für Unternehmen manchmal die wirtschaftliche Existenz bedeuten kann. Und wenn Sie die Unternehmen schon so lange hingehalten haben mit Wirtschaftshilfen und jetzt endlich Mitte Februar es geschafft haben, die schnellen vorgezogenen Soforthilfen für Dezember dann auch beantragen zu lassen, warum gehen Sie dann in den Abschlagszahlungen nicht wenigstens pragmatisch und unbürokratisch hoch auf 75 Prozent, damit wenigstens mal wieder Geld auf dem Konto der Unternehmen ist? Das wäre jetzt wirklich krisengerechtes Handeln gewesen. Peter Altmaier und Olaf Scholz haben sich wirklich sehr toxisch in den letzten Monaten gegenseitig blockiert bei wichtigen und relevanten Hilfsmaßnahmen. Wir haben jetzt noch mal ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, mit dem man wirklich in die Zukunft schauen kann, mit dem man wirklich helfen kann. Geben Sie sich einen Ruck. Bessern Sie endlich vernünftig nach. Der Bundestag diskutiert über das Kurzarbeitergeld, was jetzt viele Unternehmen in Anspruch genommen haben wegen der Corona-Pandemie und ob die Unternehmen deswegen bestimmte Bedingungen erfüllen müssten, wenn sie auf dieses Kurzarbeitergeld zurücktreten. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich denke, nach einem Jahr Corona und mehrfachen Lockdowns sollten wir uns gut überlegen, wofür wir Geld ausgeben, wo wir soziale Unterstützung leisten und vor allen Dingen, wie wir auch mit den Beitragsgeldern der Versicherten in diesem Land umgehen. Und wenn eines klar ist, und das habe ich bereits auch in der ersten Debatte zum Thema Mindestkurzarbeitergeld hier in dieser Runde deutlich gemacht, dann kann man sagen, dass gerade die Corona-Krise gezeigt hat, dass unser Sozialstaat funktioniert. Wir haben inzwischen das dritte Sozialschutzschutzpaket auf den Weg gebracht in der letzten Sitzungswoche. Wir haben Bedürftigen, wir haben Menschen, die Hartz-IV-Leistungen empfangen, mehrere Einmalzahlungen zukommen lassen, für Kinder, aber auch für Hartz-IV-Empfänger als solche. Wir haben den erleichterten Zugang zu Hartz-IV, und damit meinen wir insbesondere die vielen, vielen Selbstständigen in unserem Land, die zurzeit keine Einkünfte erzielt, diesen leichteren Zugang haben wir noch einmal verlängert. Und was mir besonders gut gefällt, das ist nicht Gegenstand des Sozialschutzpaketes, aber eine ganz wichtige Maßnahme unserer Bundesagentur für Arbeit, dass auch dort Bedürftigen noch einmal 350 Euro zur Verfügung gestellt werden, um Kindern beispielsweise ein Tablet zu besorgen, um das Homeschooling gewuppt zu bekommen. Also es ist eine Menge passiert, auch an sozialen Leistungen in den letzten Monaten. Und ich glaube, wir haben sehr gut deutlich gemacht, dass wir auch Sozialpolitik können, meine Damen und Herren. Und man darf an dieser Stelle auch eines sagen, weil es natürlich beim Thema Mindestkurzarbeitergeld um Menschen mit geringem Einkommen geht. Ich habe damals schon darauf hingewiesen, unser Sozialstaat funktioniert auch hier, weil jemand, der in die Bedürftigkeit gerät, der tut das, was alle anderen Menschen in diesem Land auch tun, die bedürftig sind. Der geht zum Sozialamt und beantragt dort Leistungen. Niemand sagt, dass das angenehm ist. Niemand sagt, dass das schön ist. Aber in diesem Fall, wo ja Ihr Vorschlag auch ansetzen soll mit einem Mindestkurzarbeitergeld, haben wir die klassische Aufstockung. Ja, und jeder Mensch, der bedürftig ist, der in diese Situation gerät, kann das auch in Anspruch nehmen. Wir haben uns ja etwas dabei gedacht, bei der Ausgestaltung des Kurzarbeitergeldes, das in den ersten Monaten auf 60 bzw. 67 Prozent begrenzt ist. Später steigt es. Zum Anfang hat es aber diese Höhe. Und das hat den einfachen Grund, dass auch die Leistungen zum Arbeitslosengeld einzig an derselben Höhe orientieren. Und wir haben die Diskussion ja schon vor einigen Wochen hier im Plenum geführt. Ich halte es für schwierig, dass wir immer wieder mit einem sozialpolitischen Wunschkonzert darauf hinsteuern, dass wir bedürftige Gruppen gegeneinander ausspielen. Ja, Sie suchen sich jetzt hier die Gruppe der Beschäftigten, sagen, die müssen viel, viel mehr Kurzarbeitergeld bekommen. Ja, und letztendlich ist das eine Versicherungsleistung genauso auch wie das Arbeitslosengeld I. Aber ein Arbeitslosengeld I-Empfänger bekommt eben nur 60 und 67 Prozent. Und meine Damen und Herren, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, dass wir ein Zweiklassensozialrecht schaffen. Und ich verstehe gar nicht, warum Sie alle immer so eine Angst haben vor einheitlichen Standards. Das ist doch das, was Sozialpolitik auch erklärbar macht und logisch und nachvollziehbar. Warum sollen wir denn für unterschiedliche Gruppen auch immer unterschiedliche Messwerte und Größen hier in diesem Hause verabschieden? Das halte ich schlichtweg nicht für nachvollziehbar. Damit machen wir uns angreifbar. Und das ist, meine Damen und Herren, auch nicht, das ist auch keine glaubwürdige Sozialpolitik, meine Damen und Herren. Und dann möchte ich an letzter Stelle noch an eines erinnern. Douglas wird in den nächsten Wochen und Monaten 60 Filialen schließen. Der Friseur Clear 315. Das Modegeschäft Pimki 29 Filialen weniger. DER Reisebüro verabschiedet sich von 40 Filialen. Und da ist H&M mit weniger als 14 Filialen vielleicht noch das kleine Schlusslicht. Aber was sagt uns das, meine Damen und Herren? Wenn sich die Nebelwolke der Corona-Förderpolitik mal verzogen hat aus diesem Land, dann werden wir sehen, wo die Notwendigkeiten der künftigen Monate tatsächlich liegen werden. Nämlich bei der Schaffung von Arbeitsplätzen mit der Unterstützung von Menschen, die tatsächlich auch in Arbeitslosigkeit geraten. Und ich kann nur davor warnen, mit solchen Vorschlägen wie einem Mindestkurzarbeitergeld noch alles komplizierter zu machen. Natürlich auch für die Menschen, die das alles auf den Weg bringen müssen, die das alles bewilligen müssen. Das Kurzarbeitergeld, das sind Beitragsgelder. Das sind Gelder von den Versicherten in diesem Land. Das sind Beitragsgelder von Menschen, die noch in Lohn und Brot stehen. 26 Milliarden der Bundesagentur für Arbeit sind bereits aufgebraucht. Wovon wollen Sie das denn bitte alles bezahlen? Und noch etwas. Was ich finde, das Kurzarbeitergeld, das ist doch die Aufgabe vom KUK, soll vor Arbeitslosigkeit schützen und nicht einen Lebensstandard subventionieren. Und dessen müssen wir uns doch hier in diesem Hause durchaus einmal bewusst sein. Lassen Sie uns das Wesentliche im Blick behalten. Lassen Sie uns die Prioritäten richtig setzen, damit unser Land mit halb so gutem Schwung, wie wir ihn bisher hatten, weitermachen können, wenn wir das Virus in den Griff bekommen haben. Vielen Dank. Jana Schimpke war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und der nächste Redner in dieser Debatte kommt aus der AfD-Fraktion. Martin Sicher sitzt für seine Fraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der Staat verursacht massive Schäden an Unternehmen. Und den Linken fällt nichts Besseres ein, als die Entschädigung für Unternehmen an Bedingungen zu knüpfen. Noch gilt das Grundgesetz. Auch wenn viele von Ihnen versuchen, das unzulässigerweise durch das Infektionsschutzgesetz auszuheben. Die Bürger haben Grundrechte. Dazu gehört auch das Recht auf Eigentum und das Recht auf freie Berufswahl. Diese Grundrechte wurden durch den Lockdown zerstört. Und anstatt, dass die Opposition gemeinsam darauf drängt, dass die Menschen wieder ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Einkommen erwirtschaften können, fällt Grünen und Linken nur ein, über Entschädigungen zu diskutieren. Die hier vorliegenden Anträge machen einmal mehr deutlich, dass sie sozialistisch-autokratisch denken. Wir als AfD hingegen sind eine freiheitlich-demokratische Partei. Und egal, wie sehr sie uns attackieren, wir werden die Freiheit und die Demokratie in Deutschland verteidigen. Die Fakten aus anderen Ländern beweisen uns, dass es komplett anders geht. Die Schweden, die ihre Bürger nicht gegängelt haben, sondern leben und arbeiten ließen, sind nicht schlechter durch den Winter gekommen als wir. Denken wir freiheitlich statt sozialistisch, geben wir den Menschen ihr Leben wieder und kümmern wir uns um die Risikogruppen. Der Chef des RKI hat verkündet, dass über die Hälfte der Fälle auf den Intensivstationen Muslime sind. Es sind nicht Migranten das Problem, sondern die Parallelgesellschaften, die mit der deutschen Sprache und deutschen Tugenden nichts anfangen können. Corona beweist einmal mehr, Multikulti ist krachend gescheitert. Das zeigen die Daten des RKI übrigens schon vor dem Lockdown. Im letzten Herbst war bekannt, dass sich in Asylbewerberheimen mehr als doppelt so viele Menschen anstecken wie in Schulen, Gastronomie und Hotellerie zusammen. Und anstatt, dass sie zielgerichtet vorgehen mit Aufklärungskampagnen und die Asylbewerberheime leeren durch konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, gängeln sie lieber 83 Millionen Menschen und legen das ganze Land still. Und das Problem ist das, was wir hier gerade auch wieder erleben, nämlich dieses Geschrei von links, dass Sie von der Union und von der SPD vor dem absurden Rassismusvorwurf von ein paar Linken Verrückten mehr Angst haben als davor, was passiert, wenn Sie die Augen vor den realen Problemen verschließen. Statt echte Ursachen anzugehen, verscheucht der Staat nun friedliche Bürger von Parkbänken, jagt Jugendliche durch Parks und stürmt Kochabende von zwei Freunden. Die Regierung nutzt den Lockdown, um sich den Staat zur Beute zu machen. Und dazu konnte es nur kommen, weil das Parlament als Kontrollinstrument versagt hat. Sie von der Union sind keine Demokraten, sondern Karrieristen, die alles abnicken, was von oben vorgegeben wird, weil sie Angst haben, sonst bei der nächsten Wahl einfach nicht mehr aufgestellt zu werden. Und anstatt die Regierung zu kontrollieren, nutzt ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender die Lockdown-Politik lieber, um sich zu bereichern. Die SPD freut sich, weil Lauterbach, der noch nicht mal im Gesundheitsausschuss sitzt, nun im Fernsehen von Talkshow zu Talkshow tingelt. Die Grünen machen alles mit in der Hoffnung auf eine schwarz-grüne Koalition. Die Linken denken sich genial, noch mehr Sozialismus und versuchen immer noch, einen oben drauf zu setzen. Und die FDP, die hat immer eine große Klappe. Aber immer, wenn es darum geht, wirklich Farbe zu bekennen, dann sind sie leider unauffindbar. Meine Damen und Herren, finden Sie endlich Ihr Gewissen wieder. Und kommen wir gemeinsam unserem Auftrag nach, die Regierung zu kontrollieren. Lassen Sie uns den Lockdown beenden. Geben wir den Menschen die Freiheit und ihr Leben zurück. Dann brauchen wir erst gar nicht darüber zu diskutieren, wie Entschädigungen ausgestaltet werden sollen. Herzlichen Dank. Martin Sichert fordert hier das Ende des Lockdowns für die AfD-Fraktion. Ich glaube, dass solange keine Beweise für eine Bereicherung eines Abgeordneten vorliegt, gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Das möchte ich hier an dieser Stelle gesagt haben. Bitte lassen Sie solche Bemerkungen in Zukunft sein, in einer Rede. Hier nochmal eine Ermahnung von Dagmar Ziegler, der Bundestagsvizepräsidentin. Und der nächste Redner geht schon zum Pult. Joe Weingarten für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Lassen Sie uns wieder aus den Wolken der Vermutungen und Vorurteile zu den Fakten zurückkommen. Die Corona-Pandemie ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen nach dem Krieg. Sie fordert auch unser Wirtschaftssystem und unsere Wirtschaftsförderung in nie gekanntem Umfang. Wenn wir heute dazu eine Zwischenbilanz ziehen, können wir konstatieren, es ist natürlich nicht alles richtig gemacht worden. Manches kam zu spät, manches zu zaghaft, auch aus dem Wirtschaftsministerium. Aber im Kern haben wir gemeinsam die Aufgabe erfüllt. Die deutsche Wirtschaft ist in einigen Bereichen sehr angeschlagen, aber sie hat überlebt. Millionen gefährdeter Arbeitsplätze wurden erhalten. Zehntausende Unternehmen stabilisiert. Das ist ein nicht selbstverständlicher Erfolg. Denn wir reden hier über eine hochkomplexe Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft, in der quasi über Nacht Arbeitskräfte, Kunden, nationale und internationale Kontakte und Zulieferer durch die Pandemie voneinander isoliert wurden. Politik kann das nicht alles ungeschehen machen. Aber sie kann die größten Lücken schließen, Hilfen geben und Hoffnung vermitteln. Und das haben wir getan. Die Soforthilfen, Überbrückungshilfen 1 und 2, November- und Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe 3 und jetzt das Neustartprogramm eine große Aufgabe, in der sich unser föderaler Staat bewährt hat. Nicht immer strahlend, aber effizient und zielorientiert, vor allen Dingen auch im internationalen Vergleich. Das ist auch das Ergebnis einer stetigen Maßnahmenkritik nach jeder Förderrunde. Zielgruppen wurden präzisiert, Hilfen angepasst, Verfahren vereinfacht und nicht trivial, das Ganze eingefügt in das komplizierte europäische Beihilferecht. So ist ein differenziertes Fördersystem entstanden, in dem bislang über 110 Milliarden Euro in die Unternehmen und an die Beschäftigten geflossen sind, allein 25 Milliarden Euro über die heute diskutierten Unternehmenshilfen. Nicht jede Hilfe kam unmittelbar. Es gab Lernprozesse. Aber es ist eine völlige Überzeichnung, dass noch heute in großer Zahl Rückstände bestünden. Aus den rund 660.000 Anträgen der November- und Dezemberhilfe sind rund 96 Prozent der Abschlagszahlungen ausgezahlt. Ähnlich bei den Abschlussprüfungen in den Bundesländern. In meinem Bundesland, in Rheinland-Pfalz, liegen die Abschlusszahlen auch bei einer Quote deutlich über 90 Prozent. Das kommt vor allen Dingen mittelständischen Unternehmen sehr zugute. Wir müssen konstatieren, dort, wo es klemmt, liegt das Problem zum Teil auch bei unvollständigen Anträgen, bei widersprüchlichen Angaben oder schlicht mangelnder Förderfähigkeit. Da lohnt es sich, jedem einzelnen Antrag nachzugehen und zu helfen. Ich mache das in meinem Wahlkreis auch. Aber trotz erfolgreicher Förderung ist für viele Unternehmen aus Gastronomie und Hotellerie, aus dem Einzelhandel, aus dem Kultur- und Veranstaltungsbereich, bei den Schaustellern oder bei Solo-Selbstständigen die Not groß. Da stehen Existenzen auf dem Spiel. Deswegen brauchen wir eine Öffnungsstrategie für diese Unternehmen. Und wir müssen die Fördermittel für sie natürlich auch weiterentwickeln. Und das geschieht ja gerade. Die aktuellen Corona-Hilfen wurden noch einmal substanziell verbessert, um gerade mittelständischen Unternehmen und Selbstständigen zu helfen. Aber auch mit immer differenzierteren Hilfen lässt sich letztlich nicht jede Branche, nicht jedes Geschäftsmodell gerecht ansprechen. Deswegen ist es richtig, einen Härtefallfonds von Bund und Ländern zu schaffen. Als sozialdemokratische Bundestagsfraktion achten wir darauf, dass dieser Fonds unbürokratisch und flexibel aufgebaut wird, um schnell und einfach zu helfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sinnlos wäre es, die bislang beschlossenen Hilfen grundsätzlich zu kritisieren oder pauschal abzulehnen. Wie das der Antrag der Grünen tut, das hilft uns nicht weiter. Lassen Sie uns lieber diskutieren, wie wir in den nächsten Monaten den Übergang in normalere Verhältnisse organisieren, wie wir den Unternehmen helfen, wieder Tritt zu fassen und ihre Geschäftsmodelle neu aufzustellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Das Pult wird ja immer noch nach jedem Redner hier desinfiziert. Und das Wort geht an Dr. Marcel Klinge von der FDP-Fraktion. Diesmal wird das gemacht für Marcel Klinge, für die FDP-Fraktion. Er sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Monaten diskutieren wir hier im Deutschen Bundestag in Dauerschleife über die Corona-Wirtschaftshilfen und kommen dabei nur in Trippelschritten voran. Dabei könnte das Ganze doch so einfach sein. Wer monatelang ganze Wirtschaftszweige lahmlegt, ich denke hier an den Handel, die Reise- und Veranstaltungswirtschaft, an Schausteller, Hotels, Gastronomie und die dahinterstehende Foodservice-Industrie, wer also über Monate ganze Wirtschaftsbereiche lahmlegt, der muss genauso blitzschnell und unkompliziert helfen. Doch genau diesen Anspruch, genau diesen Anspruch, den erfüllt diese Bundesregierung bislang nicht. Schwarz-Rot hangelt sich doch von einer Panne zur nächsten. Zehntausende Betriebe und Selbstständige haben die Novemberhilfen weiterhin nicht auf ihrem Konto. Und ich frage Sie, warum muss das eigentlich alles so kompliziert sein? Warum führen Sie immer neue Kriterien ein, die am Ende überhaupt keiner mehr versteht? Zunächst waren es die Fixkosten, dann war es der Umsatz, dann waren es die ungedeckten Fixkosten. Dazu verlangt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch noch Wucherzinsen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht doch alles viel einfacher. Wir Freie Demokraten schlagen vor, die Hilfen direkt über die Finanzämter auszuzahlen und den Rückgang des Betriebsergebnisses als Grundlage für alle Unterstützungszahlungen zu nehmen, Stichwort Keder-Modell. Mit diesem Vorschlag helfen wir nicht nur schnell und unkompliziert, denn jeder Tag zählt für die Betroffenen, sondern wir verhindern damit auch die Diskriminierung bestimmter Branchen, Rechtsformen und Unternehmensgrößen. Als Sprecher für Tourismus möchte ich heute an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass eine kluge Pandemiehilfe eben nicht immer was mit Geld zu tun haben muss. Folgende zwei Punkte sind ähnlich wichtig. Wir brauchen erstens eine verlässliche und klare Öffnungsperspektive bitte für die gesamte Tourismuswirtschaft. Dazu habe ich im Papier der Ministerpräsidentenkonferenz nichts gelesen. Eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in Deutschland wird von Ihnen konsequent ignoriert. Damit sind wir Freie Demokraten nicht einverstanden. Und wenn wir möchten, dass das Ostergeschäft in diesem Jahr für die Betroffenen und für viele Familien eben nicht ins Wasser fällt, dann muss diese Woche noch ein ganz klares Signal von Ihnen kommen. Wenn nichts passiert, wird man über Ostern auf Mallorca in den Urlaub fliegen können, aber nicht in die Ferienwohnung an die Ostsee fahren können. Das ist kein gutes Krisenmanagement. Und zweitens, meine Damen und Herren, pfeifen Sie doch endlich mal den Altmaier und den Söder zurück. Also, was die in den vergangenen Wochen ohne sich großen Kopf zu machen zum Thema Reisen gesagt haben, hat unglaublich viele Menschen verunsichert und hat eine ganze Wirtschaftsbranche demoralisiert. Dabei, meine Damen und Herren, ist Reisen doch nicht per se das Problem. Am Ende des Tages sind es doch das Verhalten der Menschen. Und im letzten Sommer haben wir doch gesehen, dass mehr Urlaub eben nicht bedeutet, dass die Pandemie-Zahlen insgesamt schreiben. Also bitte hören Sie auf, Reisen schlecht zu reden. Das ist unfair und nicht in Ordnung. Und deswegen lassen Sie uns endlich nach vorne schauen und darüber sprechen, was in diesem Jahr noch möglich ist. Dazu brauchen wir endlich eine klare Öffnungsperspektive für die Branche. Drei Millionen Beschäftigte im Tourismus warten darauf, dass es endlich wieder losgeht. Applaus Das Wort geht an Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Applaus Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Kurzarbeitergeld und Wirtschaftshilfen werden in dem Antrag der Linken einem Atemzug genannt. Es ist aber nicht das Gleiche. Und beim Kurzarbeitergeld muss man da noch ein bisschen differenzierter hingucken, weil es sind Beitragsmittel. Und der Kollege Rützel hat das eben ja auch schon beschrieben. Es dient vor allem dazu, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und das ist ja in dieser Krise auch gut gelungen. Aber es wird ja nicht nur das Kurzarbeitergeld ausgezahlt, sondern jetzt in dieser Krise ja auch noch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber mit ausgezahlt. Das heißt, es ist natürlich auch eine Unterstützung der Wirtschaft. Und deswegen müssen wir auch genau hingucken, ob Missbrauch stattfindet. Und Missbrauch ist an der Stelle nicht akzeptabel. Es ist nicht akzeptabel, wenn Unternehmen ihre Arbeitszeit der Beschäftigten reduzieren, Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen, dann Überstunden machen lassen, sodass die Beschäftigten das Gleiche arbeiten und das Ganze noch vom Staat subventioniert wird. Das geht nicht. Es geht auch nicht, wenn als Arbeitszeitreduzierung Krankentage oder Urlaubstage verwendet werden. Auch das ist klarer Missbrauch. Das müssen wir verhindern. Und es geht auch nicht, wenn das Kurzarbeitergeld dazu verwendet wird, um Boni und Dividenden zu erhöhen, wie das jetzt bei Daimler passiert ist. Auch da müssen wir klar sagen, das geht so nicht. Es gibt ja von den Linken noch einen zweiten Antrag zum Mindestkurzarbeitergeld. Das haben wir letzte Sitzungswoche in erster Lesung beraten, hatten eine Anhörung diese Woche und im Ausschuss diskutiert. Und ich würde Sie alle noch mal dringend bitten, stimmen Sie diesem Antrag zu, weil er ist wichtig. Es gibt viele Menschen, die Kurzarbeitergeld beziehen in dieser Krise, weil diese Kurzarbeit ist diesmal anders. Es gibt ganz viele Menschen, die gar nicht arbeiten oder ganz wenig arbeiten. Und dann reicht das Kurzarbeitergeld, so wie es jetzt konstruiert ist, nicht aus. Und da brauchen wir eine Lösung. Und wenn dann SPD und Union Frau Schimke eben wieder auf das Arbeitslosengeld II verweist, dann ist das zwar formal richtig, dass die Kurzarbeiter da Anspruch drauf haben, aber sie beziehen es nicht. Weil Hartz IV ist so gestrickt, dass es trotz der Erleichterung halt enorm abschreckend ist, die Hürden sind immer noch zu hoch, und deswegen müssen wir da andere Lösungen überlegen. Das gilt ja nicht nur für die Kurzarbeitenden, sondern auch für die Künstlerinnen und Künstler, für die Soloselbstständigen. Auch da versagt ja die Bundesregierung. Aber bei den Kurzarbeitenden braucht es eine Lösung. Wir brauchen eine Lösung, die dafür sorgt, dass das Existenzminium abgesichert ist. Ich habe mich ja gefreut, dass in der Ausschussanhörung die Experten und Experten gesagt haben, dass der grüne Vorschlag, den wir letztes Jahr vorgelegt haben, eigentlich noch besser wäre. Das nützt den Menschen aber jetzt heute auch nichts. Der Vorschlag, den die Linken vorliegen, der auf einem Vorschlag von NGG und Verdi beruht, den wir Grünen auch mit unterstützt haben, ist ein guter. Stimmen Sie dem zu. Und wenn Sie dem nicht zustimmen, wovon ich leider ausgehen muss, sorgen Sie dafür, dass Sie eine Lösung schaffen für die Menschen, die kurz arbeiten und die zu wenig Geld haben, dass das Existenzminimum abgesichert ist. Vielen Dank. Wolfgang Strengmann-Kuhn hat hier für den Antrag seiner Fraktion geworben. Allerdings wird dieser Antrag nicht jetzt sofort abgestimmt, sondern erst einmal in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen, dort diskutiert und dann erst hier wieder im Plenum beraten und dann darüber abgestimmt. Peter Aumer spricht jetzt für die Union. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren Anträge von Linken und Grünen. Diese Anträge zeigen deutlich den Zustand der beiden Parteien. Die Linke rückwärtsgewandt und sozialistisch. Die Grünen wissen zum einen nicht, was sie wollen, und zum anderen kommen sie zu spät. Beides, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann in dieser schwierigen Phase unser Land nicht gebrauchen. Mehr denn je kommt es jetzt auf den Blick in die Zukunft an, auf Perspektiven und auf Verlässlichkeit in der Politik. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, Sie lassen diesen verantwortungsvollen Blick leider schmerzlich vermissen, wie das die Anhörung zu Ihrem Vorschlag für ein Mindestkurzarbeitergeld in dieser Woche deutlich gemacht hat. Ihr Antrag ist erstens unsozial und ungerecht. Ihr Antrag zeigt zweitens Ihre sozialistischen Umverteilungsutopien. Drittens widerspricht er dem Äquivalenzprinzip. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ferschel, ist auch mit dem anderen Antrag, den Sie heute diskutieren wollen, wenn man allein den Titel liest. Steuergelder gegen Missbrauch durch Konzerne schützen. Alleine dieser Titel zeigt den Populismus, den Sie heute auf die Tagesordnung setzen. Und Ihre Rede, Frau Ferschel, toppt das noch. Sie haben BMW angesprochen. Ich bin Wahlkreisabgeordneter, nix, ja, und in meinem Wahlkreis arbeiten 10.000 Menschen bei BMW, in der Automobilindustrie im Großraum Regensburg über 60.000, die gut verdient haben, auch in dieser Krise. Und wenn Sie die Automobilindustrie schlechtreden, dann, glaube ich, spricht das auch für eine Sicht auf die Dinge. Naja, es geht auch um Unternehmen, und da sollten wir gut darauf aufpassen, dass wir da nicht so umgehen, wie Sie das tun. Es geht um Grundprinzipien, auch der sozialen Marktwirtschaft. Und Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, haben diese Grundprinzipien nicht verstanden. Deshalb lehnen wir auch Ihre beiden Anträge ab. Deswegen lehnen wir auch Ihre Anträge ab. Und nun zu den Kolleginnen und Kollegen der Grünen. Es ist wirklich schade, dass Sie das wichtige Thema mehr Sicherheit für Beschäftigte im Wandel einfach mal schnell von der Tagesordnung genommen haben. Ich habe mich gestern sehr intensiv auf diesen Antrag vorbereitet. Über Nacht kam dann der Antrag, über den wir jetzt reden, Wirtschaftshilfen, über den, ja, ich glaube, Sie wissen ja selber nicht, was Sie auf die Tagesordnung gesetzt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist auch bezeichnend und, glaube ich, zeigt so ein bisschen den Zustand auch der Partei. Sie fordern in Ihren Anträgen Stufenpläne, Transparenz und Verlässlichkeit. Ich glaube, Sie haben nicht gesehen, was gestern Abend beschlossen worden ist. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben sehr sorgfältig einen Plan ausgearbeitet, wie wir jetzt aus dieser Krise kommen sollen und der Öffentlichkeit vorgestellt. In diesem Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat sich Ihr Antrag zu den Wirtschaftshilfen also erledigt. Zu Ihrer Kritik, ja, es hat nicht alles auf Anhieb geklappt. Da haben Sie recht. Das sehen wir auch. Und ja, es gibt noch Härten, zum Beispiel im Einzelhandel und ungelöste Fälle, beispielsweise die Brauereigasthöfe. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Gegensatz zu Ihnen und zu Ihren Anträgen, der viel zu spät gekommen ist, arbeiten wir seit Monaten Tag für Tag daran, diese schwierigen Situationen abzufedern. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir in der Regierung und Sie in der Opposition. Wir lehnen Ihren Antrag... Aumer, erlauben Sie noch eine Zwischenfrage von der Kollegin Aumer? Ich bin eigentlich schon fertig, aber wenn Sie möchte... Von Bündnis 90 Grünen. Katharina Dröge. Katharina Dröge von den Grünen hat eine Zwischenfrage. Das gäbe gewisse Krisen wahrscheinlich. Das war die Kollegin Dröge, die gerne eine Zwischenfrage an den Kollegen Aumer stellen wollte. Genau, um verwandtschaftliche Verhältnisse direkt klarzustellen. Ich heiße Dröge, nicht Aumer. Aber an Herrn Aumer hätte ich eine Frage, weil Sie ja sagen, unser Antrag kommt so kurzfristig, wir haben ihn zur Debatte dazugestellt, das macht man im parlamentarischen Verfahren so, aber mit der Sache haben Sie sich ja recht wenig auseinandergesetzt. Und deswegen würde ich Sie gerne noch mal fragen zu den Wirtschaftshilfen und der Debatte in der Vergangenheit. Nehmen Sie wahr, dass wir, die FDP, auch die Linken schon seit dem Sommer Vorschläge machen, wie die Wirtschaftshilfen verbessert werden könnten. Zum Beispiel Ausweitung des Verlustrücktrags in unserem Antrag drin haben Sie jetzt gar nichts zugesagt. Oder eben die Aufstockung der Hilfen auf 100 Prozent fordern wir seit dem Sommer, haben Sie jetzt gar nichts zugesagt. Oder die Höhe der Abschlagszahlungen haben Sie jetzt gar nichts zugesagt. Das sind im Wirtschaftsausschuss zumindest seit dem Sommer Debatten und Vorschläge, die wir gemacht haben. Und ich finde, wenn man sagt, ich bin jemand, der die Wirtschaft vertritt, und das haben Sie in Ihrer Rede für sich in Anspruch genommen, dann müssten Sie auch etwas zu den Wirtschaftshilfen in der Sache sagen können. Liebe Frau Kollegin Dröge, ich habe versucht, die Vielzahl der Anträge, über die wir jetzt auf diesem Tagesordnungspunkt diskutieren, zu beleuchten. Sie haben ursprünglich einen anderen Antrag eingebracht. Also bei mir war der zumindest auf der Tagesordnung zum Thema Qualifizierungskurzarbeit. Ich weiß nicht, ob wir dann dieselbe Tagesordnung haben. Selbstverständlich. Ich habe zu dem Punkt Wirtschaftshilfen natürlich etwas gesagt. Und ich habe gesagt, wir sind in vielen Bereichen nicht ganz optimal aufgestellt gewesen. Aber wir haben nachgebessert, Punkt für Punkt. Ich war in meinem Wahlkreis unterwegs bei vielen, vielen Einzelhändlern, bei Friseuren, bei Demonstrationen von Friseuren, bei fast allen, die in dieser schwierigen Phase betroffen sind. Und ich weiß um die Schwierigkeit in dem Bereich. Und es ist natürlich selbstverständlich einfach, in der Opposition Dinge zu fordern. Weniger Bürokratie und viele Dinge. Ich bin gespannt, wenn wir dann über das Bürokratieabbaugesetz in diesem Hause reden, wie stark Sie uns da unterstützen werden. Ich glaube, es gäbe viele Dinge, die hätte man auch besser machen können. Aber wir haben in einer kurzen Zeit schnell reagieren müssen. Wir haben in einer kurzen Zeit den Unternehmen, die ihr Geschäft nicht ausführen konnten, helfen müssen. Und das, denke ich mal, ist vielleicht nicht ganz so optimal angekommen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer kämpfen heute noch damit, dass sie auch die Hilfen bekommen. Aber ich glaube, das muss man auch der Regierung zugestehen. Wir kämpfen Tag für Tag. Ich habe Ihnen das gerade vorher auch gesagt. Dafür, dass wir aus dieser schwierigen Phase gut rauskommen. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns in dem Hause zumindest bei diesen Themen gemeinschaftlich vielleicht um einen Konsens mühen und nicht versuchen, im Klein-Klein von Opposition und Regierung da aufzuhalten. Ja, deswegen helfen Sie mit. Arbeiten Sie mit, dass wir Lösungen präsentieren. Im Nachgang ist man immer schlauer. Und wenn Sie im Sommer Lösungen angeboten haben, wir mussten schon im März entscheiden, wir mussten schon im März entscheiden, wie man den Unternehmen helfen kann. Und das, glaube ich, ist verantwortungsvolles Regierungshandeln. Wir haben das getan. Die Hilfen sind leider in vielen Bereichen zu spät und noch nicht angekommen. Da arbeiten wir daran. Und jetzt muss die große Herausforderung sein, dass wir den Unternehmen helfen, eine Zukunftsperspektive zu haben. Und das muss ein gemeinsamer Auftrag in diesem Hause sein. Danke. Das war noch die Erwiderung von Peter Aumer auf die Zwischenfrage von Katharina Dröge hier. Und damit kommen wir zur nächsten Rednerin. Das ist Daniela Kolbe für die Sozialdemokraten. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Kollegen Bernd Rütze und Joe Weingarten haben schon jede Menge Aspekte zu den vielen Anträgen angeführt, sodass ich mich jetzt auf das Mindestkurzarbeitergeld konzentrieren darf. Und ich will auch erst mal Danke sagen noch mal an die Antragsteller für diese wichtige Debatte. Ich habe ja schon in der ersten Lesung prinzipielle Sympathie dafür gezeigt, dass wir uns tatsächlich anschauen müssen, was es eigentlich mit denjenigen ist, die gerade mit sehr, sehr wenig Geld auskommen müssen. Und auch in der Anhörung ist noch mal herausgekommen, dass es etwas Besonderes mit dieser Wirtschaftskrise auf sich hat. Nämlich diesmal ist nicht die exportorientierte, hochbezahlende Branchen, die besonders betroffen sind, sondern es sind tatsächlich Branchen im Niedriglohnbereich, die es besonders stark trifft. Aber ich muss auch sagen, der konkrete Vorschlag überzeugt uns immer noch nicht, auch und gerade nicht nach der Anhörung. Dort ist nämlich noch mal deutlich geworden, dass die Vermischung des Beitragssystems mit einem Sozialsystem es in sich hat und eher abzuraten ist. Die BA hat darauf hingewiesen, mit was für einem zusätzlichen Bürokratieaufwand zu rechnen wäre, gerade wenn man das dann auch, das würde man sinnvollerweise ja machen, rückwirkend einführen würde. Und Enzo Weber hat auf die vielen Ungerechtigkeiten hingewiesen, die entstehen würden, neu entstehen würden. Enzo Weber hat auch gesagt, genau, Enzo Weber hat auch gesagt, was für Vorteile das hat. Er hat das, finde ich, sehr klug abgewogen. Und schlussendlich hat er gesagt, es ist eine Abwägung. Wir kommen zu der Abwägung, dass der ganz konkrete Vorschlag hier uns nicht überzeugt. Ich will aber dazu fügen, dass uns die konkrete Situation der Beschäftigten im Gastronomiebereich, wo ja nicht nur der Lohn, sondern auch Trinkgelder massiv wegbrechen, in der Kultur, wo das Gleiche gilt bei Hotels und Tourismus, uns sehr nahe geht. Und wir gucken uns das an. Und wir denken das als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mit, auch weit über die Pandemie hinaus, indem wir sagen, wir brauchen da bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Tarifverträge, die allgemein verbindlich gelten und auch einen Mindestlohn, der deutlich über dem liegt, den wir jetzt haben. Ich finde, die SPD hat auch über die Reform des Kurzarbeitergeldes bewiesen, dass wir an der richtigen Stelle kämpfen. Und ich will noch mal sagen, weder die Verlängerung, noch die Vereinfachung, noch die bessere Weiterbildung, noch die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes hätte es ohne die SPD gegeben und ohne Hubertus Heil gegeben, dem ich an der Stelle noch mal herzlich danke. Und manche sagen ja jetzt, das ist so toll, auch beim Koalitionspartner. Ich muss jetzt aber ehrlich gesagt noch mal ein bisschen an die Geschichte dieser Erhöhung des Kurzarbeitergeldes erinnern. Die SPD ist damals hingegangen und hat gesagt, wir sehen das wie der DGB. Wir wollen eigentlich, wäre am einfachsten administrierbar, einfach eine befristete Anhebung des Kurzarbeitergeldes. Danach gab es sehr viel Streit. Der Fanclub beim Koalitionspartner war übersichtlich. Schlussendlich haben wir gekämpft wie die Löwen und haben es hinbekommen, dass ab dem vierten Monat 70 beziehungsweise 77 und ab dem siebten Monat 80 beziehungsweise 87 Prozent gezahlt werden. Wir wissen, was das für eine Kraft gekostet hat. Und ich muss sagen, wir sind auch stolz darauf, dass wir diese Verbesserung hinbekommen. Insofern lassen wir uns gerne vorwerfen, das Kurzarbeitergeld ist nicht perfekt. Aber was wir uns sicher nicht vorwerfen lassen möchten und was ich mich auch aus Fairnessgründen bitte ist, dass Sie nicht den Anschein erwecken, als wäre da nichts passiert oder als würde die SPD nicht an der richtigen Stelle kämpfen. Wir kämpfen wie die Löwen. Ich will auch noch mal an der Stelle den BA-Mitarbeitenden danken, weil über Wirtschaftshilfen kann man an vielen Stellen streiten über die Schnelligkeit. Ich finde, bei der BA meckert gerade niemand. Die Beschäftigten dort machen einen Mega-Job und tun, was sie können, damit das Kurzarbeitergeld wirklich sofort ausgezahlt wird. Dafür ein Riesen-Dank. Für Verbesserungen sind wir offen. Ich denke, da gibt es auch einen Denkprozess bei uns in der Sozialdemokratie. Aber Sie verzeihen uns, dass wir den konkreten Vorschlag heute hier ablehnen. Vielen Dank. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Kurzarbeitergeld oder Kurzarbeiterinnen-Geld ist nicht zu unterschätzen. Die Leistung, die dahinter steckt, wurde an verschiedensten Stellen gewürdigt. Das möchte ich unterstreichen, auch das, was Daniela Kolbe dazu gesagt hat. Trotzdem muss man natürlich darüber reden, wie das in Zukunft aussieht. Man muss darüber reden, wie viele Menschen, wie lange dieses Kurzarbeitergeld schon haben und wie sie über die Runden in der nächsten Zeit kommen. Genau da geht dieser eine Antrag hin, für den ich sehr dankbar bin. Wir müssen auch über den Antrag der Linken, die noch mal deutlich machen, was mit bestimmten Staatsgeldern passiert. Und da finde ich Belehrung, was denn Marktwirtschaft, das Prinzip der Marktwirtschaft ist es eben nicht, dass Staatsgelder gezahlt werden und diese Staatsgelder dann genommen werden, um Boni oder Dividenden auszuschütten. Das zumindest ist nicht das Grundprinzip der Marktwirtschaft. Und deswegen müssen wir genau darüber auch diskutieren. Und ich finde es schon teilweise anmaßend, wie manche Kommentare mit diesen Anträgen und mit diesen Bestimmungen umgehen. Ich will aber auch ganz klar sagen, dass ich genau da einen Punkt habe, den ich hier einbringen will, bei der Debatte, die eigentlich bei der Debatte danach passiert wäre. Denn eigentlich gab es eine Aktuelle Stunde heute beantragt zum Thema Lobbyismus. Und es ist sehr unwürdig, wie dieses Haus wieder mit diesem Thema umgeht. Wir müssen über dieses Thema sprechen. Die aktuelle Lage ist angemessen. Wir sprechen hier über einen Minister. Wir sprechen hier über einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Wir sprechen hier über Lobbyismus. Wir sprechen hier über Bestechung. Und wir sprechen über das Vertrauen der Politik. Und es kann nicht sein, wie damals schon im Sommer bei der Antor-Debatte, dass eine Aktuelle Stunde mal wieder verlegt wird und dann dahin gepackt wird, wo die Öffentlichkeit es nicht mehr hinkriegt. Sie müssen sich schon gefallen lassen, was mit Lobbyismus hier passiert und was einige anscheinend hier veranstalten. Genau darüber müssen wir nämlich reden. Und da rede ich noch nicht mehr über das. Das muss wirklich geprüft werden an der Stelle, wo es notwendig ist, was erlaubt und was nicht erlaubt ist und was verboten ist. Sondern ich spreche vor allen Dingen über das, was hier erlaubt ist, was wir nämlich komplett ändern müssen. Dann nehmen wir mal doch jetzt diesen Fall, ob er jetzt fiktiv ist oder nicht. Nehmen wir mal den Fall, dass ein Minister, eine Ministerin oder ein Abgeordneten während der Corona-Zeit eine Party feiert. Schon das ist irgendwie, finde ich, ziemlich anmaßend. Dann der Fall, dass das organisiert wird von einem ehemaligen Abgeordneten, der jetzt eine Lobby- oder PR-Agentur gegründet hat. Und dann wird darüber debattiert, was in Zukunft passiert. Und dann wird dazu aufgerufen, Spenden in Höhe von 9000 oder 9900 Euro abzugeben, weil die ja nicht sofort veröffentlicht werden müssen. Alles legal. Alles legal. Und das darf es nicht sein. Wir brauchen für dieses Haus Spielregeln. Wir brauchen für Ministerinnen und Minister, für Abgeordnete Spielregeln. Wir brauchen einen Kodex, was man darf und was man nicht darf. Damit so etwas gar nicht erst in Verruf kommt, dann müssten wir nämlich nicht darüber diskutieren. Dann bräuchten wir keine Aktuelle Stunde. Und dann müssten Sie sich das heute auch nicht anhören. Das sollten wir in Zukunft tun. Und nicht solche Debatten wirklich wieder an den Rand drängen. Vielen Dank. Marco Bülow bekommt hier Applaus von der Linksfraktion. Obwohl er ja selber fraktionslos ist, hat hier zum Schluss noch mal deutlich kritisiert die Geschehnisse rund um Gesundheitsminister Jens Spahn. Da gab es ja einige Kritik an seinem Verhalten. Das muss allerdings noch genau geklärt werden, wer sich dort wie verhalten hat. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Peter Stein für die Unionsfraktion. Er sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben auf eine historisch einzigartige Pandemiesituation reagieren müssen. Es blieb uns auch nichts anderes übrig. Und sehr viele sind sehr dankbar dafür, dass zu Beginn mit dem Prinzip Gießkanne agiert wurde. Das war richtig und wichtig. Jetzt ist es richtig, deutlich gezielter zu arbeiten. Das gelingt in vielen aufgelegten Programmen recht gut. Und es gilt jetzt, an den Stellen nachzubessern, wo es nicht gut funktioniert hat. Das wird auch auf allen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen gemacht. Vieles muss schneller und unbürokratischer anders erfolgen, als wir das gewohnt sind. Wir sollten den Kommunen tatsächlich dazu mehr Freiheiten geben. Dort sitzen unsere Profis, wenn es ins Detail vor Ort gehen muss. Wir hier im Parlament, wir Abgeordneten, haben es doch gezeigt, wie schnell Demokratie sein kann, wenn es klemmt. Wir sollten immer wieder darauf hinweisen und stolz darauf sein, wie schnell wir hier agieren konnten. Die aktuellen Konjunktur-Daten zeigen uns, dass wir bisher jetzt insgesamt gut durch die Krise gekommen sind, auch wegen der Hilfen des Bundes. Und das Kurzarbeitergeld ist ein großer Teil dieser Erfolgsgeschichte. Und Sie von den Linken entwürdigen das jetzt mit einem Antrag auf nur einer Seite mit im Grunde nur einem einzigen Satz. Kein Gesetzesentwurf, kein Vorschlag zur Gegenfinanzierung oder zur genauen Ausgestaltung. Sie stellen lediglich wieder die Systemfrage und reden von Konzernen, die natürlich wieder den Staat missbrauchen. Liebe linke Freunde, das ist Mottenkiste und passt überhaupt nicht in eine Krisenlage. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, allein in meinem Wahlkreis habe ich seit dem zweiten Lockdown im November mit mehr als 150 Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen. Ich kenne deren Sorgen. Und die sind sehr unterschiedlich. Und sehr viele sind gut durch die Zeit gekommen. Was die jetzt nicht brauchen, sind ausschließlich pauschale Forderungen nach bürokratischer Entlastung. Bei den gewaltigen Summen, die bereits geflossen sind und noch fließen werden, braucht es ein Mindestmaß an Regeln. Das betont übrigens auch Ihr wahlkämpfender Ministerpräsident in Baden-Württemberg immer wieder. Und wir müssen ganz klar noch genauer hinschauen. Wir brauchen mehr branchenspezifische und regional abgestufte Strategien. Wir brauchen auch Härteverlösungen für die Bereiche der Wirtschaft, die in 2020 unverschuldet durchs Raster gefallen sind. Damit können auch soziale Härten abgefedert werden. Da hat Peter Altmaier einen Vorschlag gemacht. Da sind die Bundesländer gefragt. Und da regieren Sie von der Opposition nahezu überall mit. Und ich denke als Rostocker Abgeordneter auch besonders an die Situation der Werften, der Zulieferer, die Kreuzfahrtbranche und auch den ganzen Tourismussektor. An die Tausenden Jobs alleine bei mir in Mecklenburg-Vorpommern, viele, beinahe alle, konnten dank der Kurzarbeiterregelung bisher erhalten werden. Darum beneidet uns nahezu die ganze Welt. Das ist ein riesiger Erfolg, der jedoch Grenzen hat. Und diese Grenzen sind nahe. Wir brauchen vernünftige und regional abgestufte Strategien für die Öffnung von Tourismus und Einzelhandel. Und die Bundesregierung hat gestern dazu einen klugen Perspektivplan aufgestellt. Wir müssen die Menschen wieder in ihre Beschäftigung zurückholen, schnell und sicher. Die Impf- und Teststrategie hat zu Beginn gerumpelt, wie Minister Spahn es nannte. Aber jetzt läuft es stark an. Und zunehmend läuft es auch rund. Testmöglichkeiten werden ausgeweitet. Es gibt technische Möglichkeiten, die auch dem Datenschutz gerecht werden. Ich weise in diesem Zusammenhang auf die Testregion mit der App Luca hin. Rostock probiert es aus. Und die ersten Rückmeldungen sind positiv. Bei allen Abwägungen, die wir im Zusammenhang mit der Pandemie treffen müssen, die unsere Regierungen treffen mussten, an denen sind sie von der Opposition, wie gesagt, in den Ländern beteiligt. Bei all diesen Abwägungen stellen ich mir heute die Frage, ob wir die Rolle des Datenschutzes nicht gegenüber Gesundheitsschutz und Schutz der Wirtschaft zu sehr unter ein Tabu gestellt haben. Ein wichtiger Punkt noch zum Schluss. Bei der ganzen Debatte um Öffnungsstrategien störe ich mich sehr an den Kategorien Lockerer und Bremser. Es geht um Menschenleben. Und ja, es geht um das Überleben auch der Wirtschaft. Und niemand zögert etwas aus einem Selbstzweck hinaus. Es gibt nicht Lockerer und Bremser. Es gibt Verantworter. Dieser Staat, Deutschland, hat nicht versagt. Die Gesellschaft hat nicht versagt. Das System hat nicht versagt. Nein, es wurden Fehler gemacht, ganz klar. Aber auch sehr viel ist gut und richtig. Und es wurde gelernt. Und es kann niemals ein Versager sein, der sich seiner Aufgabe und Herausforderung gestellt hat und Verantwortung trägt. Es kann niemand ein Versager sein, der aus Fehlern gelernt hat. Fehler und Verantwortung, Lösung und Zukunft haben in Deutschland ein gemeinsames Fundament. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Respekt, Würde und Anstand. Ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland Parlamente habe, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Ich freue mich, dass die weiterhin übergroße Mehrheit unserer Bevölkerung, denjenigen, die heute Verantwortung tragen, im Gesundheitswesen, bei den Sicherheitskräften, in der Bildung, aber auch in Verwaltung und Politik, dass die übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland diesen Verantwortungsträgern Respekt entgegenbringen. Und wir alleine dadurch in Würde und Anstand gemeinsam durch diese schwerste Zeit hindurchkommen werden. Und es sei mir gestattet, ein Satz zu den Ausführungen des Kollegen Sichert von der AfD, ganz offen gesagt, die Zubehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. in Zusammenhang zu stellen mit der Belegung von Notfallplätzen. Das ist würdelos, das ist ohne Anstand. Und Sie betteln hier von diesem Pult darum, Sie betteln hier von diesem Pult darum, mehr zu bleiben als nur ein Verdachtsfall. Herzlichen Dank. Soweit die Rede von Peter Stein, der letzte Redner hier in dieser Debatte. Jetzt folgen hier einige Überweisungen und Abstimmungen, die im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. Und die Kollegen in Bonn werden diese Zeit nutzen, um Sie über alles Weitere zu informieren. Wenn es hier im Bundestag allerdings mit der aktuellen Stunde zur Eskalation der Gewalt in Myanmar weitergeht, werden wir die natürlich auch von hier dann wieder übertragen. Und damit gebe ich erst einmal ab zu meiner Kollegin Tina Dauster. Vielen Dank, Katharina. Wir nutzen dieses kleine Zeitfenster, meine Damen und Herren, und zeigen Ihnen gleich Reaktionen auf den Corona-Gipfel von gestern über neun Stunden.